Ich würde sagen, dann machen wir nochmal ein Hallo und herzlich Willkommen bei der Kryptofamilie. Schön, dass ihr jetzt alle da seid. Es tut mir leid, dass wir gerade so eine technischen Schwierigkeiten haben. Ich habe auch wirklich alles andere hier gerade abgeschaltet. Ja, würde ich einfach sagen, lasst uns durchziehen, trotz der Widrigkeiten. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich sehe gerade schon 139 Leute im Livestream. Das ist natürlich eine wahnsinnige Anzahl. Ich bin nicht so der Live-Freak, ich bin nicht so der Live-Gänger. Von daher seht es mir bitte nach, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer bin, ein bisschen ruhiger bin. Ich habe meinen obligatorischen Whisky schon getrunken, habe ich gerade schon im ersten Stream kurz erzählt. Das gehört für mich einfach dazu. So ein bisschen runterkommen, ein bisschen Zunge lösen. Weil Live ist halt tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß, es haben andere YouTuber deutlich besser drauf. Von daher würde ich sagen, lasst uns einfach Handy mit Hotspot verbinden. Meinst du, das geht? Ich weiß gar nicht genau. Wir lassen das mal jetzt so. Wir gucken mal, dass es sich ein bisschen einpendelt. Wie gesagt, ich habe meine Mädels, die Handys sind alle weg. Tablets bei denen sind auf Flugmodus und sonst guckt auch keiner irgendwas. Von daher sollte es eigentlich passen. Ich habe auch alles andere hier abgebrochen. Nichts synchronisiert sich mehr. Nichts ist mehr live. Aber wir schauen mal, dass wir einfach jetzt mal rein starten, würde ich sagen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal ganz kurz, was im Chat los ist hier. Erstmal natürlich Avenger. Schön, dass du da bist. Sehr geschätztes Kanalmitglied und vor allem auch Teammitglied hier, beziehungsweise nicht Teammitglied, sondern Communitymitglied. Schön, dass du da bist. Auch an den ganzen anderen Rest, den ich hier jetzt gerade schon sehe, der eintrudelt. Hubert ist cool. Schön, dass du da bist. DHT88. Schön, dass du auch da bist. AT ist auch da. Und ich meine, ich habe sogar Rocco auch schon gesehen. Mensch, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Mal YouTube? Wird da so etwas bei dir dieses Jahr oder eher nicht? Mal gespannt. Weiß nicht, ob du noch ein paar Pläne hast. Sepp, auch da. Schön, mein Lieber. Schön, dass du es auch geschafft hast. Ansonsten dann alle, die ihr neu da seid, auch gerne mal ein Like da lassen, auch wenn jetzt fährt die Qualität vom Livestream nicht die beste ist. Ich arbeite dran. Wir kriegen das fürs nächste Mal auf jeden Fall besser hin. Ich verspreche es euch. Ja, ich würde einfach sagen, meine lieben Freunde, lasst uns mal ins erste Thema reinspringen. Ich habe ja tatsächlich so ein bisschen provokant einfach auch aufs Thumbnail geschrieben, was haben wir heute zu Themen. Also erstmal natürlich die Thematik Fetch.ai. Aber natürlich auch die gesamten, den Aufbau bzw. den Ausbau von Ocean Protocol und auch Singularity Net, die Fusion zu dem neuen ASI-Coin. Ist ja kein Token, also allein die Namensgebung muss ich nochmal ablesen. Super Intelligent Alliance Coin. Also ich muss ehrlich sagen, wer sich den Namen ausgedacht hat, Respekt-Props und da haben wahrscheinlich viele Leute viel Brainstorming drum gemacht. Das machen wir heute mal kurz zum Thema. Wir haben auch zum Thema Chainback, weil da gab es tatsächlich jetzt in den letzten 24 Stunden unglaublich viel Furore. Ich weiß, dass von meinem geschätzten Kollegen und auch bekannten J-Trading da im Kanal ein bisschen Bambule war, ein bisschen Missverständnisse waren. Das möchte ich heute gerne ein kleines bisschen aufklären noch. Und vor allen Dingen auch, das habe ich mit meinem XRP gemacht. Habe ich die jetzt alle geswappt? Habe ich einen Teil geswappt? Habe ich gar nichts geswappt? Wenn ich was geswappt habe, warum habe ich es geswappt? Warum ist jetzt hier der XRP-Maxi-Schlechthin-David von seinem Haupt-Asset, was ja lange Zeit in seinem Portfolio Platz Nummer 1 war, runtergegangen? Und das würde ich sagen, machen wir einfach heute alles mal in unserem kleinen Livestream. Ich würde sagen, ich gucke nochmal ganz kurz nochmal den Chat einmal durch. Wie gesagt, seht es mir nach. Ich bin nicht der Live-Crack, ich bin nicht der Live-Profi. Ich wollte es gerne für euch machen, weil ihr fragt immer wieder mal so ein bisschen nach Lives, wie es aussieht, ob wir mal Live machen können. Und deswegen muss ich mich da einfach noch so ein kleines bisschen reinfinden. Also, General Kartoffelsalat. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du auch da bist. Ich glaube, dich habe ich in den Kommentaren noch nie gelesen. Der Name ist auf jeden Fall mega geil. Ferhat Jedin. Hi, schön, dass du auch da bist. Mark, auch cool, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Jogi Bärchen, läuft besser als vorher. Das ist schon mal viel wert. Wenn es ein bisschen besser läuft, das ist gut zu hören. Pegasus3092 auch hier. Herzlichen Dank auch für deinen Support als Kanalmitglied. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Dann Hoferu. Ja, sorry, wenn es nicht geht. Wir hoffen, dass es besser wird jetzt. Unser guter SPS. Schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. JL. Wenn überhaupt Handy-Hotspot außerhalb deines Heims-Netzwerkes versuchen. Verbraucht es etwas WSL. Ja, sorry. Ich habe hier ein Komplettpaket. Das ist eigentlich egal. Jetzt sind wir. Das Studios spackt hier auch die ganze Zeit rum. Boah, ey. Das macht doch echt keinen Spaß gerade. Leute, es tut mir so leid. Ich kann es gar nicht genug sagen. Aber jetzt scheint es, glaube ich, besser zu laufen. Okay, ganz kurz nochmal zur Frage von Wampi. Lieber David, ab welchem Preis fängst du an, bei GLQ Gewinne rauszuziehen? Habe ich faktisch tatsächlich schon gemacht. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal ganz kurz hier in den Split-Screen gehen. Denn ich habe bei GLQ wirklich mir schon Profite auch gezogen. Jetzt kann ich hier gar nicht rein. Und zwar habe ich bei GLQ, lass uns da mal kurz reingucken, GLQ schon etwas früh Gewinne rausgezogen. Denn ich war a, in der Steuerfreiheit, war steuerfrei schon. Und ich habe tatsächlich bei dem Preis von 0,09, meine ich, also irgendwo hier in der Aufwärtsbewegung, habe ich knappe 9% meiner Gewinne rausgezogen, um meine Basisinvestitionen zu sichern. So, jetzt ist natürlich so Charts lesen im Nachgang immer ganz einfach. Ja, weil jetzt könnte man sagen, ach du Vollidiot, jetzt hast du hier nochmal irgendwie bei 15 Cent und du hast bei 9 Cent schon Gewinne rausgezogen. Das kann natürlich niemand im Vorfeld wissen. Niemand weiß wirklich im Vorfeld, ob der Kurs jetzt noch weiter steigt oder nicht. Für mich war das tatsächlich einfach nur eine Risikominimierung, um bei GLQ ein bisschen Druck rauszunehmen. Und ganz ehrlich, meine lieben Freunde, ich habe The Graph Link bei mir auch im Staking drin. Ist wirklich ein ganz tolles Narrativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr noch nicht bei Graph Link im Staking seid, macht das bitte wirklich. Ist ein ganz, ganz einfaches Dashboard. Ist super simpel, super einfach, super entspannt. Gibt es tatsächlich momentan, glaube ich, lasst mich gucken. Ein bisschen mehr dem was, ist nicht egal. Gibt es, glaube ich, bei 8% APY. Und bin auf Tier 2 Stufe. Schaut aber gerne mal bei mir in meinen YouTube-Kanal. Da findet ihr auch zu GLQ selber auch eine ganze Menge auch an Content. Auch wie ihr das in Staking packt, kann ich einem jedem wirklich nur empfehlen. Die nächsten Schritte bei mir bei GLQ, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Asset hat bei mir gerade 34x momentan gerade. Das muss man sich mal überlegen. Wir sind gerade am Anfang des Bullruns und jetzt schon ein 34x, was natürlich echt wahnsinnig ist. Ich habe tatsächlich bei GLQ um die 45 Cent, werde ich bei mir wieder 20 bis 35% rausnehmen. Einfach um in Schritten rauszugehen. Weil dann bin ich wirklich bei einem richtig großen X. Und da muss man einfach auch mal sagen, Stück für Stück Ersätze rausnehmen, Stück für Stück Gewinne mitnehmen. Einfach mal Danke sagen und sich darüber freuen. Und das kann ich einem wirklich jedem auch nur empfehlen. Ihr wisst ja selber, ich habe auf meinem Kanal eine ganze Menge auch an Videos zu dem Thema Mindset und warum es sinnvoll ist, auch mal Gewinne, Teilgewinne mitzunehmen, anstelle immer nur auf diese eine Summe zu gucken. Das Ganze natürlich unter der Restriktion, wie sieht es mit der Steuerfreiheit aus und wie weit habt ihr eure Assets noch in eurer Steuerfrist drin, wenn ihr in Deutschland seid. Das ist halt auch immer ganz, ganz wichtig, dass man das in Korrelationen sieht. Von daher schaut auch gerne mal, ich muss gerade mal kurz gucken, wo ich das hier hatte. Ja, wenn ihr einfach mal guckt unter Ausstiegszeitpunkten, werdet ihr sehen, dass ich bei GAQ schon verhältnismäßig früh Gewinne mitgenommen habe. Das war mir persönlich sehr wichtig. Ja, deswegen ist halt ein Projekt, was auch frisch gestartet ist, auch gar nicht mal so alt ist. GAQ gab man drei Jahre alt vom jetzigen Zeitpunkt. Von daher ist es auch ganz gut, einfach mal da auch ein bisschen Gewinne mitzunehmen. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ganz kurz durch, dass wir einmal die Kommentare abgearbeitet haben. Johanna, ja, hallo Johanna, schön, dass du auch dabei bist. Ich hoffe, du bist noch dabei, trotz dieser Widrigkeiten mit unserer Qualität hier. Es tut mir wirklich leid, ich gelobe mir so das nächste Mal. Mario Scheitenbauer, GAQ, jetzt auf BitKit. Genau, ist auch noch ein wichtiges Thema, haben sie auch gerade erst announced. GAQ wird jetzt sukzessive auf anderen Exchanges gelistet, was natürlich super ist für uns Bestandsinvestoren, die schon drin sind, denn das erzeugt natürlich deutlich mehr Druck. Viele neue Investoren kommen rein, macht es einfacher, das erste zu kaufen. Und das ist schon eine gute Sache, muss ich uns ehrlich sagen. Jürgen K., danke für deinen Content. Herzlichen Dank, Jürgen, für deinen Support. Und herzlichen Dank auch für alle anderen, die mich immer so tatkräftig unterstützen, gerade was das Thema liken, kommentieren angeht. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an die Kanalmitglieder. Leute, nochmal, es tut mir so leid mit der Qualität hier. Ich mache es irgendwie wieder gut. Ich mache es irgendwie wieder gut. Ich weiß ja nicht, wie ich mache es irgendwie gut. Wolfsrudel, Mensch, dich habe ich schon länger nicht mehr gesehen unter den Videos. Als Kommentar. Hu zusammen, ich grüße alle Kryptorianer. Ja, lieben Gruß an dich zurück. OVD, ja, tut mir leid, dass es hängt. Aber auch herzlichen Dank, dass du dabei bist, mein Lieber. Levi, unser transsliwanischer Freund. Und übrigens, wer nochmal Bock hat, Steuern zu sparen, ich sage Steuern sparen, nicht Steuern hinterziehen, ist tatsächlich in Transsilvanien super aufgehoben. Die Jungs haben Levi, 10% auf alles. 10%, nicht nur auf die Nahrung, sondern auch auf deine Krypto-Steuern. Fand ich cool, richtig geil, einfach mal sowas zu erfahren. Ja, DHT88, mach aus dem Livestream, mach keinen Sinn. Ja, tut mir leid, dass du weg bist, sorry. Ich kann es leider nicht ändern. Wir haben noch Ryzak 6XER. Jetzt läuft es. Das freut mich, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass es jetzt auch besser ist. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare rein, ob es etwas flüssiger läuft, meine lieben Freunde. Pockelfuel of Krypto. Herzliche Grüße aus der Schweiz, lieber David. Mit besten Grüßen wünscht Christian. Christian, auch herzlichen Dank an dich. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, das schreckt dich nicht zu sehr ab mit dieser wahnsinnig schlechten Qualität. Nochmal Atlantis, glaube ich, soll das heißen. News zu Polyhedra ZK. Ja, meine lieben Freunde. Tatsächlich ist Polyhedra eines der Assets, in die ich meine XRP geswapet habe. So. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal bei dem Punkt jetzt bleiben und wir steigen da einfach mal tatsächlich so in das erste Thema, was ich ja so ganz provokant aufs Thumbnail draufgeschrieben habe, ein. Ihr wisst selber, ich habe an meinem Kanal, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Content zu XRP gemacht, aber es ist wahnsinnig viel. Natürlich auch einen ganzen Schwung an Clickbait-Videos, weil XRP natürlich wahnsinnig polarisierend ist für die YouTube-Gemeinde. Und auch für alle, die da wirklich auch reininvestieren, beziehungsweise sich das Unternehmen Ripple dahinter angucken, die Technologie angucken und alles, was dazu auch interessant ist. Und meine lieben Freunde, ich kann auch eigentlich sagen, nach nunmehr über vier Jahren Investitionen in XRP, in das Asset XRP, nicht in das Unternehmen Ripple, weil man investiert ja in ein Asset. Muss ich ehrlich sagen, mir ist in den letzten Tagen wirklich, ich will nicht sagen, die Hutschnur geplatzt, aber ich bin es einfach leid. Ich bin hier, um Geld zu machen. Ich bin hier, um eine Rendite zu machen. Ich bin hier, um finanziell frei zu werden. Um mir und meiner Familie Träume zu erfüllen. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, vor genau acht Tagen drei Viertel meines XRP-Bestandes zu swappen. Ich habe immer noch ein Viertel weiter. Ich habe etwas über 12.500 XRP gehabt. Ich bin momentan gerade bei 3.360 XRP und die werden auch gehalten. Die werden auch gehalten, die muss man mir aus meinen kalten, toten Fingern erst reißen. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, wir haben bei XRP, dem Asset selber, bei dem Coin selber, haben wir null Bewegung in den letzten Jahren gehabt. So wenig Bewegung, dass man wirklich fragen muss, Schätzelein, was ist denn los mit dir? Und das ist einfach ein Umstand, wo ich mir persönlich sage, das kann ich aus Investorensicht so nicht mehr vertreten. Da ist es günstiger, wenn ich mein Geld auf die Bank lege und vielleicht mit einem Prozent Verzimts bekomme. Und das ist einfach eine ganz rationale Entscheidung. Das ändert nichts daran, dass ich die Technologie rund um den XRP Ledger, das Onomat Liquidity und vor allen Dingen auch um das Unternehmen Ripple in Frage stelle. Versteht mich da nicht falsch. Ich stehe hinter all meinen Aussagen, ich stehe hinter all meinen Preisberechnungen. Aber jetzt mal unter uns, Pastor und Töchter. Hätte man sein Geld nicht in XRP gesteckt, sondern in, keine Ahnung, irgendein anderes Asset, ganz egal welches, mal abgesehen von Memecoins. Ich bin kein Memecoin-Freund, das wisst ihr. Man hätte doch mit allem deutlich mehr Rendite gemacht, oder? Ja, und nochmal, ich finde das Unternehmen super. Ich habe mich da in die Technologie reinverliebt. Ja, weil ich meine, ihr seht, wo ich sitze. Ich sitze hier, da, Amiland. Ich sitze noch genau drei Monate am Amiland. Und dann geht es zurück nach Hause. Wir freuen uns mega. Und das, was Ripple macht, grenzüberschreitende Zahlungen möglich zu machen, und das ist wirklich einfach und simpel, das ist revolutionär, das ist super, das ist klasse. Der XRP Ledger ist ja ein Meisterwerk der Technik. Leute, ich brauche hier nicht zu schwerm anfangen, das wisst ihr. Aber tatsächlich ist das Asset XRP verhältnismäßig ein wirklich schlechter Performer. Und das ist so einfach ein Umstand, wo ich mich aus Investorensicht, als Investor frage, David, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Und wenn ihr mal in meine Portfoliobewertungen, beziehungsweise in meine eigenen Portfolios zurückguckt, und ich kann einem jeden nur sagen, lasst uns mal kurz hier in das Video, wir wollen nicht reinschauen, aber in mein eigenes Portfolio reingucken. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das denn war. Mein 1-Millionen-Dollar-Portfolio, was ich noch zum Ende letzten Jahres aufgenommen habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, meine lieben Freunde, ich kann nicht ein solches Asset chillen, beziehungsweise bei mir im Portfolio selber haben, wenn es einfach nicht performt. Und XRP performt einfach nicht. Und das ist Fakt. Das tut mir leid, dass ich jetzt mit dem einen oder anderen von Kopf stoße. Ich finde es gerade nicht. Mein 1-Millionen-Dollar-Portfolio. Gebt mir eine Sekunde. Ich bin etwas planlos gerade. Okay, egal. Aber wenn ihr in dieses Video einmal reinguckt, die haben wir es doch, genau. Wenn ihr in das Video einmal reinguckt, dann sehen wir relativ zügig, dass XRP bei mir fast zu jeder Zeit auf Platz 1, 2 oder 3 gewesen ist. Und meine lieben Freunde, ich kann euch eins sagen. Ich habe das aus Überzeugung gemacht, weil ich an die Technik glaube, weil ich an die Technologie glaube, weil es ein gutes Produkt ist. Aber tatsächlich hat das Asset XRP relativ wenig mit dem Unternehmen Ripple zu tun. Natürlich ist es ein Transfergut, was sie für das Onimant Liquidity nutzen, für den XRP Ledger nutzen. Und ich glaube auch nicht an die Stimmen, die sagen, die müssen ja gar nicht XRP nutzen. Das glaube ich nicht dran. Das ist Schwachsinn. Warum sollte Ripple das machen? Aber rein als Investor hat es keinen Sinn gemacht. Und ich habe tatsächlich geswappt. Und ich sage euch auch gerne, was ich geswappt habe. Ich habe in Summe in 5 Assets geswappt. Und zwar diese 7.000 US-Dollar, die ich bei XRP rausgenommen habe, habe ich etwas differenziert in 5 Assets geswappt. Das Erste ist Happy Protocol. Das ist für mich ein super interessantes Essen. Wie gesagt, ihr kennt meinen Content. Ihr wisst die Videos Cyber Security, zukünftig der AI-Bot, jetzt das Staking Live. Ich finde das Produkt einfach klasse. Ich finde das Team gut dahinter, transparent. Und das Thema Cyber Security wird meiner Meinung nach eines der wichtigsten nächsten Narrative werden. Denn AI ist super, ganz toll. Deepin ist super. RWA ist super. Auch übrigens, am Montag kommt ein Video, oder zwei Videos, auf den Kanal mit J Trading. Also J und ich haben eine sublime Videoserie aufgebaut. Er und ich hauen Montag jeweils ein Video raus. Von daher auch gerne bei ihm mal vorbeigucken. Da kommt der erste Teil. Und bei mir kommt Montag dann, ich glaube um 13 Uhr, der zweite Teil. Der Quatsch wird ganz dediziert über das Thema RWA, AI und noch ein paar andere Sachen. Also da bin ich mal gespannt, was ihr zu sagt. Wäre ganz gut. Genau. So. Faden verloren. Ich habe in Happy investiert. Ich habe zusätzlich auch noch Audios gekauft. Also den Audios Token. Für alle, die es nicht kennen, gucken wir noch mal ganz kurz einmal rein, dass ihr wisst, wovon ich rede. Habe ich bei mir auf dem Kanal tatsächlich auch schon ein paar Mal vorgestellt, beziehungsweise euch gezeigt, worum es da geht. Das ist tatsächlich Unterhaltung, Unterhaltungsbranche, Musik, Musikstreaming. Auf der Blockchain. Und das finde ich persönlich einfach ganz, ganz interessant. Restriktive sehr wichtig. Denn Spotify und Co. ist alles schön und alles gut. Aber wir wollen natürlich alles dezentral haben. Wir wollen es alles auf der Blockchain haben. Und es macht auch Sinn. Und da ist Audios wirklich ein sehr, sehr interessantes Produkt. Ein sehr interessanter Partner. Darin habe ich ein paar Sachen investiert. Fand ich auch ganz gut. War für mich auch, glaube ich, ein ganz guter Move gewesen, das zurückzupacken. Denn nachdem ich es gekauft habe, ist es auch wieder schön gestiegen. Und ich habe natürlich auch noch in Polyhedra gesteckt. Und zwar den ZK-Token. Ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Produkt aus dem Bereich, ja, wie sagen wir so schön, was macht Polyhedra? Also eigentlich ist es eine Bridge. Es stellt Bridging-Kapazität und Bridging-Technologie für Börsen bereit. Wie gesagt, schaut da gerne mal in das Video rein. Habe ich hier auf meinem Kanal auch. Ist jetzt gerade mal irgendwie vier Tage alt. Macht auch wirklich Sinn, da mal einmal einen kleinen Deep-Dive zu machen. Es ist wahnsinnig technisch. Cash with Dave hat es auch vorgestellt. An der Stelle auch noch mal ganz kurz. Dave hat es von mir nicht kopiert. Dave und ich, wir unterhalten uns beide sehr viel. Wir tauschen uns sehr viel aus. Ich bin keiner, der bei den YouTubern irgendwie diese Stutenbissigkeit hat und es nicht mag. Beziehungsweise über irgendwelche YouTuber herzieht. Das mag ich nicht. Ich finde, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Jeder hat seinen Respekt verdient. Und Dave ist ein absolut großer Ehrenmann. Damals auch das SAI-Video, was wir gemacht haben. Als wir SAI wirklich am Boden bei ich meine 9 Cent gecallt haben, hat er auch ein Video über SAI gemacht. Hat mich sogar erwähnt. Grüße gehen nochmal raus, mein Bester. Herzlichen Dank dafür. Genau, also wie gesagt, ich habe in den ZK-Token noch investiert. Und noch an zwei weitere. Seht es mir bitte nach. Ich droppe jetzt die zwei weiteren nicht, weil der eine ist für die Kanalmitglieder. Und der zweite, da habe ich jetzt ein bisschen frühzeitig rein investiert. Sah für mich super gut aus. Bevor ich da aber tatsächlich die Namen bekannt gebe, muss ich erst noch ein Deep-on-Research machen, weil ich kann euch da nicht einfach Namen geben, wo ich selber noch nicht zu 100% mein Research durchgeführt habe. Grundsätzlich vom Investieren her, auch für euch nochmal so eine kleine Info, wie ich das ganz gerne mache. Ich persönlich gehe beim Investieren immer Stück für Stück rein. Also sprich, ich haue nicht immer eine Summe komplett rein, sondern wenn ich mir jetzt sage, ich lege mir 600 Dollar bereit zum Investieren. Beispielsumme, ja. Macht das bitte mit euren Möglichkeiten, mit euren finanziellen Mitteln. Wenn ich 600 Dollar habe, investiere ich ein Drittel jetzt, ein Drittel in einer Woche und nochmal ein Drittel in zwei oder drei Wochen. Beziehungsweise, ich gucke mir natürlich an, was makroökonomisch hier passiert, um dann auch vernünftige Einstiegspunkte zu finden. Das hat sich zum Beispiel bei Polyhedra, bei dem ZK-Token nicht so gut gemacht. Hätte ich in das Ding gleich mein ganzes Geld reingesteckt, was ich vorhatte, wäre ich jetzt deutlich besser da. Denn der hat natürlich echt abartig performt. will ich euch auch gerne nochmal ganz kurz zeigen, wenn ich den jetzt so schnell finde einmal. Polyhedra ist übrigens auch ein ganz, ganz komplizierter Name. Ich mag das überhaupt nicht. Polyhedra. Ich habe tatsächlich bei dem ZK-Token bei 2 Dollar und, wo war ich? Bei 2,80 Dollar. Ungefähr hier. Ungefähr hier bin ich rein investiert. Da habe ich euch das Schätzchen auch vorgestellt, beziehungsweise die Kanalbeglieder haben es noch ein kleines bisschen früher gesehen. Ich habe auch einige Leute aus der Gruppe gehabt, die gesagt haben, ich bin bei 2,58 rein. Hey, super geil. Mega den Boden erwischt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute, sorry, dass ich jetzt noch nicht so auf den Chat eingehe, mache ich aber gleich. Ich möchte gerne das jetzt kurz abschließen. Leute, wenn ihr nicht den Boden callt, ist das scheißegal. Macht euch ja keinen Stress. Das ist alles cool. Zoomt raus, macht euch den Spaß und guckt in einem halben Jahr vielleicht auf diesen Chart drauf. Denn alleine von der gesamten Umlaufversorgung, von dem, was das Asset jetzt gerade ausmacht, sieht der super, super interessant aus. Und man kann sich jetzt hier bei einem solchen Asset nicht, und das meine ich wirklich so, wie ich es sage, nicht auf einen Rücksetzer, wie du es im regulären Markt von 40, 50, 40, 60 Prozent hast, wie es zum Beispiel SAI Network gemacht hat. Kann sich nicht darauf verlassen. Wenn wir nochmal beiläufig mal ganz kurz mal uns SAI angucken, was ich gerne nochmal machen möchte, dann versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Polyhedra hat hier zum Beispiel nicht den Rücksetzer auf seinen Boden gehabt, wie es SAI Network hier wirklich in seinem gesamten Chart gemacht hat, den ich auch wirklich interessant finde. Schaut mal, wir hatten bei SAI hier wirklich, brauchen wir ein bisschen, sorry, Drittweltland, Amerika. Wir haben hier bei SAI, hatten wir einen Peak gehabt von 21 Cent. Wir haben SAI gecalled zusammen mit der RSFM. Grüße gehen nochmal raus. Liebe Grüße an euch. SAI, wir haben SAI bei ungefähr 9 bis 10 Cent in der Community gekauft, auch in unserer Telegram-Gruppe. Link findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung unten. Haben den hier bei dem Level gekauft. Und jetzt seht euch mal an, von diesem Level von 10 Cent, wir haben ein fucking 8X mitgenommen. Sorry, das sind so Wörter, die man nicht in der Kirche sagen darf. Einfach mal, um den amerikanischen Ausdruck mit reinzubringen. Ich sehe hier immer wieder, wie es buffert. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich tausendmal. Und solch eine Bewegung, die SAI hier gemacht hat, da kannst du dich jetzt in einem Aufwärts-Trend, wie wir ihn jetzt haben, bei beispielsweise im jetzigen Bullrun, da darfst du dich nicht drauf verlassen. Da musst du dir wirklich überlegen, wann du kaufst, wie viel du kaufen möchtest und wie deine eigene Risikobeurteilung für dieses Asset aussieht. Und du siehst das hier ja auch ganz schön. Der hat jetzt seit seinem Release vom 19. März, und das Ding ist, Leute, das Teil ist auf allen größeren Börsen gelistet worden. Polyhedra, der ZK-Token, leider eher C20, ist der einzige Downfall dabei, also das einzige Problem dabei. Da kannst du dich nicht drauf verlassen, dass der nochmal eine Korrektur mitnimmt von 40, 50, 60 Prozent. Schaut mal hier in der Kerze, war der bei knapp 3,50 Dollar. Der ist runter auf 2,60 Dollar. Das sind keine 50 Prozent. Das ist es einfach nicht. Und jetzt fängt er schon wieder an zu laufen. Das ist halt so ein Thema, da muss man einfach mal sagen, okay, kein Problem. Ich brauche jetzt aber auch nicht später einsteigen. Also ich habe ja zum Beispiel meine zwei Drittel, die ich noch hatte, die habe ich jetzt nicht mehr reingesteckt. Die habe ich gelassen. Die sind auf der Seitenlinie, die habe ich geparkt. Das ist in Ordnung. Da will ich auch gar nicht noch weiter einsteigen, weil ich habe hier einen guten Einstiegskurs, bin in Ordnung, bin cool damit. Von daher, das ist so meine Doktrin dafür. Genau, also woran habe ich einen investiert? Wie gesagt, meine knappen 7.000 Dollar in XRP sind jetzt in Happy Audios, Polyhedra und zwei weitere, die ich noch in den nächsten Wochen vorstellen werde. Und eins davon kommt tatsächlich nächste Woche für die Kanalmitglieder des Level 2 und Level 3 als Vorabankündigung. Und dann gibt es das Video ein paar Wochen später. Einfach für den Rest. Okay, so, sorry. Jetzt würde ich sagen, bitten wir uns mal noch ein kleines bisschen in den Chat und gehen da mal noch ein bisschen näher drauf ein, meine lieben Freunde. Okay. Polyhedra hatten wir. Simon Broderick. Wieso schwächelt denn Tau aktuell? Ja, Tau, mein lieber Freund. Tau ist ein schönes Beispiel für ein Acid, was momentan gerade Luft holt. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, was ihr zu Tau sagt. Ich weiß, wir haben wahnsinnig viele Tau-Investoren und ihr dürft nicht vergessen, alle Leute, die hier unten eingestiegen sind bei 48, 50 US-Dollar oder die damals Tau über den Discord gekauft haben. Ja, das habe ich persönlich, mag jetzt vielleicht ein bisschen disqualifizierend, als ich anhören. Ich habe das noch nie gehört, dass man auch Cop2S jetzt über Discord kauft. Also natürlich kannst du alles über alles verkaufen. Ich könnte jetzt hier auch von Haustür zu Haustür Bitcoin verkaufen. Tau holt gerade Luft und das ist gut, meine lieben Freunde. Vor allem Neuen auch unter euch. Es ist absolut normal, wenn ein Acid wieder eine Pause hinlegt. Alle, die hier bei dem Bereich gekauft haben oder Tau vielleicht bei 10, 15 Dollar über den Discord gekauft haben, ich weiß gar nicht, woher die Preise waren, vielleicht könnt ihr das mal reinschreiben, die fangen jetzt halt einfach an, auch Gewinne mitzunehmen. Und wenn eine Seitwärtskonsolidierung von einem Acid, wie es hier beispielsweise im Dezember letzten Jahres war, für knapp, na, was waren das denn? Na, das waren gute drei Wochen waren das. Wenn so etwas seitwärts passiert und das Volumen auch abnimmt, dann ist das normal, dass auch Leute Gewinne mitnehmen. Das ist gut. Das ist auch immer so, das ist, Leute, ich muss das auch mal ganz ehrlich sagen. Und sorry, wenn ich jetzt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen von Kopf stoße. Das ist so ein ganz deutsches Thema. Ihr habt immer diese Steuerfrist im Kopf. Ihr habt immer, ich muss bei einem Preis verkaufen. Ich muss immer, ich muss alles mit mal verkaufen. Seid mir nicht böse. Die wirklichen Experten, die wirklichen Cracks im Kryptomarkt, die wirklichen Cracks, sagen wir mal, im Investitionsmarkt, ja? Wir sagen mal Investitionsmarkt, egal ob es nun Edelmetalle sind oder vielleicht auch Börsen, also Aktien, Stocks hatte ich im Kopf gerade, Aktien, die gehen nicht in einem Schritt raus. Die gehen in drei, vier, oder fünf Schritten raus. Die nehmen Teilgewinne mit. Und das ist so ein Problem, was der normale Crypto-Investor immer im Kopf hat. Ich habe diesen einen Punkt. Ich will bei diesem einen Wert verkaufen. Und das ist falsch. Nehmt euch Teilgewinne mit. Freut euch über einen Teilgewinne. Freut euch über einen 10x. Wartet nicht auf einen 100x. Natürlich ist ein 100x geil. Leute, ich warte bei GQ auf einen 100x. Ich warte auch bei Chainback auf einen 100x. Das wird auch passieren, meiner persönlichen Meinung nach. Denkt dann bitte, keine Finanzsatz-Anlageberatung, das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte es einfach nur gerne mit euch teilen. Aber macht nicht den Fehler und wartet immer auf diese eine Summe. Und das ist genau das, was jetzt auch gerade bei Betensor passiert. Schaut doch mal. Wir haben jetzt zwei wirklich starke Wellen gehabt. Wir haben eine Aufwärtsbewegung von knappen 50 US-Dollar gehabt. Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. Wir haben hier ein 7x teilweise im Peak gehabt. Ein 7x. Und dass da dann Investoren einfach auch mal Geld mitnehmen, das ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen runtergefahren. Leute sind wieder eingestiegen, wieder hochgefahren. Schaut euch mal diesen Peak an. Lasst mal gucken. All-Time-High. All-Time-High. 775 Dollar. Leute, das ist ja nur krank. Das ist ein 15x von dem Zeitpunkt hier, wo wir hier das Tief hatten. Das ist doch vollkommen in Ordnung, dass Leute Gewinne mitnehmen. Und das Ding, der bandet auch noch weiter, meiner persönlichen Meinung nach. Super Anwendungsfall. Mega Riesen-Community. Und da steckt halt einfach auch was hinter. Und wenn ihr euch mal anguckt, hier auch das Volumen hier, das ist ja auch stetig am Steigen. Also von daher, ich hoffe, du bist noch bei uns, Simon Broderick, trotz der Performance-Probleme hier. Nochmal, stand über mein Haupt. Ich werde es irgendwie fixen. Ich weiß noch nicht wie, aber das ist einfach meine Meinung, warum Tau aktuell gerade Luft holt. Ich würde es nicht schächeln nennen, lass es uns Luft holen nennen. Und das ist normal im Kryptomarkt. Es gibt Aufwärtsbewegungen, es gibt Seitwärtskonsolidierungen, es gibt Leute, die Gewinne mitnehmen und das ist auch cool. Das ist gut und das ist absolut richtig, meine Lieben Freunde. So, ich sage, das haben wir geklärt. Dann würde ich sagen, Aris Orthchain, kannst du dir bitte NetTensor anschauen? Die arbeiten auch mit GQ zusammen. Okay, habe ich auf dem Schirm, habe ich mir schon tatsächlich auf die Liste geschrieben. Mache ich mal. Ich glaube, du hattest auch schon mal in den Kommentaren kommentiert. Von Phil Hashtag, danke für den Tipp mit Carly Chain. Schmeckt, hast du hier auch bereits Gewinne realisiert? Ja, mein Lieber. Tatsächlich habe ich das gemacht. Ich habe ja in meinem Video zu Carly Chain auch ganz klar kommuniziert, dass man bei ICOs immer vorsichtig sein muss. Leute, und Carly Chain, das sage ich auch sehr offen und ehrlich, wie es ist, so wie es im Video auch kommuniziert war, das ist eine bezahlte Partnerschaft gewesen. Die sind auf mich zugekommen, die haben gesagt, lieber David, wir finden dein Content ganz toll, möchtest du bitte mal ein Video über Carly Chain machen? Würdest du dir das mal angucken, ob das für deine Community vielleicht interessant ist? Und ich finde es jetzt gar nicht gerade, wo Carly Chain ist. Okay, egal, doch, hier ist es. Und tatsächlich habe ich mir das Projekt angeguckt, ich habe mir das Team dahinter angeguckt mit dem Founder, ich habe mir die Idee angeschaut und ich finde sie gut. Ich persönlich finde sie gut. Ich habe einen Hunderter rein investiert, ich könnte mir in den Hintern beißen, dass ich nicht mehr rein investiert habe, was natürlich totaler Mist ist, dass David das nicht gemacht hat. Aber ihr wisst ja, wie es immer ist, man kauft von dem guten Zeug zu wenig, von dem schlechten Zeug immer zu viel. Von daher, leider nur ein Hunderter bei Carly Chain reingepackt, aber ich kann mir eins sagen, ich habe meine 50% Token, die ich schon bekommen habe, habe ich sie direkt auf Maxi beim Listing bei 8,2 Cent verkauft. So, jetzt ist es natürlich auch wieder, jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja David, da hast du ja auch wieder Gewinne liegen lassen, hat der David. Ist dann aber so. Ist doch nicht schlimm. Leute, ich habe die Hälfte meiner Token, die ich hatte, bei einem knappen 7x verkauft, habe damit meine Investitionen wieder gesichert und habe sogar einen Gewinn mitgemacht. Also, da bin ich dankbar für. Ich habe noch 50%, die lasse ich jetzt auf jeden Fall aufgrund dieser Preisentwicklung hier auch noch liegen, weil der performt ja einfach. Der macht wirklich eine schöne Aufwärtsbewegung. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass er wieder anfängt runter zu korrigieren, irgendwo bei 4, 5 Cent landet, dann wäre ich da noch mal wieder eingestiegen, schön tief. Aber wisst ihr, so ist es halt. Charts lesen im Nachgang kann jeder ganz einfach. Ja, das ist, das ist halt so. Übrigens, jetzt, ich muss nochmal, ich muss dir nochmal eins erzählen, wenn ich so ein Video aufnehme, wenn ich so eine Coinanalyse aufnehme oder eine Portfoliobewertung oder irgendwas anderes mache, dann ist das eigentlich relativ entspannt. Dann quatsche ich in die Kamera, dann weiß ich, was ich später schneide und dann ist das gut. Aber, also, so live ist schon eigenartig, ist schon seltsam. Ich rede hier die ganze Zeit rein, habe als Feedback den Chat. Fühlt sich komisch an, aber ich finde mich mit rein. Ich verspreche euch eins, wenn wir im Anfang, wenn wir im Juli wieder zurück in Deutschland sind, dann wird das mit den Livestreams auch besser. Und wir haben eine gute Internetleitung in Deutschland, da verspreche ich euch, wird das so nicht mehr passieren. So, Schluck Wasser, kein Wodka. Genau. Das wird dann auch mehr werden, damit ihr auch ein bisschen routiniert, dann machen wir sowas auch vielleicht wöchentlich, vielleicht auch zweimal wöchentlich, mal gucken, wie die Zeit ist und wie das alles auch passt. Wird eh super, super spannend, meine lieben Freunde, was in Deutschland wieder passiert. Ja, wir arbeiten an ganz vielen Sachen im Hintergrund. Ich kann euch sagen, da wird es auch noch ein paar eigene Videos zu geben, da wird es auch noch ein paar eigene Informationen zu geben. Bei mir persönlich und auch beruflich ändert sich gerade eine ganze Menge nicht unbedingt toll, aber das machen wir mal separat irgendwann. Aber wir sind ja hier von Cryptospace und nicht, um über David privat zu sprechen. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, haben wir das Thema mit Carly Chain auch abgehandelt. So, wir müssen kurz gucken, wo waren wir gerade? Phil hatten wir auch. Philipp, ich hoffe, Phil, ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Robert Dietrich, die Frage an alle XRP geswappt. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, ich hoffe, ich habe es beantwortet. Von Tom Böhmer, fahre gleich zur Arbeit und mache ein Hörbuch draus. Das ist gut. Ich hoffe, das Hörbuch ist dann nicht ganz so, ja, so ganz enttäuschend aufgrund der ganzen Stotterer. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich ein bisschen gerade abgeschwiffen. Wo waren wir denn? Mein lieben Freunde, es tut mir leid. Aber das bin ich einfach live. Ich bin dann auch ein kleines bisschen planlos. Ich versuche natürlich immer meine Videos absolut en vogue auf den Punkt tatsächlich den Content zu bringen, aber manchmal, manchmal schwächle auch halt ich langsam. So, jetzt muss ich echt mal im Chat rum suchen. Wo waren wir denn? Christian, raten wir noch nicht. Schaltet doch mal alle auf 360. Ich glaube, hier waren wir. Sorry, ich habe es wieder gefunden. So, das Hörbuch hatten wir. Dann haben wir Quasser Wanz. Was ist eure Meinung zu VRA? The Recity. Ja, ich weiß, da gab es ganz, ganz viele Neuigkeiten in der letzten Zeit. Ich habe mich tatsächlich bedingt durch Arbeit und Familie und wir befinden uns gerade mitten im Umzugstress. Leute, ich muss gerade einen 40-foot High-Cube-Container besorgen, wo alles, was wir hier im Haus haben, reinpasst. Auch mit den ganzen Umzugsfirmen das klären, Angebote einholen. Wisst ihr, was ein 40-Fuß-Container kostet, um den von Amerika nach Deutschland zu bringen? Schätzt mal. Okay, wir machen kein Schätzen, aber mit allem, mit Einladen, mit Verpacken, mit Versicherung, da bist du gute 23.000 Euro los. Mit wirklich Transport, Verzollung, hier abholen, rüberbringen, auspacken, Material mitnehmen. Das ist schon nicht ganz ohne. Wir machen auch noch eine Room-Tour am letzten Tag, verspreche ich euch, zeige ich euch mal, wie das Haus ist, dass ihr da mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Bin ich mal ganz gespannt, was ihr auch dazu sagt. Tatsächlich ist der Baustil in Amerika echt strange. So, Veracity. Ja, wie gesagt, Veracity, muss ich mir noch ein bisschen einländen, ich weiß, da ist ein bisschen was passiert in den letzten Tagen, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Sorry an der Stelle. Von Basti Miller 1. Es läuft schon seit zwei Minuten rund. Okay, super. Ich hoffe, es bleibt auch so. Leute, nochmal, sorry, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Basti Miller, mal schalten wir alle auf 360p, ja genau, ein bisschen runterskalierend. Vielleicht nehme ich auch einfach in zu hoher Qualität auf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, seitdem ich die Lumix Spielegeflexkamera habe, habe ich auch nicht mehr aufgenommen. Jetzt sollte ich auch in der Aufnahmequalität ein bisschen runterschrauben. Vielleicht ist das auch der Punkt. Aber wie gesagt, ich verspreche euch, ich habe es im Vorfeld getestet, weil ich hasse Fehler. Ich hasse Fehler bei mir selber. Ich habe eine sehr hohe Fehlertoleranz bei anderen Leuten, aber ich hasse Fehler bei mir selber und das ärgert mich gerade so sehr. Es tut mir so leid. Ich habe es oft genug gesagt. Okay, Christian B. Nolte. Ich finde es merkwürdig, du versuchst es möglich zu machen, dass Archiv auf einer Exchange kommt und dann wollen die Gründer es gar nicht, weil es zu viel Dollar kostet. Christian, schöner Punkt. Ihr wisst ja selber alle, wir haben über Archive auch eine ganze Menge Content gemacht und Leute, ganz kurz nur, ich will da kein Disclaimer draus machen, aber ich bekomme von Archive kein Geld. Bekomme ich nicht. Das war ein Tipp tatsächlich von einem Community-Mitglied von Conny. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ob sie auch an dich, Alter. Geil gefunden. Richtig gutes Projekt. Und wir sind bei Archive wirklich bei einem Kurs rein. Ja, das muss ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Wir haben Archive beim Kurs von 0,0027 US-Dollar. Hier. Hier haben wir Archive vorgestellt. Und jetzt schaut euch mal an, wie das Ding losgerannt ist. Der hat in der Spitze ein 4x gemacht, was einfach nur absolut gestört ist. Der testet jetzt hier gerade, das müsst ihr nochmal reingucken, hier. Der testet wirklich seit, na, 4 Wochen. Seit 4 Wochen. 4. März, mein Geburtstag. Seit dem 4. März testet der immer wieder den 1 US-Dollar an, den 1 Cent an. 1, 2, hier war er auch kurz mal dran, ist hier tatsächlich bei Dextools ein bisschen verzerrt. Bei CoinGecko Terminal sieht man das ein bisschen besser. Ich habe tatsächlich bei Chainback sehr, sehr viel Druck gemacht, dass CoinEx zum Beispiel Chainback listete. Ich habe mir auch Preise eingeholt, Angebote eingeholt, was Maxi nimmt. Maxi nimmt tatsächlich für ein Listing 30.000 US-Dollar und 30.000 Dollar in Liquidität. Sprich, du musst ja den Token bereitstellen, dass erstmal die Anfangsliquidität da ist. Das Geld kriegt dann das Projekt wieder. Aber das musst du erstmal nachhaben. Also sprich, in Summe kostet ein Projekt 60.000 Dollar, um es bei Maxi zu listen. Das ist mal eine ganz interessante Summe. Ich weiß, dass Binance beispielsweise eine halbe Million nimmt für ein so unbekanntes Projekt. So, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Christian, ich bin tatsächlich dem Team ganz massiv auf den Sack gegangen. Und das meine ich so ernst und so ehrlich, wie ich es meine, wie ich es sage. Ich meine es so ernst, wie ich es meine. Ich meine es so ernst, wie ich es sage. Ich bin ihm im Discord, ich bin ihm im Channel, im Telegram-Channel auf den Keks gegangen. Ich habe den E-Mails geschrieben, ich habe mir die Leute einzeln rausgepickt. Ich habe wirklich mich reingebissen. Ich liebe ja sowas. Also ich kann das ja irgendwie Claymanagement und Leuten auf den Keks gehen, das kann ich super. Wer mich beruflich kennt, weiß das. Ich bin auch echt ein Dreckskerl, wenn ich mein Ziel nicht kriege. So, wie auch immer. Jedenfalls waren die Angebote da, wir hatten die Gruppen erstellt, wir haben mit den Leuten gesprochen und dann sagt das Team auf einmal gar nichts mehr. So, bis zu dem AMA. Wenn ihr auch noch mal in mein Video reinschaut, was ich tatsächlich vor, na, zwei Tagen haben wir das veröffentlicht. Gestern, am Donnerstag ist es gekommen. Da habe ich auch zu dem Thema noch mal ein bisschen was erzählt, warum es jetzt so ist, wie es ist. Ich habe mal die gesamte Token-Allocation aufgedröselt und die ist auch nicht offen einsehbar. Von dieser eine Million, danke, eine Milliarde Token sind tatsächlich nur vier Prozent beim Team selber und vier Prozent ist nicht viel. Das sind momentan gerade mal, muss man dazu sagen, 270.000 US-Dollar an Vermögen, was das Team selber hält, für Weiterentwicklungen und vor allem auch für Listings. Und wenn ihr jetzt seht, dass davon weit über ein Fünftel schon für ein Listing bei einer Top-Börse wie Maxi benötigt wird, dann überlegt das Team natürlich meiner Meinung nach zweimal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. So, nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch noch eins sagen, gerade zur Archive. Leute, das ist ein Micro-Cap. Das ist ein Projekt, was im kompletten Handelsvolumen, in der kompletten Marktkapitalisierung unter sechs, sieben, acht Millionen US-Dollar liegt. Das ist so ein kleines Projekt und das ist so, wie sagen wir am besten dazu, kritisch zu bewerten. Ja, wenn ihr eure eigene Risikobeurteilung macht, ist das so kritisch zu bewerten, dass ihr euch wirklich überlegen müsst, wie viel stecke ich da rein. Ich persönlich habe, ich glaube, knappe 3.500 Dollar in das Projekt reingesteckt. Total geisteskrank. Ich muss ehrlich sagen, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal machen, aber ich habe zum guten Kurs einkaufen können. Mir gefällt die Idee dahinter. Wie gesagt, wenn ihr das Projekt nicht kennt, guckt gerne bei mir auf dem Kanal einmal auf, dass ihr es euch nochmal anschaut. Aber das ist halt einfach, was wir momentan gebrauchen. GPU und CPU Rechenleistung vermieten. An andere Unternehmen bereitstellen. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und da machen die Jungs einfach auch ein bisschen was Revolutionäres, ein bisschen was Neues. Und deswegen bin ich da einfach relativ früh auch eingestiegen. So, ich muss nochmal einen Schluck trinken hier. Ich rede hier jetzt seit einer Dreiviertelstunde Pausen los. Ich rede gerne viel. Ich rede gerne. Ich höre mich nicht gerne selber reden. Kleine Diskriminierung. Ja, Christian. Aber Christian, nochmal, um vielleicht auf deine Frage abschließend zurückzukommen. Chainback muss man sehr kritisch betrachten. Und Leute, auch wenn ihr neu im Kryptomarkt seid, bitte, 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 bitte. Ich sage das auch in meinen Videos immer. Nicht darauf hören, was David sagt. David kann sich rhetorisch gut ausdrücken. Macht den Eindruck, als wenn er sich mit den Projekten lang beschäftigt hat. Macht David auch. Aber ich kann auch was übersehen. Ich kann auch einen Fehler machen. Und es ist letztendlich euer Geld. Von daher, bitte schaut, dass ihr nur in Projekte rein investiert, die selbst zu eurem, zu euch passen. Zu eurer Lebenssituation passen. Zu eurem Investitionsverhalten passen. Zu eurem Wertegroß passen. Wertegroß ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nicht einfach nur rein investieren, weil vielleicht David das sagt. Oder weil jemand anders im Cryptospace das sagt. Das ist ganz, ganz schlecht. Oder ein Kumpel das sagt. Weil letztendlich euer Geld. Ja, ganz, ganz wichtig, meine lieben Freunde. Okay. Christian, ich hoffe, Frage beantwortet. Wenn ich nochmal schreiben, gell. Attilo, hallo, lieber David. Ja, lieben Goofs auch zurück an dich, mein Lieber. Auch ein geschätztes Mitglied unserer Community. Lese ich auch ganz, ganz viel. An der Stelle auch nochmal, Leute, ich bin mega, 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 mega dankbar über all euren Support. Ich freue mich mal wirklich über jeden Kommentar, über jedes Like. Wir haben hier eine ganz geile Community. Wir haben hier wirklich in so einem Bärenmarkt, ja, also wir haben uns von den Bären so anlecken lassen, habt ihr alle durchgehalten und das kann ich immer nur sagen, ey, Props gehen an euch raus, dass ihr euch mit dieser schwierigen Materie beschäftigt und wirklich auch sagt, hey, wir machen hier weiter und wir beißen uns durch und wir gehen voran. Leute, das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt, ihr habt 95% der Weltbevölkerung einiges voraus und ihr seid einfach weitsichtig und dass ihr das zusammen mit mir teilt, zusammen diesen Kanal hier aufbaut, ehrlich, wirklich, wenn ich euch ein Herz geben könnte, würde ich das gerne machen. Oh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, dann würde ich sagen, Robert Swatzky, sorry, ich bin vielleicht den Namen falsch ausgesprochen, habe, wie nimmst du deine Gewinne aus der Börse? Ich meine, USDT oder sofort in Euro? Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten. Also, Robert, erstmal für mich persönlich, zum jetzigen Zeitpunkt zahle ich nichts aus. Also, alles das, was ich jetzt vielleicht an Gewinnen mitnehme oder vielleicht, sagen wir mal, erstmal Investitionen rausziehe, was ich bei vielen Projekten gemacht habe, das reinvestiere ich momentan gerade. Von daher nehme ich es noch nicht raus. Ich habe natürlich an gewissen Stellen, nehme ich auch mal Geld wieder aus dem Markt raus. Das kann sein, dass sich das um Provisionen handelt, um Affiliate-Links handelt. Und die bekomme ich ja hauptsächlich in USDT. Wenn zum Beispiel Wallet-Verkäufe sind, über Tangem und allem, und dran. Da wird es übrigens zum Ende dieses Jahres auch ein ganz großes Video geben. Leute, ich verspreche euch das. Es wird eine komplette Übersicht geben, was habe ich, wann, wo, wie viel verdient. Das möchte ich euch gerne geben. Ich habe es aus taktischen Gründen für 2023 nicht gemacht. Ich hätte es so gerne mit euch geteilt, aber ihr werdet Ende dieses Jahres verstehen, warum ich es nicht machen konnte. Ich möchte das gerne mit euch teilen. Euch steht das auch zu, meiner Meinung nach. Okay, war aber nicht die Frage. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Entschuldigung. Wenn ich persönlich USDT auscache in Euro, mache ich das momentan über Swiss Money. Da gibt es auch ganz viele Videos hier bei mir auf dem Kanal. Ich will jetzt keine Werbung für machen. Ist für mich ein guter Aggregator, um Crypto-Assets auszutauschen. Nebenbei habe ich aber auch noch über Binance einen Account, über den ich auch auszahle. So, jetzt kann ich mir die Nase. Ach, das ist mir auch immer noch im Livestream. Sorry. Ach, schiefe Nasenscheide, ich hasse das. Heuallergie, seitdem ich sechs bin. Meine Eltern haben Reiterhof. Was meint ihr? Ich konnte nie irgendwie beim Heumachen mithelfen. Das war immer eine super Ausrede für mich. Finde ich ganz toll. So, genau. Also ich cashe über Swiss Money aus, nutze dann auch die eigene Kreditkarte, mit der ich dann beispielsweise auch direkt selber Sachen bezahle. Gibt es auch bei mir in den Shorts ein paar Videos, wo ich beispielsweise dann auch mal einen Tisch bezahlt habe hier in Amerika oder auch mal Benzin bezahle. Klappt wirklich gut, bin ich super happy. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Und bei Binance auch ganz normal KYC anmelden, Kontoadresse hinterlegen und damit nehme ich dann meine Euro raus. Ich persönlich, das ist meine Einstellung, die mag jetzt vielleicht falsch sein, schreibt gerne was in den Chat rein, wenn ihr es anders seht. Ich persönlich cashe oder behalte nichts in USDT. Ich habe maximal 400, 500, 600 Dollar in USDT rumliegen. Ansonsten geht das für mich immer gleich in den Asset rein oder in tatsächlich Euro, weil ich vertraue USDT null. Ich habe dann lieber Geld in MZ-Kartoren liegen, beispielsweise anstelle in USDT. Aber gerne mal eure Meinung dazu mal unten rein. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr es macht. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein kleines bisschen oldschool. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter mit M hoch 4. Hallo, hast du Kogito Finance? Ne, habe ich nicht. Und den CGV im Visier? Ne, tatsächlich habe ich mir nicht. Gucke ich mir aber mal gerne mal im Nachtrag an. Also, ich gucke mir natürlich im Nachgang auch nochmal all die Kommentare an. Ihr seht, das wird ja alles mit aufgenommen. Und dann schaue ich da mal rein, wenn es interessant ist. Leute, ich kriege wirklich jeden Tag, ich kriege jeden Tag, ob ich es glaube oder nicht, ich will das auch nicht hochdramenklicken lassen, ich kriege zwischen 10 und 20 Infos von euch. Hey, guck dir mal das Projekt an, guck dir mal den Coin an, der könnte gut sein, der könnte super sein. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin mega dankbar über euer Feedback, über euren Input und wir haben auch geile Projekte schon gefunden, allein durch die Community. Ich habe tatsächlich so ein, zwei Leute, wenn ich mich dann mal austausche und wo wir einfach mal gucken und sagen, hey, was sagst du zu dem Projekt? Und dann geht man mal in die tiefere Research rein. Aber tatsächlich, ich schaffe es gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie, müsste ich mich klonen wahrscheinlich. Tobi K. Hallo zusammen. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Torsten Hofheinz, guten Abend an alle, servus David. Torsten, liebe Grüße zurück, ich hoffe, du bist noch da, trotz der schlechten Streaming-Qualität. Ich gelobe Besserung. Von Helen, ja, das mit dem Gründen von Archive wirft echt Fragen auf. Ja, mit dem Gründen, ja, verstehe ich, wie gesagt, hatten wir kurz geklärt. Ihr merkt es auch gerade, ich hasse vorlesen. Ich bin, ich bin, ich hasse vorlesen. Ich habe das in unserem Telegram-Kanal schon mal ein bisschen gucken lassen. Meine Eltern haben leider sehr, sehr wenig Wert auf Bildung gelegt in jungen Jahren von David. Deswegen habe ich alles später nachholen müssen. Ich habe tatsächlich, bis ich 19 war, nicht ein Buch gelesen. Ich konnte keinen Satz fehlerfrei schreiben. Das habe ich mir alles nachbekommen müssen. Deswegen sieht es mir ein bisschen nach, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber gut, ich glaube, besser zu schätzen. Phil, sorry, den Smiley, der Smiley sollte da nicht hin. Alles gut, Phil. Alles in Ordnung. Phil ist ernst gemein. Dankeschön. Delta Hotel, ja, gut jetzt. Super, danke fürs Feedback. Freut mich, wenn die Qualität ein bisschen besser ist. Thorsten auch noch. Bildung gut. So, von Ich, Du, Wir. Auch ein cooler Name. Hallo, ich bin nicht sicher, ob du Resendet kennst, aber ich bin so hin und her gerissen, ob ein Scam-Fail-Project, ist, wie denkst du darüber? Ja, tatsächlich, Resendet, ich finde Resendet sehr gut. Ich finde Resendet super. Resendet ist halt, die haben einen ganz großen Fehler gemacht. Resendet hat sich zu viele Content Creator reingeholt, die zu viel Werbung dafür gemacht haben. Das ist meine persönliche Meinung. Das Projekt hätte sehr, sehr gut werden können. Resendet hat ja, das darf man nicht vergessen, ich habe darüber auch schon in einem anderen Video gemacht, beziehungsweise in einer Portfoliobewertung erwähnt, oder auch in Small- und Micro-Cap-Projekten erwähnt. Resendet ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig gutes Projekt, was mit einem bestehenden Kundenstamm ein neues Narrativ aufmacht. Also sprich, ähnlich wie Filecoin es macht, beziehungsweise ja auch Archive machen möchte, File Storage auf der Blockchain zu machen. Und das ist einfach ein wichtiger, richtiger, super Anwendungsfall, Anwendungsfall bei Ihnen, Freunde. Das finde ich ganz, 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 ganz toll. Das ist, ähm, das ist großartig. Denn nochmal, du darfst nicht vergessen, das große Problem, was ja die meisten Blockchain-Projekte haben, momentan im Space gerade, ist, sie haben eine ganz tolle Idee und, ähm, müssen dann aber erst mal Kunden finden. Und Resendet hat bereits Kunden und muss nur noch ihre Idee implementieren. Sprich, ab einem bestimmten Punkt sagen die, und jetzt, lieber Kunde, musst du auf die Bezahlversion mit dem Resendet-Token gehen. Und das wird, meiner Meinung nach, ähm, wirklich gut werden. Meiner persönlichen Meinung nach. Sorry, ich hab einen trockenen Mund. Ähm, red hier ein bisschen viel gerade. Wird wahrscheinlich meine Mädels zu Hause freuen, weil dann kriege ich weniger nachher. Ähm, also, meiner Meinung nach, Resendet, ich werde von Ihnen nicht bezahlt. Ich finde es ein tolles Produkt, ich finde es ein tolles Projekt. Ähm, ich meine, sie sind jetzt auch gerade erst, äh, auf irgendeiner Messe gewesen. Ich glaube, in Singapur auf der, ähm, ich weiß nicht, wie sie hieß, auf der Singapur-Messe. Haben da auch wieder Leute getroffen. Ich müsste mal nochmal reinlesen. Äh, ich könnte jetzt keinem empfehlen, da rein zu investieren. Ich bin investiert, mit einer Summe von, ich weiß nicht, 3, 4, 500 Dollar. Ist aber momentan auch gerade im Minus. Da muss man einfach mal sehen. Meine Meinung. Von, äh, Tekken tun's, äh, ich hab mir Sologenic zugelegt, statt XRP. Oh, ich glaub, da machst du auch nichts falsch mit. Sologenic, äh, auch ein super stabiles Projekt. Beziehungsweise auch mit der, äh, Börse machst du da nichts falsch, meiner Meinung nach. Paul T. Schöne Grüße aus Osnabrück. Liebe Grüße zurück aus North Carolina, aus den USA. Carlos La Mama. Schön, dass du auch da bist. Äh, lese dich auch öfter mal unter den Kommentaren. Ähm, die Coins, die Coins nicht heiraten. Richtig. Nicht in Coins verlieben. Ganz schlecht. Äh, Arek Orchern. Es tut mir leid, ich, ich hoffe, ich hab dich jetzt, der Name nicht zu sehr vergewaltigt. Äh, Meinung zu Alchemy Pay. Alchemy Pay ist ein grundsolides Projekt. Äh, finde ich sehr gut. Habe mich nie, nie, sag ich jetzt, wirklich bis ins letzte, äh, äh, Fitzel rein investiert, beziehungsweise rein, ähm, ähm, gearbeitet. Äh, grundsätzlich aber ein grundsolides Projekt, meiner Meinung nach. Enes 0108. Hallo, schöne Grüße aus Aachen. Aachen, tolle Stadt. Bin ich oft gewesen. Mein Vater Springreiter. Äh, ist ein sehr großes Reitturnier. Ich hab persönlich auch selber viel geritten. Äh, wenn ihr die Bilder mit mir seht, mit dem blonden Mittelscheitel, lauft ihr alle weg. Äh, Wired singt weiter. Wieso? Ach, du, ganz normal. Korrektur. Wired, super Projekt. Ähm, haben wir bei mir auf dem Kanal ja auch, äh, sehr, sehr oft gehabt. V-A-I, der Wired Token. Äh, wer das Projekt zwar nicht kennt, kann ich einem jedem nur empfehlen. Ist ein Grund zu dies. Ein mega geiles Projekt. Äh, sieht natürlich jetzt aus, wenn du dir den Token mal anguckst hier, äh, nicht super toll aus, aber der KI-Butler auf der Blockchain. Und mehr braucht man dazu auch nicht mal wieder sagen. Wir haben das Narrativ AI. Wir haben die Versicherungsbranche, die ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach ist und die wirklich, ähm, zukunftsträchtig ist. Denn, tatsächlich, es muss alles irgendwie einfacher werden. Es kann auch momentan nicht sein, dass du beigehen musst und mit dem Versicherungsmakler Sachen wälzen, und, und, und. Du sitzt da wirklich Tage bei und musst dir die günstigste Versicherung aussuchen. Das macht Wired einfach für dich der eigene KI-Butler. Und, äh, äh, warum sinkt das Projekt? Du hast, lass mal auf einen 3-Monats-Chart gehen. Das sind für mich einfach nochmal Gewinnmitnahmen. Auch wieder hier das Thema, schau mal, die Leute, die hier eingestiegen sind bei 13 Cent, die haben jetzt ein 2x mitgemacht zum jetzigen Zeitpunkt. Die schichten um. Nochmal, es ist ja so, dass viele Investoren auch einfach mit einem 2, 3, 4x zufrieden sind, ja. Ich hab auch grad gesehen, äh, Jay hat da auch geschrieben. Äh, Jay ist ja auch jemand, der ganz klar sagt, Leute, nicht bis in seinem Limmerleins-Tag halten. Ich bin auch nach einem 4, 5x happy. Werdet erwachsen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen provokant sage, aber überdenkt eure Investitionsverhalten. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass man da mal überlegt, hey, macht das so Sinn? Ja, sollte ich da vielleicht, wirklich bis zum Monat X drin bleiben oder freue ich mich mal über einen schnellen Gewinn? Und lasst diesen, lasst diesen Irrdanken mit, ich muss Steuern zahlen. Natürlich ist es schlecht in Deutschland, wenn du mit einem Spitzensteuersatz von 42, 45 Prozent bei bist. Aber wenn du Steuern zahlst, heißt das im Umkehrschluss auch, du hast Geld verdient. Ich zahle gerne Steuern. In dem Sinne, ich hoffe, deine Frage zu weit ist damit beantwortet. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Sologenik Stadt, Köln heiraten, Eichmi Peek, und so weiter. Moin zusammen. Von unserem DidiDForce, auch erstmal herzlichen Dank an dich für die Kanalmitgliedschaft, weiß ich sehr zu schätzen. Danke für den Support an dich. Moin zusammen. Ähm, äh, erste fixe, ähm, erst fixe Abendessen, äh, nun darf ich Stream nachgucken. Herzlichen Dank, weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Ja, ich merke auch gerade, ich habe irgendwie wahrscheinlich ein Stück Whisky zu viel genommen. Sorry. Kai Schäfer, ich gucke jetzt auch, leicht verzögert, so geht es bei mir. Kai, herzlichen Dank, äh, ja wie gesagt, spult ein bisschen zurück, wenn ihr gleich up to date seid und sofort bei seid, ist leider Verzögerung. Ich weiß nicht, was es ist. Ich lasse mittlerweile über mein Handy laufen, weil ich in diesem Drittweltland Amerika hier bei uns in unserem Café in North Carolina irgendwie wahrscheinlich gerade alle nebenbei irgendwas anderes machen. So, ähm, Pocket Fuel of Crypto. Ich habe 100.000 XRP. Alter Schwede, ey. Christian, Respekt. Ein Drittel meines XRP-Bestandes auch letzte Woche bei 63 Cent verkauft. Okay, äh, ich hatte diese für 16 Cent, okay, das ist gut, ähm, eingekauft, gehabt, aber nun in ETFs All Country wird gesteckt. Wunderbar. Also, ganz ehrlich, wie gesagt, nochmal, es ist halt immer so, man tut sich schwer damit, ja. Ich habe persönlich meine XRP auch leichte Minus verkauft. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe trotzdem bis jetzt Gewinn damit gemacht, beziehungsweise ich habe ein deutlich besseres Revenue erzeugt, als ich es langfristig gehabt hätte, oder bis jetzt gehabt hätte. Deswegen, ich fühle mich besser damit. Es muss aber zu euch passen, ja. Bitte fangt jetzt nicht an, eure XRP zu swappen, nur weil David das sagt. Das ist meine persönliche Meinung. Das heißt nicht, dass ihr das auch so machen müsst. Das heißt nicht, dass es so richtig ist für euch. Ja, meine lieben Freunde? An der Stelle auch nochmal danke. Wir paddeln so zwischen den 300 Zuschauern. Schön, dass ihr mir trotz der bescheidenen Streaming-Qualität so die Stange haltet. Okay, das war es auch zweideulich. Die Latte haltet ist auch nicht besser. Egal, wir lassen das mal. Schön, dass ihr so lange, dass ihr dann bei bleibt. Danke euch. Mann, meine Nase krabbelt. Was würde ich jetzt für ein Taschenduch geben? Soll ich das euch hier reinschnurzen? So, dann gucken wir mal mit Timo Poich. Ich wäre dir super dankbar, wenn du den Livestream online bleiben könntest. Ja, ich bleibe auf jeden Fall bei. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. ETF All Country World. Da muss man mal gucken. Hört sich interessant an, Christian. Das schauen wir mal. Ja, XRP kannst knicken, woanders mehr geht. Ja, Tropical, da hast du grundsätzlich recht. Das ist ja auch mein Grund gewesen, warum ich da einfach geswappt habe. Ein bisschen was. XRP macht es richtig. Alles geplant. Und wenn es an die Anwendung kommt, wird es durch die Decke gehen. Kann aber noch dauern, da viele Coins USW aber über Ripple laufen wird. Ja, das ist richtig. Ripple wird auch langfristig XRP zurückkaufen. Das machen sie ja jetzt schon. Sie nehmen ja nichts mehr, was aus dem Eskro rauskommt. Sprich, diese Summe, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt gerade im Eskro drin sind. Gucken wir einfach mal nach. Gucken wir mal nach. XRP, das war auch schon lange nicht mehr eingegeben. Alles, was im Eskro drin sind, sprich, wir haben ja noch 54, nee, gar nicht, nee, wir haben, ja, okay, knappe 45 Prozent, die im Eskro noch gelockt sind. Davon nimmt ja Ripple nichts. Sprich, die bedienen sich ja am normalen Retailermarkt, was ja auch nicht schlecht ist, was in Ordnung ist, was okay ist. Das wird so kommen. Die werden ihre Assets zurückkaufen und werden dann sagen, ha, ihr Retailer, wir haben euch verkackeiert. Ah gut, das ist dann einfach so. Ich bin raus, oder ich bin nicht raus da, ich habe deutlich reduziert. Ist einfach auch eine Risikominimierung für mich, da ich einfach auch viel zu hoch in XRP investiert war. So, das hatten wir gehabt, die Enziger Michael. Wenn eine schnelles Geld machen will, dann ist XRP falsch. Ah, okay, ja, Michael, aber schnelles Geld, ich halte XRP über vier Jahre. Ich behalte jetzt noch ein Viertel und das bleibt auch liegen, das wird nicht angerührt, aber das ist in Ordnung. Findet eine XRP-Entscheidung? Absolut richtig. Haben meine XRP ebenfalls vor zwei Wochen komplett abgestoßen und in Cardi-Chain investiert. Okay, ob man das jetzt in Cardi-Chain machen sollte, das würde ich jetzt persönlich nicht machen, TK, aber wichtig ist, dass du cool mit deiner Entscheidung bist und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Mufasu, 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 so, ich habe den Namen nicht zu sehr vergewaltigt. Sehe ich mit XRP auch so. Danke dir vielmals. AL3 Xandro T89, was sagst du zu Gamercoin? Zu Gamercoin? Ich glaube, Gamercoin ist sogar ein eigenes Asset gewesen. Also generell, Gamingcoins, wichtig, richtig, super, vernünftige Projekte auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich persönlich bin in XAI investiert, aber der Gamercoin selber, ich meine, das ist ein eigenes Asset, habe ich mir noch nicht angeguckt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, werde ich mal im Nachgang mir mal aufschreiben und angucken. Avenger Soft of Person. Den Namen müssen wir echt nochmal arbeiten, ne? Eure XRP könnt ihr getrost verkaufen, wenn ihr auf die Anwendung wartet. Reicht es locker für mich? 27, ja. Wahrscheinlich wirst du damit recht haben. Von General Kartoffelsalat. Ich finde, ich finde den Namen cool, ne? Auf das Potenzial von HAPI bin ich auch gespannt. Genau, HAPI-Protokoll, wie gesagt, kann ich einen jeden wirklich nur sagen, auf dem Schirm haben. Ich muss nochmal dazu sagen, und ich möchte jetzt denjenigen, der das damals gesagt hat, nicht denunzieren. Ja, es gab da zwei Kommentare unter den Videos, die mich persönlich wirklich schockiert haben. Da sind mir zu viele Ukrainer drin. Leute, bitte hinterfragt euer Wertesystem nochmal ganz kurz. Und bitte habt Respekt. Es ist doch egal, ob es ein Ukrainer ist. Ich bin Ostdeutscher. Ich bin in Dunkeldeutschland geboren. Ich bin so weit östlich geboren, dass wenn du da die falsche Straße nimmst, von der Weltkarte runterfällst, von der Weltscheibe runterfällst. So tief im Osten bin ich geboren. Aber ich kann euch eines sagen, ich bin auch ein Mensch. Und genauso sind es auch die Basisentwickler von HAPI. Das sind genauso Menschen. Das sind kluge Köpfe. Ihr werdet erschrocken, wie viele, wie viele Top-Entwickler, Top-Programmierer, Top-Ingenieure aus den Gefilden kommen. Russland, Ukraine, den gesamten Ostblock. Bisschen mehr Respekt. Ich hoffe, es für sich ist keiner persönlich angesprochen, aber das ist doch egal, wo das Team herkommt. Komplett egal. Deswegen, HAPI-Protokoll, muss ich eigentlich sagen, ich sehe da ganz, ganz großes Potenzial und sehr, sehr viel Zukunft drin. H-Armin, was ist mit Don? Kann ich dir gar nicht sagen, was du mit Don meinst. Vielleicht schreibst du nochmal drunter. Tropical nochmal, Dave, der Amex XRP Maxi wird so viel Potenzial verpassen. Achso, der arme XRP Maxi. Es tut mir leid, ich bin, wir rechnen nach dem Bullrun ab. Ich bin, ihr wisst, ich bin transparent. Ich zeige euch immer, wann ich was wo verkaufe, wie viel ich habe und ich bin mir auch nicht zu schade, nachher nochmal ein Video zu machen und sagen, David lag falsch, weil er XRP verkauft hat. Das ist dann einfach so. Ich gönne aber jedem wirklich seine, seine, sein Gewinn, seine, seine, seine Props, sein, sein Geld. Das ist, das ist gut, das ist richtig. Ich persönlich, wie gesagt, ich habe für mich eine andere Entscheidung getroffen. Guido, bekommt man ZK wohl noch etwas günstiger? Guido, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ja in meinem, in meinem Polyhedra Video ganz klar auch gesagt, wie ich investiere. Das könnte ich auch nochmal reingucken. Das ist vom letzten Montag, von dieser Woche Montag. Ich hatte mir tatsächlich eine Summe von knapp 3k zurechtgelegt. Wie gesagt, bitte, nehmt nicht meine Summe als Euro-Summe. Ich habe mir eine Summe von 3.000 zurechtgelegt. Ich habe 1.000 bei 2,80 Dollar ungefähr reingeworfen und hätte jetzt auch noch weiter eingekauft, wenn das Asset noch weiter sinkt. Da er das jetzt nicht gemacht hat, sondern gleich durchgestartet ist, habe ich mir gedacht, komm, es ist in Ordnung. Musst du jetzt auch nicht hinterherlaufen. Kommt er nochmal runter, kommt er nochmal in meinen Bereich rein, wo ich DCA betreiben kann, wo ich nochmal mein Durchschnittspreis senken kann. Dann kaufe ich natürlich gerne noch nach. Wenn nicht, dann ist das auch einfach so. Da muss man auch mal Danke sagen. Man kann nicht in allem immer hoch investiert sein. Das passt auch. Aber wie gesagt, Polyhedra, der ZK-Token, grundsätzliches Projekt, tolles Projekt, geile Investoren. Nochmal, geile Investoren. CashwithDave hat da auch nochmal ein Video zu gemacht. Kann ich ihm auch nur empfehlen, auch nochmal reinzugucken, in seine eigene Gruppe auch. Von daher, richtig und wichtig. So, was haben wir noch? Kinder, du hast recht, Dankeschön. Ich weiß nicht mehr wofür, aber danke für die Props. Natir Ben-Nur. Jetzt wird XRP gedumpt, aber ich kenne mein Glück. Sobald ich XRP swappe, erreichen wir die 587 Dollar. Ja, der Simpsons-Witz. Das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Ich habe eigentlich auch mal gerechnet. Wenn ich XRP swappe, steigt er. Hat er nicht. Mal sehen. Wir gucken mal. von Cats. Hi, also, dein Stream ist farblich generell 50 der Jahreszeit. Ja, sorry, das ist so mein Style. Ich bin, ich mag Schwarz-Weiß. Hatte mich tatsächlich Jay auch gefragt, am Ende unseres Videos. Wie gesagt, der erste Teil kommt bei ihm am Montag und der zweite Teil bei mir auch am Montag. Wir laden es gleichzeitig um 13 Uhr deutscher Zeit hoch. Warum mache ich Schwarz-Weiß? Leute, die Tapete im Hintergrund ist absolut Augenkrebs. Leute, wirklich Augenkrebs. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat auch mal immer mal ein paar Videos so, mal ein paar, mal ein paar, nicht Schwarz, wie heißen die? Storys. Danke, Storys. Das ist tatsächlich, die Tapete ist gruselig. Und meine Frau sagt zu mir, David, mach Schwarz-Weiß, das sieht immer edel aus. Sag ich mir, okay, machen wir Schwarz-Weiß. Tropical, immer DCA, im Dreiersplit ist gut, absolut richtig. Sorry, guten Abend, schönen Abend an dich auch zurück. H-Army, ich habe interne Informationen erhalten, dass Don bald auf Null geht. Okay, Don, ist das ein Essel? Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz rein. Don. Wir schauen da mal rein. Haben wir Zeit, oder? Also, weiß nicht, ob ihr noch was vorhabt. Meine Damen hoffen drauf, dass ich ihnen bald sage, ihr könnt nicht mehr, ihr könnt endlich was machen. Don, 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 Don-Ki. 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 Ist wahrscheinlich ein Esel drauf, ne? Don-Ki. Keine Ahnung, ob der auf Null geht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich kenne den Coin nicht, weil den Token ist. Natürlich wieder Ethereum, ist aber auch auf BNB verfügbar. Was soll das denn sein? Oh, 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 da würde ich nicht rein investieren. Kommt, die machen wir mal schnell weg, bevor irgendjemand sagt, den gucke ich mir nochmal genauer an. Der ist schon auf Null. Der ist schon auf Null. Sorry, der ist schon, nee, sorry, wer hat das geschrieben? Ha, Armin, die internen Informationen glaube ich dir aufs Wort, mein Lieber. Istvan, Süks, vielen herzlichen Dank für deinen Support, für deinen Kanalmitgliedschaft für Level 1. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. Avengers, but of personal, mein Lieber. Ketz, ja, okay, unterhaltet euch, das ist gut. Wie ihr e-mails gerade? Ich bin nicht so, ich bin nicht so super schnell im Chat. ich, mein erster Livestream seit einem Jahr wieder. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Januar Kartoffelsalat, meine größte Sorge ist, dass der Bullrun bereits 8 bis 10 Monaten endet. Habe am meisten, habe am meisten Ende des Jahres angefangen, dieses Jahr investiert. Ja, mein Lieber, jetzt mal ganz ehrlich, und das, äh, was sage ich jetzt dazu? Bleibt doch mal entspannt. Leute, wir werden es sehen. Also, ich bin ja, ich bin sehr, sehr viel im Austausch mit der RSFM und ich tausche mich sehr, sehr viel auch mit meinen Crypto-Kollegen aus. Ich finde es ganz toll, zu netzwerken. Ich liebe es, mich mit meinen Kollegen auszutauschen. Wie gesagt, an der Stelle auch, Grüße an euch draußen, äh, Dave, Jay, äh, Kryptowölfe. Ich, ich finde es ganz toll. Robin auch, ähm, vom Wolfsrudel. Schöne Grüße an der Stelle. Ich finde es ganz toll, sich auszutauschen. Und Leute, ähm, es gibt ja verschiedene Meinungen. Der eine sagt, äh, es wird nochmal einen Riesendamm geben, es wird nochmal einen Riesenabverkauf geben, wir werden nochmal Preise um die 40.000 sehen. Und die anderen sagen, und zu denen gehöre ich persönlich auch. Und das sage ich auch ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir nochmal die Möglichkeit haben werden, so günstig im Markt einzusteigen, wie wir es jetzt, restriktiv in den vergangenen Monaten, die Chance hatten. Denn, ihr dürft eine Sache wirklich, 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 wirklich nicht vergessen. Wir haben so viel institutionelles Geld jetzt hier drin. Ja, und ich habe das mal in einem der letzten Videos auch gesagt, ähm, durch die ETFs hier in den Staaten. Und ich, ich sitze hier, ja, ich kriege das ja wirklich live auch mit. Durch die ETFs hier in den Staaten haben wir, ähm, die riesengroße Möglichkeit, dass institutionelles Geld, institutionelles Geld, in Form von Rentenfonds, ja, Rentenfonds, in Milliardenhöhe, in diese ETFs reingepumpt werden. Leute, das passiert natürlich nicht mit dem Startschuss der ETFs, sondern, Fondsmanager schauen sich erst an, wie performt das? Wie ist die Assetklasse? Was macht der Bitcoin? Denn auch die müssen eine Risikobeurteilung fahren, wie ihr selber auch. Und die müssen sich nicht ihrem Partner gegenüber, oder der Familie gegenüber rechtfertigen, sondern die müssen sich Aktionären gegenüber rechtfertigen, die müssen sich der Belegschaft gegenüber rechtfertigen. Und Leute, das ist ein Punkt. Investitionen in die ETFs, die werden jetzt in den nächsten Monaten erst richtig heiß. Das wird erst noch so viel Geld rein spulen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gab so viele Nachrichten von den einzelnen Bundesstaaten hier, Virginia, South Carolina, Kalifornien, dass dort mittlerweile Gesetze genehmigt werden, die es ermöglichen, Rentenfonds von großen Unternehmen in ETFs reinzustecken, in Bitcoin ETFs reinzustecken. Das ist nicht wie in Deutschland, wo du aus dem Staat bezahlt wirst, sondern da sind große Unternehmen selber dran beteiligt und müssen tatsächlich ihre Investitionen, beziehungsweise ihre Rentengelder für die Mitarbeiter selber verwalten. Das ist nicht wie in Deutschland, dass das alles über das Land geregelt wird, sondern das macht wirklich jedes Unternehmen selber. Und die wollen natürlich Rendite erwirtschaften, die wollen Geld verdienen. Und da steckt ganz viel an der Seitenlinie. Und ich könnte euch eins gewiss sein, das ist meine persönliche Meinung, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr es anders seht, wenn das erstmal zündet, wenn das erstmal durchstartet, Leute, da wird es kein Halten mehr geben. Da wird es nichts geben, was noch diesen Preisanstieg von Bitcoin noch überschatten kann. Also ich bin da total geflasht worden. Ich verfolge diese Nachrichten auf ein, zwei, drei Twitter-Accounts mit den Genehmigungen von den einzelnen Bundesstaaten hier in Amerika. Weil hier macht ja wirklich jeder Bundesstaat sein eigenes Suppchen. Was am einen erlaubt ist, ist am anderen wieder nicht erlaubt. Ja, das ist super spannend. Das wird so viel Kohle in den Markt reinspülen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist krank. Das ist geistesgestört. Das können wir uns in Deutschland nicht vorstellen. Ich meine nicht, wir sind dumm. Ich meine wirklich, dass es einfach ein anderes Land ist, dass es ein anderes System ist. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn der Deutsche Bund auf einmal beigehen würde, wenn der Deutsche Bundestag beigehen würde und sagen würde, wisst ihr was, komm, wir stecken mal 20% der Gelder, die wir eigentlich für die Rentenzahlungen vorgesehen haben. Stecken wir jetzt mal Bitcoin rein. So ist das hier. So wird das hier passieren. Und das wird einfach nur krank werden. Das wird geil werden. Aber wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare rein. So, gut. Gehen wir mal weiter. Pregator. Hey mein Bester. Hey mein Bester zurück. Vielen Dank für deinen netten Kommentar. Sorry nochmal. Findest du Xai oder Portal vielversprechender? Ich habe mich mit Portal noch nicht beschäftigt. Muss ich fair sagen. Habe ich noch keine Zeit zu gehabt, deswegen Xai. Xai. Christian. Servus. Servus zurück. Onkel Igel. Unser Onkel. Unser härtester und schärfster Moderator. Schön, dass du auch da bist, mein Lieber. Danke, dass du vorbeikommst. Und Dr. Manu. Auch unser absoluter XRP-Maxi. Schön, dass du dabei bist, mein Bester. Claudia. Schön, dass auch du da bist. Danke dir. Onkel auch noch was geschrieben. So. Xen Krypto Deutschland. Xen, erstmal vielen herzlichen Dank auch an dich für deinen Support als Kanalmitglied. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Aber mal zu deiner Frage. Grundsätzlich finde ich sie sehr sympathisch, da sie jedoch damit werben, jeden Kommentar und jede Mail zu beantworten und es nicht machen, enttäuschen. Xen, mein Lieber, ich kann dir versprechen, ich habe dir das schon ein paar Mal unter den Kommentaren geschrieben. Ich habe jeden einzelnen Kommentar von dir beantwortet. Ich habe noch keine einzige E-Mail von dir bekommen. Schau vielleicht mal nach, ob du wirklich die richtige E-Mail hast. Leider Gottes löscht YouTube auch einige Kommentare, aber ich kann dir eins versprechen, ich habe wirklich jeden Kommentar von dir beantwortet und ich werbe nicht damit. Das ist einfach mein Credo. Ich möchte wirklich einen jeden, der sich die Zeit nimmt, mir zu schreiben, auch den gleichen Respekt zurückerweisen. Also schau gerne bei Insta, schau gerne unter dem Video nach, in den Kommentaren oder ich haue unter deinem Kommentar einfach nochmal meine E-Mail-Adresse rein. Schreib mir gerne persönlich. Ich habe von dir persönlich noch keine einzige E-Mail bekommen und ich gucke immer meinen Spam-Forder. Also das kann ich wirklich sagen, kann ich wirklich bestätigen. Ich antworte jedem. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich kriege wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich morgens aufwache von 5 bis 6 Uhr, ist die erste Stunde komplett nur mit Community-Pflege beschäftigt. Aber das mache ich gerne, weil ich tausche mich gerne mit euch aus. Ihr seid eine supergeile Community, ich kriege super Feedback von euch und nur so kann man wachsen und nur so kann man besser werden. Bakma-Meinung zu NetTensorNow. Hatten wir oben schon, habe ich mir noch nicht angeguckt. Steht auf der Liste. Sorry, habe ich noch nicht gemacht. Wampi. Wampi, cooler Name. Vielen herzlichen Dank für deinen Support über das Kanalbegliedschafts-Level 1. Weiß ich jetzt zu schätzen. Dankeschön. Von Bilal. Bilal, mein Lieber. Liebe Grüße auch an dich. Moin David. Space Smash schon angeguckt. Nein, habe ich noch nicht, mein Lieber. Er steht aber auch auf der Liste. Wie gesagt, ich habe wirklich jeden Tag den ganzen Schwung an Vorschlägen, die ihr möchtet, die ich mir angucke. Ich schaffe es eigentlich nicht. Ich bin noch nebenbei berufstätig. Ich habe noch eine kleine Familie mit meinen vier Mädels und meiner Frau. Die wollen auch immer noch ein bisschen was von mir und die vernachlässere ich seit anderthalb Jahren so massiv. Aber von nichts kommt nichts. Wir wollen uns hier ja im Crypto Space ein bisschen was aufbauen. Ein paar geile Projekte finden, gute Games mitmachen und das machen wir auch zusammen, meine Lieben. Brigator, WIF. Auch wenn es nur ein Meme ist, regt mich voll auf. 4,10 Dollar. Ja, ich... WIF. Ja, okay. Scheint ein Meme zu sein. Okay, kann ich nicht sagen. Sorry. Stoney Meloni. Ja, mein Lieber, auch du. Ich meine, du bist auch schon ein bisschen länger dabei. Ich habe dich auch schon ein paar Mal gelesen. Hey, weißt du, warum der Grayscale Chainlink Trust bei so einem hohen Preis steht? Kann ich dir eigentlich sagen. Habe ich mir nicht angeguckt. Grayscale Grayscale ist ja generell immer dafür bekannt, dass sie nicht unbedingt die günstigsten Gebühren haben und ich meine, der Grayscale BTC Trust war ja auch ein Trust, in den du erstmal nur einzahlen konntest. Es könnte natürlich sein, dass sie das jetzt mit dem Chainlink Trust genauso gemacht haben. Ist aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Gewähr drauf. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Schreibe ich mir mal auf bzw. gucke ich mir im Nachgang nochmal an. Herzlichen Dank für deine Frage, aber wenn ihr vielleicht da mehr Informationen habt, gerne mal in den Chat rein, meine lieben Freunde. Mausch Channel. Mausch Channel. Interessanter Name. Viele Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße zurück an dich. Was ist denn mit Bitcoin Cash los? Für das, für das, dass er schon des Öfteren für tot erklärt wurde, läuft er ganz ordentlich. Kann ich dir was nicht sagen? Lass uns nochmal reingucken. Bitcoin Cash. Bitcoin. Bit... Soll ich richtig schreiben, ne? C-U-I-N-G-A-S. Ich habe gar nicht das Kürzel dafür gerade. Bit. Bitcoin Cash. Da haben wir ihn. 4,92% Anstieg in den letzten Tagen wieder. Jetzt hier muss ich wieder ein bisschen Latenz runter. Soll ich nochmal richtig schreiben, wenn wir sowas reinschreiben, ne? Ja, guten Anstieg gemacht. Ist doch gut. Ist doch schön. Totgefährte... Totge... Totgefährte. Wer kennt sich die Totgefährten? Totgesagte Pferde leben immer länger. Ne, Totgesagte leben immer länger, ne? Hat nichts mit Pferden zu tun, aber Totgesagte leben ja bekanntlich immer länger. So, nennen wir das gar nicht ein, Moors-Chart. Okay, will er nicht. Lassen wir. Ist nicht schlimm. Gucken wir uns mal die nächsten Fragen an. Keine Ahnung, wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche Investoren geben, die reingeebt sind und hier von 332 Dollar und auf jetzt so ein gutes 2x gewesen. Herzlichen Glückwunsch an jeden, der da rein ist. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal... Oh, hier sind wir wieder. So. Gucken wir mal weiter. Danny, da unterhaltet ihr euch. Heiko Anui. Heiko, mein Lieber, auch vielen herzlichen Dank für deinen Support über das Kanal mit der Schatzlevel. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Schön, dass du da bist. Was Steuern angeht, juckt mich auch nicht. Ich kaufe trotzdem weiter, auch wenn ich die steuerfreie Zeit nicht schaffe. Besser Steuern als nachher gar nichts mitzunehmen. Leute, genau, das ist der Punkt auch. Heiko, absolut richtig, das sind halt einfach erwachsene Entscheidungen. Sorry, wie gesagt nochmal, ich will keinen denunzieren, ich will hier niemanden abwerten. Jeder investiert so, wie er kann, wie er möchte, wie er das für richtig hält. Und wenn einer sagt, ich brauche meine 365 Tage plus eine Sekunde, dann ist das gut. Aber ich persönlich, ich gehe nicht auf meine steuerfreie Frist rein. Das ist mir ganz egal. Wenn ich ein gutes Game gemacht habe, dann bin ich da auch raus. Und Leute, da können wir auch nochmal ganz kurz auf Chainback zurückkommen, das würde ich auch nochmal ganz kurz anbringen hier. Ich habe euch ja erzählt, wir sind hier damals bei 0,026, 0,027 ein. Wenn das Asset ein 7,8,9x gemacht hat, dann kann ich euch eins versprechen, dann bin ich da mit meiner Basisinvestition von meinen etwas über 3.000 US-Dollar, bin ich da auch raus. Dann nehme ich mein Geld dort wieder raus. Dann sage ich, vielen herzlichen Dank, nehme meine Chips vom Tisch, bedanke mich und lasse den Rest weiterlaufen. Ich habe momentan gerade 1,2 Millionen Archive-Token auf meiner Tangemolle liegen und davon werden 2.000 abgestoßen, sodass ich meine Basisinvestition wieder raus habe, kein Risiko mehr erfahre und fertig bin. Leute, da will ich einfach sagen, lasst uns kurz über Chainback sprechen. Ich hatte das auf der Liste noch drauf, dass wir da kurz einfach drüber quatschen. Und wir kommen auch noch zu dem ASI-Coin beziehungsweise was die Thematik mit dem ASI-Coin und auch dort dem Thema Steuern angeht. Denn das ist auch noch ganz wichtig. Da habe ich auch noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Ich glaube, da sollten wir auch noch ein bisschen dedizierter drüber sprechen. Okay, es gab bei Jay in seiner Gruppe so ein paar Infos, dass ja tatsächlich der Archive-Token ein Scam sei. So, da möchte ich gerne mal ein bisschen Stellung beziehen. Also nochmal, Jay und ich sind cool, das ist alles gut. Das gab einfach ein paar Leute, die in der Gruppe gesagt haben, das passt im Smart Contract was nicht, das ist nicht in Ordnung. Und Leute, ich möchte ganz kurz erklären, wie ich das werte. Das Archive-Video, das Chainback-Video dazu, hattet ihr ja hoffentlich gesehen. Wenn nicht, schaut gerne nochmal in den Kanal rein. Bei mir ist das Video hier, ist knapp vor drei Wochen gelauncht worden. Da habe ich ganz dediziert erklärt, warum ich diese Dinge bei Chainback selber mir schon anguckt habe, diese, ich sage mal, Red Flags im Smart Contract gesehen habe und sie für mich als nicht problematisch bewertet habe. Und das möchte ich gerne mit euch ganz kurz mal teilen. Denn das Problem ist natürlich, man kann an ganz vielen Stellen schauen. Man kann an ganz vielen Stellen sich Informationen holen. Was ich persönlich immer ganz, ganz gerne mache, ist, ich gehe hier auf Checkdot drauf. Checkdot haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, wie ein mega geiles Projekt. Ist tatsächlich auch Cyber Security und auch Versicherungsbranche. Aber Checkdot hat einen Riesenvorteil und die müsst ihr euch mit nichts anmelden. Kein Wallet Connect machen, nichts bezahlen. Du gehst hier einfach auf Tracker, gehst auf Explorer und kannst hier oben das Projekt, was du geprüft haben willst, über den eigenen Checkdot AI-Assistenten einmal durchprügeln lassen. Und wir machen jetzt hier mal, wir gehen mal auf Chainback und gehen mal auf den Archive-Token und sehen hier, hier wurde schon eine komplette Risikobeurteilung von der KI, von Checkdot selber gemacht. Was ich absolut super finde. Nun gibt es da natürlich auch noch andere Tools. Ihr seht jetzt ja auch schon gerade, ich hatte auch schon Dextools offen. Hier gibt es auch noch so eine Bewertung. Da gehen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Aber ich habe damals für meine Risikobewertung habe ich mir von Checkdot das gesamte Projekt einmal durchprüfen lassen. So, und wer das jetzt auch gerade sieht, Leute, es tut mir leid, ich habe halt so ein bisschen Latenzprobleme hier in Amerika. Ich bin gerade über dem Handy, über dem Hot-Sport drin. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es irgendwie läuft. Spult ein kleines bisschen zurück und lasse es mit ein bisschen Zeitversatz laufen, dann sollte es auch kein Problem für euch sein. Es tut mir wirklich leid. Ich kriege das fürs nächste Mal hoffentlich besser hin. Wenn ich hier bei Checkdot drauf gucke, sehe ich eine komplette Analyse des Tools. Er analysiert in mehreren Schritten. Er analysiert erstmal den Smart Contract selber. Er analysiert dann die Social Media Score. Ja, das macht er auch. Und er analysiert auch die Website. So, wenn wir jetzt hier bei Checkdot einmal reingucken, sehen wir, dass er tatsächlich für den Smart Contract, also sprich für den Smart Contract selber, aber auch den Code, eine Medium Red Flag und drei Low Red Flags hat. Keine High Red Flag. Und das sind einfach Informationen, die das Projekt hier selber rausgibt. Du kannst ja auch wirklich jedes andere Projekt dir angucken und jedes andere Tool, jeder andere Crypto-Projekt, jedes andere Blockchain-Projekt angucken. Ich habe gerade den Faden ein bisschen verloren. Sorry. Ich habe einen kleinen Schluck trinken hier. So. Und nochmal, schön, dass ihr dran seid. Schön, dass ihr dabei seid, trotz dieser ganzen Latenzprobleme. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Okay. So, aber jetzt mal ganz kurz dazu. Wir haben hier tatsächlich einen Red Flag gefunden und zwar External Call Risk. So. Wenn ihr euch jetzt mal die Mühe macht und mal nachschaut, was ist ein External Call im Smart Contract? Das ist nichts anderes als die Möglichkeit, einen anderen Smart Contract anzudocken und damit dann zu arbeiten. Das muss aber vom Team tatsächlich erst genehmigt werden. Das ist jetzt nicht so, dass du ein Smart Contract schreiben kannst von einem anderen Projekt und sagst, komm, ich greife da den Code ein. Das funktioniert einfach so nicht. Wer sich da ein bisschen einliest, wird auch relativ schnell merken, das ist kein Problem. Dazu kommt auch noch, dass wir noch zwei weitere Red Flags hier haben und zwar mit Buy Taxes und Sell Taxes. Und Leute, ich kann euch eins sagen. Der einzige Grund, warum diese beiden Red Flags drin sind, ist, weil das Ding leider momentan nur auf Uniswap zu kaufen ist. Das ist wirklich der einzige Grund, warum hier diese beiden Red Flags drin sind. Wäre das Projekt nicht auf Uniswap zu kaufen, dann hättest du dort diese beiden Red Flags auch nicht. So. Die dritte Red Flag, die wir hier auf Check.dot haben, ja, die ist tatsächlich Can Whitelist Wallets. Was heißt das? Leute, nichts anderes. Das ist ein Part im Code, der es ermöglicht, dass die Programmierer selber sagen können, ich bevorzuge diese Wallets. Ich erlaube dieser Wallet, bestimmte Assets jetzt zu transferieren. Sie können nicht anderen Wallets es verbieten, aber sie können diese Wallets im Ranking davor setzen. Das ist aber absolut normal. Das hat man in der Startzeit. Wenn ihr euch solche Jugendprojekte anguckt, werdet ihr sowas ganz, ganz viel finden. So. Jetzt habt ihr hier ja sonst keine weiteren Red Flags. Wenn wir aber mal jetzt ganz kurz nochmal, wie gesagt, auf die Kritik aus dem RTTK-Kanal von JTrading nochmal drauf eingehen, was ich wirklich gut finde. Und ich bin dankbar dafür, dass Leute sich da Gedanken machen und auch mal Projekte angucken. Da muss ich sagen, wurde angezählt, dass auf Dextools tatsächlich hier über die Analyse, über das eigene Audit, was Dextools macht, das macht Dextools jetzt tatsächlich nicht selber, sondern sie haben hier vier Aggregatoren, die diese Audits durchführen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Es ist jetzt nicht hier, wo ist der nächste 50X-Coin, sondern wir gehen wirklich ein bisschen tiefer jetzt in die Materie rein. Du hast hier einmal QuickIntel. Das ist ein Aggregator, der solche Analysen macht. Du hast hier TokenSniffer. Du hast GoPlus. GoPlus ist übrigens auch derjenige, der hier mit Chainback zusammenarbeitet. Ja, wirklich ein super Tool. Und du hast Honeypot. So. Du siehst hier die gleichen Probleme mit TextModifable und TransferPausable. Ja, diese TextModifable, das ist einfach eine Zeile im Code, die sagt, dass Chainback selber die Gebühren für das Versenden anpassen können. Das haben sie drin gelassen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich verspreche euch eins. Ich gehe den Leuten ja immer gerne auf den Keks. Ich nehme das mal ins nächste Meeting mit rein beziehungsweise ins nächste AMA mit rein und werde denen das mal als Frage stellen. Warum ist das so? So. Jetzt muss ich aber noch eine Sache dazu nochmal klären und das muss man auch mal ganz ehrlich hinterfragen. Schaut doch mal. Wir haben bei QuickIntel, bei TransferSplit und bei GoPlus haben wir jetzt drei Bewertungen, die diese Punkte hier, kritisieren beziehungsweise bewerten. Wir haben aber nur bei QuickIntel die Info, dass diese beiden Sachen scheinbar drin sind. Ich weiß persönlich selber, dass GoPlus, ich habe mich ein bisschen mit der Plattform beschäftigt, eine konstante Wiederkerneprüfung macht. Ich vermute, meine Vermutung, ja, keine Fakten, ich vermute, dass QuickIntel hier vielleicht einen längeren Zeitraum hat. Vielleicht haben sie den Smart Contract von Chainback bei Erstellung gecheckt oder vor fünf Monaten gecheckt. Ich kann es euch nicht sagen. Das Projekt gibt es ja nun mittlerweile schon seit knapp einem Dreivierteljahr, seit etwas über einem Jahr. Vielleicht war das damals drin und sie haben es jetzt rausgenommen. Weil, schaut euch mal an, Tokensniffer und GoPlus sagt, ist alles in Ordnung, ist alles gut. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Wie gesagt, nochmal, es ist ein großes Gut, dass wir uns austauschen können und wir auch solche Sachen zusammenfinden und auch einfach hinterfragen. Und da muss man auch mal ganz dediziert nachfragen. Das finde ich wichtig. Okay, lasst uns mal weitergehen. Wir haben hier bei Extotal Call Risk, hat mir drüber gesprochen, sagt, bei GoPlus, das ist drin und hier ist es nicht drin. Ich weiß gar nicht, warum. So, Maximum Sell Ratio, Whitelisted, hat mir drüber gesprochen, Anti-Whale, Anti-Whale Modifiable, diese Anti-Whale-Themen, ja, das ist einfach ein Schutz für große Investoren, für große Wale, dass die nicht auf einmal dampen können. Und Wale heißt dort wirklich, die hunderte Tausende in dem Projekt drin haben. Glücklicherweise haben sehr, sehr viele Wale in dem Projekt in den letzten Monaten abverkauft. Das ist auch der Grund, warum jetzt der Token immer wieder bei einem Cent abgeprallt ist. Das ist aber einfach so, da nehmen Leute auch Gewinne mit und das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, über das Whitelisten hatten wir gesprochen und das hat man gesagt und das ist tatsächlich für mich hier, also, nochmal, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, man muss sich solche Analysen, solche Audits, das ist ein Audit, das ist ein gutes Audit, man muss sich solche Audits immer sehr kritisch angucken und auch immer vergleichen. Das ist das Gute daran, wir sitzen nicht wie 1998 am Fernseher abends Tagesschau, wann kam die? 1915, 1930? Ich weiß es gar nicht mehr und haben nur diese eine Informationsquelle. Wir haben das große Glück, dass wir uns im Internet mit ganz vielen Menschen austauschen können, eine super gute Community wie euch zum Beispiel und wirklich die Möglichkeit haben, auch mal dediziert Sachen nachzufragen. Jetzt kann ich meine Namen schieben. Jetzt kann ich meine Namen. Ich muss was nehmen. Ich muss nicht nehmen, sorry. Seht ihr? Und sowas würde natürlich in so einem Video rausgeschnitten werden. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid. Das kann ich aber nicht konsolidieren. Das sind menschliche Reflexe. Diesen Reflexe? Ich glaube, diesen ist ein Reflex. Und da muss man einfach auch wirklich sagen, schaut euch sowas an, informiert euch, holt euch Informationen. Nochmal, Chainback, Hochrisikoinvestitionen. Steigst du jetzt in den Kryptomarkt ein, bitte investier dich in Chainback, weil das kann auch einfach übermorgen alles weg sein. Dessen bin ich mir bewusst und so bewerte ich solche Projekte auch. Und das erwähne ich auch in meinen Videos immer. Ihr müsst euch wirklich bewusst darüber sein, welches Risk to Reward, also welches Risiko zu Ertragslevel ihr überhaupt fahren wollt. Sagt ihr euch, ich kann nicht ruhig schlafen, wenn mein Portfolio morgen 20% weniger wert sein kann, dann bitte geht nur in Bitcoin und Ethereum ein. Meine Meinung. Wenn ihr aber, so wie ich seid, High Risk, wirklich kein Problem, Geld im Kopf abgeschrieben, ja, ich sage nicht verloren, sondern im Kopf abgeschrieben, dann gambelt ein bisschen. Chainback ist für mich eine gute Gambling-Position. Hochrisikoportfolio. So, muss man dem Chat ein bisschen weiter widmen. Sorry, ich habe jetzt sehr viel über Chainback gesprochen. Ich hoffe, dass die Fragen zu Chainback ein bisschen beantwortet sind. Ich hoffe, dass mein Shortcutter da auch so ein paar Kleinigkeiten rausschneiden kann. Ja, ich habe mir den Luxus eines Shortcutters gegönnt. Ich kann selber Shorts nicht gut cutten und das ist ein wahnsinnig talentierter, junger, 22-jähriger Mann, der mit beiden beiden fest im Leben steht. Gott, ich wünschte, ich wäre mit 22 so sattelfest gewesen im Leben und wäre so sauber im Kopf gewesen und nicht den ganzen Mädels hinterhergejagt. Dann wäre ich auch schon deutlich weiter heute mit mal 39. Aber fast 40. Ende 30. Hört sich scheiße an. Okay, so. Äh, da-da-da-da-da-da-da-da. Äh, wo waren wir? Wo waren wir? Wo ich weiß, wo der Preis steht. Äh, Maus' Channel hatten wir schon besprochen. Da hattet ihr auch schon drüber. Heiko. Heiko, dein, deinen Kommentar hatten wir, Richtig, sorry. Okay, ähm, Heiko nochmal, äh, Maus' Channel, okay, habt ihr euch unterhalten, das ist gut. Äh, Simon, vielen Dank, David. Ja, war Frage beantwortet. Ähm, Mago, Meier, kannst du etwas zu Ondo sagen? Nein, leider nicht. Ich habe mich mit Ondo nicht so tief beschäftigt. Ich habe es mal als Vorschlag tatsächlich, ähm, von einem guten Freund gehabt. Ähm, er hat gesagt, angucken, rein investieren. Ich habe es, ich habe es nicht gemacht. Ich kann, ich kann mir wirklich nicht alles angucken. Ey, ich habe mittlerweile 50 Assets in meinem Portfolio drin. Ich muss auch unbedingt mal ausmisten, da müssen so ein paar raus. Sorry, es tut mir wirklich leid, äh, Mago, ich kann dir zu Ondo nichts sagen. Ich weiß aber, dass die RSLM da viel von hält, ähm, und da sehr gut auch investiert ist. Simon nochmal, äh, erwartet X bei Tau, erwartet das X bei Tau. Hatte ich, äh, hatte ich, hatte ich, hatte ich, hatte ich, hatte David schon mal in dem Video was zugesagt. Ähm, und zwar, wenn du mal ein bisschen zurückspulst, hier, meine Marktprognose für Tau, äh, Co, äh, Crow, ähm, und, äh, Quant, also ich persönlich, ähm, ich persönlich erwarte, dass Tau einfach mit dem, ähm, mit dem, was sie tatsächlich hier, BitTensor machen müssen. Gut. Wo haben wir BitTensor? In Sch- Oh, richtig schreiben. Seht ihr mal? Und sowas passiert einfach in so einem Video nicht, ne? BitTensor Tau. Also, ich persönlich erwarte einfach, dass BitTensor aufgrund des wirklich guten Wachstums, was es jetzt schon gemacht hat, ja? Ich kann euch nicht sagen, ob BitTensor noch die Möglichkeit hat, im Market Cap vielleicht nochmal auf die 6 Milliarden zu kommen oder vielleicht auf die 9 oder auf die 10 Milliarden zu kommen. Ich glaube, das wird schwierig, ja? Aber, summa summarum, haben wir das große Glück, dass der gesamte Markt nicht stehen bleibt. Sprich, wir bleiben ja jetzt bei Bitcoin, äh, wo steht Bitcoin gerade? 69.000, 70.000? Bitcoin wird ja nicht stehen bleiben, wenn ihr bei Bitcoin noch ein lockeres 2,5, 3X sehen. Und wenn wir das dann haben, wird ja BitTensor auch mitwachsen. Und, alleine durch den Anwendungsfall dieses Projekt bedient und, ähm, auch vor allem diese starke Community, man darf diese Community immer gar nicht unterschätzen, sehe ich persönlich hier, weil BitTensor vom jetzigen Zeitpunkt würde ich ganz pessimistisch noch ein lockeres 2, 2,5, ein gutes 3X noch sehen. Also Preise um die 1,5, 1,8, vielleicht auch 2, halte ich, nochmal, meine lieben Freunde, keine finanzielle Anlageberatung, persönlich pessimistisch für sehr möglich. So, wenn ihr jetzt gerade erst eingeschaltet seid, tut mir leid, wir haben ein kleines bisschen Latenzprobleme hier. Äh, ich habe mit meinem Internet ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht warum. Es, es tut mir sehr, sehr leid. Carlos Lamama, ähm, herzlichen Dank für dein Support auf Level 2, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Marco Becker, Moin David, wo siehst du Game GPT? Habe ich mich tatsächlich noch nicht mehr beschäftigt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, steht aber auf der Liste. So, äh, Avengers Son of Person. Okay, ihr unterhaltet euch, das ist gut. Äh, Hannes hat Nachricht zurückgeschrieben, äh, General Kartoffelsalat. Ich mag Kartoffelsalat. Ich finde Kartoffelsalat super. Meine Mutter, meine Oma hat einen Kartoffelsalat gemacht, äh, mit vier Zutaten. Das ist das Beste. Meine Frau macht ihn auch. Ich liebe den. Sorry, abgeschwimmen. Ähm, das stimmt. Äh, das mit den Steuern muss man erstmal, ähm, muss man sich erstmal anfreunden. Die 35 bis 40 Prozent Schmerzen nur im Kopf, obwohl natürlich ein Ausstieg mit Steuern, äh, mitunter mehr Sinn macht. Richtig. Ne? Also richtig. Absolut. Steuern, ich persönlich, ich persönlich, meiner Meinung, ich zahle gerne Steuern, meine lieben Freunde. Denn das indiziert, dass ich definitiv einen Gewinn erwirtschaftet habe und das ist absolut richtig und das ist absolut gut. Ich muss ein bisschen Gas geben im Chat, ey. Ich bin, ich bin so, ich bin so schlecht. Ich bin so langsam. Ihr seid so cool, ey. Danke. Danke, mein Lieben. Ich, äh, so viel, so viele Fragen hier. Äh, mega. Wir müssen mehr Lives machen. Ich gelobe Besserung, wir machen mehr Lives. Versprochen. Und dann auch mit einer besseren Internetleitung. Ich weiß noch nicht wie, aber wir machen das mit einer besseren Internetleitung. So, ähm, wo waren wir? Outlaw, kannst du Spacecatch auch mal anschauen? Er steht auf der Liste, mache ich. Danke dir für die Frage. Dirk M., cool, David, äh, live solltest du etwas machen. Habe ich gerade gesagt. Machen wir auf jeden Fall. So, da unterhaltet ihr euch. Ähm, Wolfsrudel. Du noch mal, mein Lieber. XRP holt eben ganz tief Luft und wird irgendwann die Anwendung diese Luft brauchen, um anstehen. ich gebe dir recht, aber, also XRP darf halt auch nicht vergessen, neben den Luftrollen auch mal zu atmen. Okay. Äh, Elon Strauß, danke für deine Herzen. Ähm, Mago, entspann dich. Äh, es ist alles gut. Ja, Dankeschön. Und ich, trotzdem, ich hasse Fehler. Ich habe, ich habe es ja erwähnt, ich habe eine sehr hohe Fehlertoleranz, äh, gegen andere, aber ich hasse Fehler bei mir selber. Ich mag das überhaupt nicht. Aber gut, das ist, wie es ist. Ähm, mach doch einen Puffer von 25 Sekunden oder so. Ja, ich glaube, ich kann den Puffer gar nicht nachträglich noch einstellen. Äh, ja, ich glaube, das geht gar nicht. Stream Einstellung, ich kann mal kurz ruck reingucken. Ich kann den Puffer gar nicht mehr einstellen. Werde ich aber, werde ich aber für den nächsten Stream machen. Herzlichen Dank für den Tipp. Vierter, Vierter, Vierter Stream. Äh, wir wachsen alle mit unseren Aufgaben. So, äh, wann wird Tau auf Tangem verfügbar sein? Äh, Simon, danke für die Frage. Tau wird, Mitte des Jahres, im Juni, Juli soll es auf Tangem verfügbar sein. Äh, ich als Tangem Brand Ambassador bin ich sehr stolz drauf. Ich bin Teil des Tangem Teams. Äh, kriege ich natürlich auch viele Infos immer vorher, was auch der Community sehr zugute kommt. Und ich kann natürlich auch ein paar Gleichigkeiten immer selber pushen. Ähm, verlasst euch nicht auf Juni, Juli. Tangem setzt sich immer sehr enge Zeitfenster. Ich würde vielleicht eher mit ein bisschen später rechnen. Aber Juni, Juli soll Tangem auch auf Tau verfügbar sein. Ich meine aber, bei Tau gibt es auch ein sehr gutes Staking. Äh, da hat Jonas sehr viel gemacht, äh, auf seinem Kanal auch. Schaut auch unbedingt mal bei ihm vorbei. Es ist immer schade, wenn man Assets einfach liegen lässt. Ich bin immer der Meinung, dass man auch, äh, seine Assets gut ins Staking packen sollte, um auch die maximale Rendite mitzubekommen. Denn das Geld soll nicht einfach am Rande liegen. Das ist meine Meinung. Äh, dann unterhalt ihr euch. Timo, bleibt der live online? Ja, der bleibt online. Wir probieren es zumindest. Wolfsgudel, gibt es in den USA auch Wodka? Ist der nichts ansteht? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, du kriegst Wodka zu kaufen, aber es gibt deutlich mehr Whisky hier. Ich bin auch der totale Whisky-Typ. Ähm, ich mag ja kein Wodka. Ist nicht so meins. Also, keine Ahnung. Es ist aber kein Wodka, es ist Wasser. Ich bin ein Wassertrinker. Hm. Aber einfach, bedingt durch Bourbon, durch Tentaki, äh, Kentucky, Tentakaki? Kentucky. Äh, ist natürlich Whisky hier sehr, sehr groß in den Staaten. 15k, äh, Carlos Lamama. Oh, dachte um die 500, 5.000 Dollar. Äh, okay, ja, weiß nicht, wo ich jetzt herkomme. Ähm, Pregator, warum sind Kommentare für Uniswap nicht so toll? Brauche Chainlink, Kommentare, aber, diesen, okay, äh, geht es ja wahrscheinlich um Chainback, dass du das auf Uniswap, äh, kaufen musst. Ja, es ist leider so, äh, Chainback gibt es nur, auf Uniswap zu kaufen. Du kriegst es tatsächlich momentan, irgendwo anders zu kaufen. Äh, das hat das Team momentan so gemacht. äh, Listig auf Uniswap kostet nichts. Du musst einfach nur eine gewisse Anzahl an Assets reingeben, dazu noch eine Liquidität bereitstellen, in Form von Ethereum oder Reptive Ethereum, um dann, ähm, auch wieder zurückzukaufen. Denn tatsächlich, bei Uniswap selber kaufst du ja nicht gegen ein Kaufinteresse, gegen andere Käufer, sondern du kaufst ja gegen ein Liquiditätspool. Ist super interessant. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde das mega spannend. Gut. So, äh, dann haben wir Bastian Miller. Bastian, mein Lieber auch wieder. Hey, mein Lieber. Hast du mal Pyra den Kasparfork, äh, schnell und besser gecheckt? Äh, Pyra? Pyra oder Pyrin? Pyra ist auch ein Kasparfork? Mann, hier gibt es so viele Kasparforks. Äh, irgendwie gefühlt macht gerade jeder eine Kasparfork. Ich glaube, du meinst Pyrin, richtig? Ähm, nein, habe ich mir nicht angeguckt. Habe ich mich momentan gerade noch nicht mit beschäftigt. Steht aber auf meiner Toothlist. Muss ich ja unbedingt mal machen. Ähm, ich weiß, dass, äh, Jay da viel zugemacht hat. Unbedingt mal reingucken. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Der ganze Telegram-Kanal bei uns war voll mit, äh, Pyra, als Jay diese Bombe losgetreten hat. So, ähm, wo sind wir noch? Äh, bei Deniator. Also, tut mir blind gefallen. Schreibt nicht mehr so viel. Ey, ich komme gar nicht hinterher. Ich liebe das ja, mich mit euch auszutauschen. Wir sind schon eine Stunde 40 jetzt gerade unterwegs, trotz der ganzen Widrigkeiten. Ähm, und ihr seid hier so fleißig bei. Danke, 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 danke. Ähm, so, äh, Deniator. Ja, äh, äh, genau, bleibe beim Stream online. Äh, okay, kann, nicht zuhören. Okay, gut. Äh, äh, kann ich ZK-Token auf den Ledger schicken? Jawohl, kannst du, der ZK-Token ist ein IAC-20-Token. Äh, äh, ich meine, den kannst du natürlich auch auf den Ledger schicken, auf alle Wallets, die, ähm, den, ähm, den IAC-20-Token unterstützen. Wichtig an der Stelle auch nochmal, für alle Leute, die jetzt neu zugeschaltet sind, beziehungsweise noch nicht so lange im Markt sind, du mir bitte gefallen, bitte schickt immer erst eine Testüberweisung irgendwo hin, bevor ihr eine neue Adresse verschickt. Wenn diese Testüberweisung nicht ankommt mit ein paar Dollar, dann ist es nicht so schlimm, da habt ihr nicht alles verloren. Wir haben ganz, ganz viele Leute auch in der Community, die leider, dummerweise, ähm, nicht, ähm, Geld verloren haben, was einfach nicht schön ist. Ja, äh, äh, Manu hat es schon geklärt, Perrin hat es noch gehabt. Äh, Kais, hallo David, danke für deine Arbeit, du bist ein toller Mensch. Ich danke dir vielmals, Kai, äh, Kais, ich bin nur so gut wie meine Community. Und ihr seid mega, ihr seid genial, ihr supportet das alles hier, ohne euch wäre das nicht möglich. Ich kann euch eins versprechen, es wird, wenn das alles vorbei ist, wenn meine ganze berufliche Thematik geklärt ist, es wird ein ganz großes, ein langes, es wird ein Video geben. Da werde ich ganz viel erzählen. Ich werde, ich nehme, immer nebenbei ein paar Sachen auf, ich nehme Themen, die mich beschäftigen auf, die, die mich einfach rumtreiben. Ich habe wahnsinnig viel Scheiße gefressen in den letzten, eineinhalb Jahren hier und, ich habe einfach, ich habe ein Video-Tagebuch gemacht. Hört sich jetzt super kitschig an, aber, ähm, das hat ganz viel auch mit YouTube zu tun, das hat ganz viel mit euch zu tun, das hat ganz viel auch mit dem Thema Finanzen zu tun, warum der Kanal entstanden ist, wie ich dazu gekommen bin, und, 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 also ganz, ganz viel, ähm, ganz viel Umum, und da wird es ein Video geben. Ich habe bisher alle Videos nur für euch gemacht, und das wird mal ein Video sein, was ich für mich mache. Und das werde ich auch, ähm, von einem, von einem, von meinem Cutter schneiden lassen, weil ich einfach seinen Input haben möchte, dass er rausgut, was interessant ist. Ähm, ja, also wie gesagt, danke, danke für die nette Worte, danke auch für alle eure netten Worte, ich bin nur so gut, wie ihr es seid, und ihr seid einfach nur geil. Das kann ich nur sagen. Von daher, danke. Man sagt auch, muss so wenig danke, finde ich. Ähm, so, sorry, ach ey, mein Nase, es tut mir leid, ich bin schnappend, also gerade, ich habe nicht mal ein Taschenduch, muss ich mir nächstes Mal überseite legen. Meine Frau sieht wahrscheinlich im Livestream auch, gerade im Schlafzimmer, lacht sich kaputt, dass ich kein, äh, Taschenduch habe. Gut, Schatz, wenn du es siehst, bring mir ein Taschenduch. Gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Äh, so, äh, geht's weiter, sorry. Äh, Bastian Müller, äh, genau, äh, der mit deinem Handy, Handy hat's kaputt korrigiert. Ja, okay, richtig. Äh, Bastian hat mir gesprochen, äh, Kai Schäfer, Word Mobile Token wäre ein gutes Thema. Passt zu dem Interoperabilitäts-Thema, richtig, genau, ja, der Word Mobile Token. Kai, du hast wahrscheinlich auch das Video mit, ähm, Elektro-Protokoll gesehen, mit dem lieben Mahak. Ich finde das Projekt ziemlich geil. Also Leute, Word Mobile Token, guckt euch den mal an. Hab ich auf meiner, äh, die Diligence-Liste, die ich mir noch angucken möchte, ist, äh, glaube ich, ein richtig spannendes Thema, richtig spannendes Thema. Geiler Use Case. Äh, Bastian Müller, Manu, danke für deinen Hinweis. Ist das genial, guck mal, und jetzt kommt meine Frau wirklich rein und bringt mir ein Taschentuch. Danke, mein Spatz. Sorry. Es tut mir leid, jetzt hab ich hier in meinem Live-Stream geschnürzt. Okay, ähm, gut, so, sowas passiert dann auch nur bei uns. Ähm, ja, wer, wer, wer braucht hier, wer braucht hier, ähm, Telefon, wenn man einen Livestream macht, ne? So, jetzt, äh, hatten wir gehabt, äh, Manu hat immer besprochen, äh, Deniator, ey, äh, ihr Experten da draußen, wird VeChain langweilig oder gibt es mal Kurse, äh, über die einen Dollar bleiben? Also, Deniator, ich persönlich finde, ja, meine Meinung, ich finde, VeChain ist ein absolut geiles Narrativ. Wir haben hier wirklich eine Thematik, die einen riesen Kundenstamm haben und, also, VeChain, VeChain ist eine Bombe. Ich persönlich bin voll auch in VeChain investiert, ich werde auch nichts rausnehmen, weil ich einfach diesen Use Case so sehe und das ist mir auch ganz gleich, ob das Ding jetzt abspielt oder nicht. Ich persönlich halte Kurse bei VeChain von, und nochmal bitte, keine soziale Anlageberatung, Leute, ich muss einfach nur sagen, das ist meine persönliche Meinung, von 50, 60, 70 Cent mehr als möglich und der eine US-Dollar wird schwer zu knacken sein, aber ich denke schon, dass es klappen wird. Also, ich denke wirklich schon, dass es klappen wird. So, ja, sorry, wieder jetzt, hängt es gerade ein kleines bisschen, wie gesagt, schiebt den Regler gerne ein Stückchen zurück, macht, äh, 30 Sekunden auf Pause, dann buffert er nach, ich hoffe, das passt dann. So, TheHills, 0,1, äh, 0,7, 1,1, hältst du noch deine Veracity? Das ist angeblich gerade viel FAT, äh, irgendwie, ja, ich halte meine Veracity, weil einfach der Use Case von VRA, von Veracity, mega ist. Das Thema Werbebetrug ist überall. Schaut auch gerne mal bei Jay kurz vorbei, äh, der hat dazu auch ganz viel gemacht, äh, hat da wirklich auch sehr, sehr viel, ähm, tiefes Wissen drin, womit ich einfach nicht, äh, auftrumpen kann. Äh, ich persönlich halte Veracity, hundertprozentig. Kai Schäfer, äh, wie gesagt, ihr müsst etwas versetzt schauen, das klappt. Dankeschön, Kai, äh, absolut richtig. Corwin, mein Lieber, Corwin, Props an dich, Alter, vielen herzlichen Dank, wirklich, ähm, ich will nicht sagen, ab erster Stunde, aber, äh, ganz, ganz langes Community-Mitglied, äh, ja, vielen Dank natürlich auch an alle anderen, wirklich, wie gesagt, für jeden Kommentar, für jedes Like, ich, äh, bin mega happy, äh, über so eine Community. Hey David, muss leider los, wünsche dir aber noch einen funktionierenden, guten Stream und allen anderen noch einen schönen Abend. Kaum, mein Lieber, wenn du das im Nachgang siehst, vielen Dank, ich schreibe dir aber nochmal nach dem Stream, äh, Dankeschön. Haum, mein Lieber, vielen Dank für deine Donation, vielen, vielen Dank, ich, äh, ich bin immer schlecht im Geld annehmen, ich mag immer kein Geld nehmen, wenn ich ehrlich bin. Okay, äh, Traust du Polymatic und Phantom, die 40 US-Dollar-Marke im kommenden Bullrun zu? Ja, meine lieben Freunde, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe zu Polygon eine ganze Menge Content gemacht. Ich habe bei Polygon wirklich auch Prognosen gegeben, von 40 bis 50 US-Dollar. Ich persönlich halte Matic mit all dem, was läuft, und ich will mich nicht wiederholen, schaut gerne bei mir auf den Kanal, guckt mal nach Matic, ihr seht ganz viel Sachen. Ich habe gerade letzte Woche eine E-Mail bekommen, von dem, ich bin tatsächlich ins Starbucks-Loyalty-Programm gekommen, und konnte mit Matic Starbucks-NFTs kaufen. Ja, ich weiß, NFT ist blöd, aber die stellen jetzt die Beta-Version des Loyalty-Programms, ich meine, Ende diesem Monat ein, also im März ist die eingestellt. Und wisst ihr, was dann passiert? Genau, dann kommt das scheiß Loyalty-Programm live. Und wisst ihr, was dann passiert? Genau, da gibt es ein Video zu. Denn es werden deutlich mehr im Umlauf benutzt. Und das Volumen bei Matic wird so massiv erhöht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich persönlich bin absolut politisch auf Matic. Ich sage pessimistisch, Matic 3 bis 5 US-Dollar in diesem Bullrun, das ist meine persönliche Meinung. Aber Matic ist für mich eine Langzeitinvestition. Ihr wisst ja selber, meine Kinder sind auch in Matic investiert. Ich, wisst ihr was? Ne, wir machen das jetzt nicht über das Handy, weil das ist doof. Weil dann wird nämlich unser Stream hier gekillt. Meine Kinder sind auch in Matic investiert. Ich persönlich bin auch sehr groß in Matic investiert. Ich traue Matic sehr, sehr viel zu. Ich traue Matic wirklich ein riesengroßes Wachstum zu. Und bin der Meinung, dass es eins der, der wirklich verhältnismäßig sichersten Assets in den Top 25 ist, die meiner Meinung nach ein gutes, ein gutes Wachstum machen, ein gutes 4, 5, 6 X machen kann in diesem Bullrun. Das ist meine persönliche Meinung. Phantom selber, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch mega geiles Assets. Also die Jungs, die machen ja, ich sage ja mal, Phantom ist das Schweizer Taschenmesser unter den Kryptoassets. Die machen ja alles. Die machen ein bisschen Real-World-Asset, die machen Supply Chain Management, die machen das Tokenisieren von Assets, hatten wir schon Real-World-Assets. Die sind tatsächlich auch bei CBCs mit drin. Leute, Account Obstruction, Phantom Account Obstruction, Leute, Account Obstruction, wir reden immer so wenig über die Account Obstruction. Auch mal bei mir in meine Playlist reingucken. Was ist Account Obstruction? Unbedingt mal checken. Das macht Phantom auch. Phantom ist ein geiles Asset. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ob der jetzt 40, 50 US-Dollar schaffen wird, schwierig. Ich meine, der ist auf dem Marktgang 51 momentan gerade, können wir nochmal kurz reingucken. Der hat natürlich im Vergleich zu seinen Top-Zeiten, das ist natürlich auch ein OG-Coin, der hat, ich sage mal, im Vergleich zum alten All-Time-High, hat er gut geblutet. Ich würde jetzt Phantom persönlich nicht, die 40, 50 US-Dollar zu trauen. Aber, ich sage jetzt mal, als Langzeit-Invest, sehe ich Phantom definitiv halt für ganz weit vorne meiner Meinung nach. Finde ich große Klasse. Gutes Produkt. Gutes Asset. Kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal reingucken und mal überlegen, ob man da reinvestieren möchte. Ich hoffe, Hartmut, ich konnte eine Frage beantworten. Brigadour, Maxi auch nicht so toll, was man da liest. Ja, richtig, ich habe persönlich auch auf Maxi, ich habe auf keiner Börse, ich habe auf keiner Börse mehr großartig Geld liegen. Fakt. Ich habe alles runtergezogen auf Hardware-Bullets. Ich habe hier Elipal stehen, ich habe eine Decent stehen, ich habe einen Keystone 3 stehen, ich habe einen Tangemring an, der funktioniert, also den nutze ich noch nicht. Ich habe tatsächlich irgendwie sechs Tangem-Bullets, die ich benutze. Ich habe noch einen Ledger liegen. Ich habe die Bio, SecuX Bio-Karte, habe ich auch. Also ich habe wirklich alles auf Hardware-Bullets gezogen. Bei mir gibt es kaum noch etwas, was auf Börsen liegt. Ja, das ist fast Fakt. D-Schlegel, kann ich bestätigen. D-Schlegel erstmal vielen herzlichen Dank auch für deine Kanal-Mitgliedschaft schon, auch für deinen langen Support. Das weiß ich, das freue ich mich sehr über. Danke dir. Wolfsrudel, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du bist schon Fisch? Oder noch was? Ne, ich bin Fisch. Ich bin tatsächlich Fisch. Meine Frau ist Fisch, meine dritte Tochter ist Fisch. Ich bin Fisch, wir sind alle ganz gipschig, alles Fische hier. Benni, so heißt mein Bruder auch, nabend, wo siehst du den Preis bei Polyhedra im Bullrun und mit wie viel bist du reingegangen? Also bei Polyhedra selber bin ich tatsächlich mit einer Investitionssumme aktuell von knapp 1.000 US-Dollar reingesprungen. Ich sehe vom jetzigen Zeitpunkt, vom jetzigen Zeitpunkt, wo das Asset jetzt steht, ganz pessimistisch, und das muss man auch immer pessimistisch sehen, sehe ich bei Polyhedra ein Wachstum von einem guten, realistischen 10x. Haben wir den Chart nur auch schon irgendwie drei, vier, fünf Mal aufgehabt. Den haben wir auch eigentlich mal offen lassen können. Aber so clever ist der David heute nicht. So, wie gesagt, es läuft ja alles super laggy gerade. Ich glaube, wir lassen das auch einfach nochmal, dass wir nur welche Charts reinspringen. Wie gesagt, ich sehe bei Polyhedra definitiv noch ein gutes 10x vom jetzigen Zeitpunkt aus als pessimistisch, realistisch möglich. Aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, Top-Investoren drinne, ein super Use-Case und die Jungs fangen jetzt auch an gerade wirklich zu pumpen. Und wenn das Projekt erstmal in die richtigen Investorenhände kommt, 30 Dollar, 35 Dollar, absolut pessimistisch. Javin, mein Lieber, schön, dass du da bist, ist es nachts kälter als draußen? Du, Javin, die Frage, also ist es nachts kälter als draußen? Ich würde auf jeden Fall sagen, das kommt in die gleiche Kategorie wie ich wiege ohne Klamotten mehr als mit. Danke, mein Lieber, für die 5 Euro Donation. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich revanchiere mich dann mal mit einem Bier, wenn wir dann uns in Deutschland mal treffen. Wie gesagt, alle auch mal unbedingt bei J auf dem Kanal vorbeigucken. Am Montag kommt unser Doppelvideo online, seien es um 13 Uhr, meien es um 13 Uhr. Da haben wir über das Thema AI, Deepin, die Fusionierung von unseren drei Big Assets, tatsächlich Ocean Protocol, Fetch AI und aus dem Latter-Tit-Net noch viel drüber gesprochen und auch über das Thema Real-World Assets. Ganz, ganz wichtig, meine Lieben Freunde. Von daher unbedingt mal da auch reingucken. Und J, genieß auf jeden Fall deine Osterfeiertage. Kling dich ein bisschen aus und genieß die schöne Zeit. Wolfsrudel, Wohin ins beste Deutschland aller Zeiten willst du denn ziehen? 23, ja, wohin ziehen wir tatsächlich wieder nach Niedersachsen zurück? Wir kommen aus Niedersachsen, haben unser Haus da, haben es noch nicht verkauft, haben es einfach nur leergeräumt und wir ziehen nach Niedersachsen wieder zurück. 23K ist ja fast doppelt so viel wie vor einem Jahr noch. Ich weiß gar nicht, wo du gerade redest, aber ja. Okay, da freut euch, dass J da ist. Das ist super. Ich bin übrigens auch mal klasse. ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch wirklich gut austauscht. Letztendlich werden wir nur gemeinsam hier am Kryptomarkt irgendwas reißen. Wenn man da irgendwie so Krüppchen bildet, finde ich das immer super unnötig. Didi DeForce, hi David, wie siehst du NGL, Comai, A-I-U-S und Scale? Dirk, es tut mir leid, da hast du mir jetzt gerade vier Assets um die Ohren geschmissen. Ich meine, Scale habe ich mir mal angeguckt. Auf den anderen Reihen habe ich noch gar nichts gehört. Kommt auf meine Liste, schaue ich mir mal an. Sorry, dass ich dir da jetzt keine Antwort zugeben kann, mein lieber. R. Bergbergmann, warum kann ich Dimitra auf Tangem nicht in Tether kaufen? Ja, tatsächlich, Tangem ist ja eine Hardware Wallet und die Jungs haben drei Aggregatoren zum Swappen. Von Inch, Change, Lee und Change, Now. Und die drei supporten leider den Dimitra Swap aktuell nicht. Ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. Von Schiller aka Tila. Hallo David, ich liebe dich echt. No Homo. Ich danke dir vielmals. Ich liebe euch auch. Ihr seid eine geile Community. Ich bin, ich bin extrem dankbar. Ich muss noch eins dazu sagen, Leute, wir haben unter den Videos irgendwie, ich kann das in einer Hand abzählen, was ich innerhalb von einem Monat an Hate-Kommentaren kriege. Das ist echt bemerkenswert. Das ist außergewöhnlich und an der Stelle ein dickes Dank an euch zurück. Wir haben auch, glaube ich, eine sehr weitsichtige, erwachsene, gute Community, was ich auch so, glaube ich, nicht aus von jedem im Cryptospace sagen kann. Von daher machen wir, glaube ich, machen wir alle zusammen, glaube ich, einiges richtig. Schön, dass ihr da seid. Ich danke dir, Chiller. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Danke auch für die Lieblings-YouTuber, aber denkt dran, es gibt so viele andere gute Leute da draußen. Ich habe zum Anfang ja ein bisschen was gesagt. Tut euch selber den Gefallen und informiert euch über all die anderen YouTuber da draußen auch. Nehmt euch mehrere Informationsquellen, nicht immer nur auf einen hören. Da kommt die Post. Ich hoffe, der Klingel ist jetzt nicht gleich hier. Nicht immer nur auf einen klären, nicht immer nur auf einen hören, sondern schaut, dass ihr euch wirklich mehrere Informationsquellen sucht und dort auch euch gut informiert. Ja, ganz witzig, diese Postautos hier, das sind alles Rechtslenker. Die steigen auch selten immer nur aus. Wahrscheinlich steigt der jetzt auch gerade aus und bringt uns noch irgendwas und klingelt gleich. Okay, crash der Postmann wieder unseren Livestream. Das ist auch witzig. So, von Slick, herzlichen Dank für deine Donation für die fünf Schweizer Franken. Wo siehst du Leia AI im Top des Bullruns? Liebe Grüße aus Zürich. Mein Lieber, Leia AI. Lass uns mal reingucken. Leia AI. Habe ich mir tatsächlich so dediziert auch nicht angeschaut, aber wir machen mal den Chart einfach mal drauf und gucken uns mal an, wo der Ganze gerade steht. Das ganze Projekt ist momentan gerade bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von gerade mal 20 Millionen. Ja, auf Marktrang 1168. Ist natürlich auch noch ein wunderschönes Low-Cap-Projekt, was ich immer mega spannend finde. Und hier muss ich jetzt ganz ehrlich mal was sagen. Wenn ihr mal guckt, wir haben den Gesamtschart hier mal offen. Das ganze Schätzchen ist gelauncht am 6. März. Also schon ein Jahr alt. Wir haben hier diese typische Bewegung. Einmal All-Time-High gehabt. All-Time-High bei knappen, wo waren wir gewesen, 14 US-Dollar Cent. Und dann hat er abkorrigiert hier. War richtig böse. Entschuldige bitte. Hat richtig böse abkorrigiert. Und jetzt fängt er an sich wieder zu fangen. Also jetzt müssen wir nochmal reingucken. Wir haben hier einen maximalen Supply von 3 Millionen. Okay, gerade mal 10% im Circulating Supply, wenn die Daten hier richtig sind. Ist natürlich meiner Meinung nach nicht so gut. Aber nochmal, ich kann dir nicht sagen, ob diese Zahlen jetzt richtig sind. Ist natürlich schwierig. Wenn du gerade mal 10% im Circulating Supply hast, ist die Frage, wo sind die anderen? Ist da ein Westing hinter? Halten das größere Wahlen? Warten die wieder auf den Abverkaufszeitpunkt? Ich glaube, wenn der erstmal wieder sein All-Time-High gefangen hat von 14 Cent, wo er jetzt noch etwas mehr als 2,1, 2,2x von weg ist, wird das spannend wieder in Abverkäufe aussehen. Denn all die Leute, die hier investiert sind, die wollen jetzt natürlich erstmal wieder Gewinne mitnehmen. Die wollen jetzt erstmal anfangen, dort Geld zu verdienen. Da der aber jetzt schon in so kurzer Zeit so gut gepumpt ist, wenn du mal guckst, hier auf die knappen 7,5 Cent hier im Peak jetzt in diesem Zyklus hier, könnte ich mir gut vorstellen, ich vermute jetzt mal AI-Sparte, wir gucken mal ganz kurz rein, Categories, wir haben Artificial Intelligence, DAO, okay, das ist in Layer 2, Elapsed Protocol und Rollup. Ja, also ich hab das ja mal im letzten Video gesagt, ich, Leute, alles was das Narrativ AI bedient, das ist fast schon Free Pass hier im Bullrun, meiner Meinung nach. Bitte investiert jetzt nicht einfach nur auf diese Aussage, blinden irgendwelche AI-Projekte rein, aber ich sag mal so, vom jetzigen Zeitpunkt auch pessimistisches 10x kannst du bei dem Ding, denke ich, gut erwarten. Das ist meine Meinung. Kommt natürlich immer darauf an, wie deine Gewinnerwartung ist, wie viel Zeit du hast, ich kann es schlecht bewerten jetzt einfach, weil ich nicht weiß, wann Token Unlocks sind, wie das Investing aussieht, was vielleicht noch Wale halten, das muss man jetzt mal im Gesamtbild sich mal angucken. Der steht aber bei mir auch auf der Research Liste und den muss ich mal angucken. Alleine vom Chartbild her finde ich ihn interessant. Ich finde ihn wirklich interessant. Ich hoffe, Slick, ich konnte deine Frage damit beantworten. Schaltet mal bitte im Livestream die Werbung aus. Ich habe tatsächlich im Livestream die Werbung ausgeschaltet. Es gibt keine Werbung bei mir im Livestream. Habe ich nicht gemacht. Slicks, herzlichen Dank auch für deinen Support Level auf 1. Basti Miller aus Cachen. KuCoin Exchange hat nun auch Visa über SpotWallet möglich, auch mit mehreren Kryptos. Sehr gut. Wie gesagt, wichtig an der Stelle auch, meine lieben Freunde, ich mache jetzt keine Werbung, das soll ein werbefreier Stream sein. Schaut bitte, dass ihr euch mehrere Exchanges holt. Bitte lasst nicht, bleibt nicht bei ein oder zwei EU-regulierten Börsen, die euch sowieso nicht eure Kryptoassets versichern, sondern nur eure Fiat-Gelder, sondern seht zu, dass ihr euch drei, vier, fünf verschiedene Exchanges holt. Es gibt wirklich gute Börsen da draußen, mit denen man gut arbeiten kann, wo man sich ein bisschen einlesen muss, ein bisschen einarbeiten muss, die aber meistens auch nicht mal ein KYC von euch verlangen. Gibt es auch genug bei mir in der Playlist drin, ich habe auch einen Partner da, möchte aber jetzt hier keine Werbung machen. Seht zu, dass ihr euch selber reinarbeitet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Verlasst euch nicht auf ein, zwei Börsen, nur weil ihr seid nachher die Angeschmierten im Bullrun. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich predige das immer auch wieder in meinen Videos. DT, moin Boss. Boss würde ich jetzt nicht sagen, aber DT, mein Lieber, herzlichen Dank auch für deinen Support. Schön, dass du dabei bist. JP, Feedback zum Stream. Bei mir läuft es 1a. Super, das freut mich wenigstens bei einem. Ich muss ein bisschen Gas geben in den Kommentaren hier. Ferha Jettkin, Entschuldige bitte, für die Vergewaltigung deines Namens. Vielen herzlichen Dank für deinen Support, Level 2. Ganz kurz auch noch an der Herstelle, Leute, ab nächste Woche wird es für die Kanalmitglieder des Support Level 2 und 3 wird es exklusiv ein neues Asset geben. Das wird dann wirklich nur für euch sein. Sprich, das ist ein Asset aus der Wahlliste. Ich habe selber mit Geld Informationen gekauft, das kann man im Kontomarkt auch machen, von Leuten, die einfach mit deutlich mehr Geld in den Markt gehen, als wir das machen. Und von dieser Wahlliste wird es in der nächsten Woche, Ende nächster Woche, das allererste Video geben. Und das gibt es dann halt, wie gesagt, auch nur exklusiv für die Kanalmitglieder Stufe 2 und 3. Die Kanalmitglieder haben auch abgestimmt. Es wird dann zwei bis drei Wochen nach dem Release das Video auch für alle anderen geben. Also ihr, die nicht Kanalmitglieder sind, was absolut cool ist und was absolut in Ordnung ist, habt dann natürlich auch die Möglichkeit, dieses Asset auch euch anzugucken, meine Bewertung zu sehen, wo ich das sehe und vor allem auch das Potenzial sich anzugucken. Ich kann euch versprechen, es gibt noch keinen YouTuber, der darüber groß ein Video gemacht hat im deutschsprachigen Raum. Von daher kann das spannend werden. Ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. Okay, Mr. S. Hi David, ich bin mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und lausche gespannt. Macht Spaß. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, du hast die Augen geradeaus und machst das nicht so wie ich, denn ich nehme ganz viel im Auto auf und versorge dann meine Community auch mal mit ein paar Videos aus dem Auto raus. So. Es darf meine Frau wieder mich hören. Oh Gott, ich hoffe, die hat es nicht gehört. Himmel, Herrgott. Okay. Listogrill Concordium Blockchain finde ich ein spannendes Projekt. Hat erst eine Partnerschaft mit Fujitsu abgeschlossen und Superteam aktuell super unterbewertet aus meiner Sicht. Fujitsu finde ich immer gut. Concordium das schreibe ich mir mal auf. Dass ich auf jeden Fall nicht vergesse. Herzlichen Dank für den Tipp. Bin ich super. Wolfsrudel nochmal. Wolfs, du bist echt super mega aktiv. Hätte ich wenig unter den Kommentaren gelesen. Habe ich das schon mal achten? Okay. USDC ich denke ist besser. Ja, du ganz ehrlich. USDC oder USDT? Also haben wir jetzt beide direkt am Stecken. Das war noch ein bisschen auf die Frage zurückgeschlossen zu dem Thema ob ich jetzt meine Gewinne in USDC zwischenparke oder in Euro auscache. Ich persönlich cache nichts in Euro aus, weil ich einfach tatsächlich Entschuldigung, ich cache nichts in USDT aus. Nee, ich cache Himmel, Herrgott. Meine Güte. Das ist live, ne? Ich zahle ich lasse meine Assets nicht in USDT sondern ich cache sie tatsächlich in Euro aus weil ich USDT nicht vertraue. Ich traue keinem Steppenkorn. Ich traue da gar keinem. Ich investiere lieber wieder neu anstatt dass ich es in USDT lasse. Alarmstuf Dufe Rolf Okay, cooler Name. Hallo, danke für deinen Content. Sehr angenehm zu schauen und super Infos. Liebe Grüße aus Wien. Rolf, ich danke dir vielmals. Liebe Grüße auch zurück an dich. Falken 68 Moin, danke schön für deine Mühe und die vielen Infos neu im Markt. Rolf, super. Falken, schön, super. Vielen Dank für die Props. Viel reinlesen, viel investieren, viel Zeit investieren und auch auf jeden Fall belesen. Ganz, 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 ganz wichtig. Nur mal kurz als Anhaltspunkt. Nach 50 Stunden belesen im Crypto Space hast du gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Das ist nichts. Ich stecke jeden Tag zwischen 8 und 10 Stunden Research in den Space rein. Mindestens. Arik Orhajan Es tut mir leid. David, kannst du dir mal DGI Coin anschauen? Mega Projekt versprochen. Habe ich schon auf der Liste? Habe ich schon ein paar Mal gelesen. Danke dir auch nochmal für den Hinweis. Motec, mein Lieber. Habe ich Bitcoin? Ja, ich habe glaube ich für 50 Dollar Bitcoin. Meine Kinder besitzen mehr Bitcoin als ich. Ich will Gains machen. Ich will Geld verdienen und das mache ich nicht mit Bitcoin. Doch kann man auch mit Bitcoin. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte mehr Gains machen. Bin mir aber auch natürlich dem Risiko bewusst, mein Lieber. TUC Johnson Ja, cooler Ring. Dankeschön. Ist tatsächlich der Tangem Ring. Und wisst ihr, was wir mal machen können? Ich habe das ja hier auch eingerichtet. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Ich habe hier auch meine kleine Dashcam. Das ist tatsächlich der Tangem Ring. Wie gesagt, nochmal Leute, das ist keine Werbung hier. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen up to date halten. Das ist tatsächlich eine Hardware Wallet. Das ist der gleiche Ring. Da ist der gleiche Chip drin, wie es tatsächlich auch in den Tangem Karten drin ist. Und ja, ich mag das Ding einfach. Ich habe den selber auch hier an der Hand. Ist ein super Produkt. Wird tatsächlich wohl, meine ich, Mitte Juni, Mitte Juli diesen Jahres rauskommen. Da wird es den auch bei Tangem zu kaufen geben. Im Set. Ja. Und dann muss ich nicht mehr meine Brieftasche nehmen und meine Tangem Karten rauspolen. Sondern ich kann einfach auf dem Sofa meinen Ring abnehmen und dann meine Transaktion und dann meine Transaktion signieren. Finde ich spannend. Ich freue mich, wenn der in der richtigen Version kommt. Das ist halt, wie gesagt, der Alpha-Test hier mit dem Chipsatz 1.0 noch drauf. Nur kurz zu Info für euch. Genau. Tobi, Meinung zu S-H-G-S-H-X Stronghold-Token. Sorry, habe ich mir noch nicht anguckt, mein Lieber. Kommt aber auch auf die Liste. Wie gesagt, all eure Input wird nicht vergessen. Schaue ich mir an. Bin ich auf jeden Fall bei. Keko 53. Guten Abend, David. Speicherst du den Stream im Anschluss? Dann schaue ich ihn später. Ja, tue ich. Wird. Kommt dann im Nachgang nochmal online für euch. Helen. Ich höre dir immer gerne zu und mag deine Art, wie du redest. Ich danke dir vielmals. Auch wenn ich jetzt stotter und stocke. Bedingt durch den schlechten Stream. Sorry, aber danke für dein Feedback. Vielen, vielen Dank. Alexander Bike, Wyatt. Wyatt, richtig geil. Maori, hi, welchen Real-World-Asset-Token kannst du empfehlen? Tja, tatsächlich, Video Montag mit Jay zusammen. Haben wir genau darüber gesprochen bei mir auf dem Kanal. Reingucken. Dann wirst du auch verstehen, welchen ich empfehle. Ich will jetzt den Stream nicht so lang machen, denn ihr habt noch so viele Fragen. Ich möchte gerne unbedingt nur alle beantworten. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich da jetzt nicht näher drauf eingehe. Alexander Bike, was hältst du von Leox? Tatsächlich, es tut mir leid, Leute, ich sage das auch immer ganz ehrlich, ich brauche nicht rumschwafeln. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, kann ich keine Aussage zu treffen. Leox, kannst du ja vielleicht mal reinschreiben, was er so macht, in welchem Bereich der ist. Dennis R.Y., hey, geiler Auftritt bei CC. Ja, dankeschön. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, Cash Club ist tatsächlich eine riesen Community, die sich mit Mindset, Investitionen und Co. befassen. Da bin ich in meiner Funktion als Brand Ambassador drin gewesen. Hat sehr viel Spaß gemacht, war ein geiles, geiles Feeling da. Also, war super. Tobi, hast du deine XRP verkauft? Gerne mal ein bisschen vorscrollen, da habe ich ganz, ganz, ganz dediziert drüber gesprochen, dass ich drei Viertel meines XRP-Bestandes verkauft habe und gegen was ich geswappt habe. Ich will es nicht nochmal aufdröseln, da habe ich drüber gesprochen, mein Lieber. Chaiakatala, was sagst du zu Casper damit? Ja, also Casper mit C, nicht zu wechseln mit Casper mit K, hat natürlich seine Daseinsberechtigung, aber auch das ist ein Projekt, wo ich nie warm geworden bin. Ehrlich, muss ich ganz fair sagen, ich weiß, der wird sehr, sehr viel im Space auch besprochen, von sehr vielen auch gechillt. Was sich Performance angeht, nicht so gut in den letzten Monaten, ist meine persönliche Meinung, habe ich aber nie einen Zugang zu gefunden, muss ich wirklich faires habe dazu sagen. Wolfsrudel, wenn die Steuergelder vernünftig eingesetzt werden würden, hätte ich auch keine Probleme, diese Zahlen. Lassen wir mal so im Raum stehen, ich gebe dir grundsätzlich recht. Jannik, was hältst du von Landshare und NXRA? Landshare? Montag im Video. Eingucken. Und NXRA? Auch so ein Projekt, habe ich mir leider noch nicht eingeguckt, mein Lieber. Levy, unser alter transsylvanischer Vampir. Grüße aus dem Krypto-Paradies Transsylvanien in die USA. Ja, hatten wir schon gesagt, wer wenig Steuern zahlen möchte, Transsylvanien, 10% nur auf eure Krypto-Gewinne. Fand ich cool. Richtig, Levy? 10% waren es, glaube ich, ne? Alexander Baig, ich danke dir für deine Donation. Vielen, vielen herzlichen Dank. Komm, da muss man ein Like. Feiern wir einen super in dem Livestream. Okay, danke. Ja. Okay, Freimeister. Man munkelt drüber, dass die XRP-Hodler zu XLM wechseln könnten. Irgendwas darüber gehört, Meinung zu XLM. XLM wird tatsächlich von dem, von der BAS, für das Institut für Finanzausgleich, in ihren Papieren erwähnt, Leute. Guckt euch das mal an. Ist mega genial. Und ich meine, XLM war doch auch ein ISO-20022-konformes Projekt. Ob jetzt die XRP-Hodler zu XLM wechseln, weiß ich gar nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Das ist, glaube ich, genau so eine Zeitungsente, wie alle Kesper-Hodler jetzt zu Print wechseln. Auch mega spannend. Da war richtig viel Bambule in den letzten Tagen bei uns. Ja, ich glaube, das ist ein Gerücht. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Freimeister. Alexander nochmal, was hältst du von Leox, David? Alex, tut mir leid, wie gesagt, ich habe mich mit Leox noch nicht beschäftigt, habe ich gerade schon gesagt. Phil, guten Abend, David. Was hältst du von OVR? Ich finde, das Projekt sieht mega aus und vor allem deren Website. Okay, wenn du das jetzt schon so sagst, dann lass uns mal nochmal ein bisschen unsere Internetseite, unsere Internetleitung strapazieren. OVR. Ja, gutes Logo, sieht witzig aus. Komm, wir schauen nochmal kurz auf die Internetseite rauf, in der Hoffnung, dass hier jetzt nicht alles zusammenbricht. So, er lädt hier, er lädt hier, er lädt hier. Gut, ja, okay, netter Internetauftritt. Ich bin ja immer, ich bin ja immer zu haben für solche Spielereien, finde ich auch immer gut. Müsse ich mir jetzt wirklich mal im Detail mal angucken. So ein bisschen interaktiv ist immer schön. Was haben sie? 1,2 Millionen registrierte User. Gut, nicht unbedingt wenig. Ja. Erster Einbruch, nicht schlecht. Habe mich jetzt aber pfäreshalber dazu, muss ich wirklich sagen, mich mit dem Projekt beschäftigt. Ich kann dir nicht viel mehr dazu sagen. Wenn wir mal kurz gucken. Circulating Supply bei 51 Millionen, Maximal Supply bei 89, das ist schon gut. Wir haben einen Großteil schon released. Finde ich vernünftig. Seit wann gibt es das Projekt? Okay, auch ein etwas älteres Projekt, noch kein richtiger OG. Hat unseren kleinen Mini Bullrun 21 mitgemacht. Sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ganz gute Korrektur mitgemacht von 3,3 Dollar raus. Sollte man sich mal angucken. Finde ich spannend. Finde ich, finde ich, finde ich spannend. Finde ich spannend. Oh, wow, ja, ich bin oldschool. Ich schreibe auch immer gerne noch Sachen auf. Von daher, ja. Gut, haben wir. Bramski. Howdy, ich würde dich gerne fragen, ob du L-I-M-V-Wire L-W-M-R kennst. Kannst du da eine Analyse geben? Nein, kenne ich leider nicht. Habe ich noch nichts mit zu tun gehabt mit ihr. Sorry. Marco, die Ace war jetzt nicht von Anfang an dabei. Was meinst bezüglich Chainback-Scam? Nein, meiner Meinung nach ist Chainback kein Scam. Es ist aber sehr hoch risikoreich. Gerne noch mal zurückspulen. Habe ich detailliert auch noch mal zugesagt, was ich davon halte, was auch das ganze Thema mit unserer Risikobeurteilung und vor allen Dingen auch, ach, mir juckt so die Nase, Leute, es tut mir leid, was vor allen Dingen auch die gesamte Verteilung angeht, aber auch die Red Flags, die du auf Dextools hast. Ja, spule gerne noch mal zurück, dann kannst du noch mal reingucken. Melanie Heiner, wäre später dazugekommen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Klaas, ja, Aussi, nochmal Leute, wenn ihr sehen würdet, wo ich geboren bin, ich bin in Vriezen geboren, ja, Vriezen, könnt gerne mal nachgucken, aber das ist so dunkel, Deutschland, nicht despektierlich gemeint. Das ist eine schöne Gegend, aber da sagen sich Fuchs und Haas, gute Nacht. Drim, Zinis, Salis, Leute, es tut mir leid, mir den Namen, ich bin ganz schlecht. Guten Abend, mich interessiert ihre Meinung zu CGPT. Erstmal, mein Name ist David, herzlich willkommen, wir duzen uns hier und CGPT habe ich dir, habe ich tatsächlich noch nicht anguckt. Steht auch auf der Liste, muss ich mal rummachen. Klaas L, geht es nicht in die Nähe von Hannover? Richtig, es geht zwischen Hannover und Bielefeld, da wohnen wir dann, sehr ländlich. Elisio, schöne Grüße aus Minden. Minden kenne ich, Minden bin ich oft gewesen, ist tatsächlich auch mein Arbeitgeber, ansässig, mein jetziger Arbeitgeber. Melanie Heine, liebe Grüße aus dem Emsland, liebe Grüße auch zurück. Tobi, findet ihr auch jemand aus dem Chat, wieso verkaufen so viele XRP? Tobi, Leute, es ist leid, wir haben so viele Investoren, die XRP halten, die XRP einfach jetzt wirklich über die letzten Jahre getragen haben, wie so ein, wie so ein verwundetes Häschen, ja, so wirklich von, ja, und irgendwann ist auch mal genug, ich persönlich, also für mich ist genug. Ich habe auch nicht alles verkauft, ich habe drei Viertel meines Bestandes geswappt und auch gut geswappt, muss ich sagen, ich bin happy damit. Auch gerne mal nach vorne scrollen, dann seht ihr das. Andreas Hinkelmann, bei GHX sind über eine Million Watcher und dafür im Vergleich dazu wenig Umsatz bei dem Coin. Ja, das ist immer ganz gut, das ist interessant. Man muss immer vorsichtig sein mit solchen Daten, das kann natürlich auch gekauft sein, ja, deswegen bin ich auch persönlich immer vorsichtig bei Twitter, wenn es um das Thema, Follower geht, kann natürlich alles gekauft sein, deswegen immer, immer, immer vorsichtig sein. Meine Meinung dazu. Hichmann, hallo und guten Abend, was denkst du über Dent? Danke im Voraus. Dent bin ich tatsächlich auch investiert, Dent ist ein absolut totes Pferd, ich bin mega enttäuscht von Dent. Wenn der in dem Bullrun ein bisschen performt, wird er abgestoßen bei mir. Meine Meinung zu Dent. Ganz kurz und knapp. Barney Harper, das war doch Big Bang Theory, glaube ich, Barney Harper. Was sagst du zu Guggeinklage? Also, ganz spannend, Guggeinklage, haben ja im Space auch irgendwie alle hoch und runter gerattert. Ich finde, es ist grundsätzlich gut, dass die amerikanische Börsenaufsicht dort wirklich auch dediziert gegen solche Vorwürfe vorgeht. Jetzt ist es natürlich spannend, was bei Guggeinklage passiert. Der CEO hat ja jetzt einen riesen Pott gelauncht von 10 Millionen US-Dollar in Airdrops. Warum macht er das? Natürlich möchte ich Danke sagen für all die tollen KuCoin-Kunden. Das ist gut, das ist eine gute Marketingstrategie, aber ich glaube, es wird immer alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. KuCoin ist eine grundsätzliche Börse und jetzt müsst ihr euch mal angucken, was bei KuCoin in den letzten Tagen an Geld runtergeflossen ist. Leute, die haben es trotzdem geschafft, stabil zu bleiben und auszahlungsfähig sein. Natürlich, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat 80.000 Dollar auf KuCoin in einem Asset gehabt. Der war natürlich total wild, dass er das innerhalb von 5 Stunden nicht transferieren konnte und es immer noch hing in der Genehmigung. Ist halt so. Nochmal, Leute. Und ich wünsche das einem, jeden Einzelnen von euch. Passt bitte auf, in was ihr rein investiert. Und vor allem, passt doch bitte auf, wo ihr euer Geld lasst. Leute, es ist doch nicht schlimmer, als wenn du deine, du siehst deine Geldbörse, du siehst deine Geldbörse und du brauchst jetzt Geld, du willst dein Geld nehmen und du kannst es nicht rausnehmen, weil jemand sagt, nein, darfst du nicht. Und das ist genau diese Situation, diese Hassliebe mit einer Exchange. Leute, ihr vertraut einer Exchange euer Geld an. Euer Geld vertraut ihr einer Exchange an. Und was passiert dann? Sie hindern euch am Auszahlen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch eine vernünftige Hardware-Wallet holt. Zumindest eine Software-Wallet, wo ihr euer Geld runterholt. Wo ihr eure Assets runterholt. Denn wenn ihr nicht die Keys für eure Assets habt, wenn ihr nicht die Private Keys für eure Verwahrmöglichkeit habt, seid ihr auch nicht Herr über euer Geld. Ich weiß, ich predige das immer wieder, einige kotzt das an, aber es muss erst wehtun. Die Leute müssen erst merken, wie schlecht es einem geht, wenn man sein Geld nicht runterziehen kann. Versteht ihr? Und das ist scheiße. Ich habe selber durchgemacht bei, ich glaube, Hoobi war das, über sechs Monate lang gesperrt, weil sie auch von der US-Regierung angeklagt wurden. Leute, ganz ehrlich, nehmt euer Geld raus. Nehmt euer Geld von den Börsen. Holt euch eine Hardware-Wallet. Egal was. Es ist besser, die Kohle auf einer Hardware-Wallet zu haben, als auf einer Börse. So, genug gepredigt. David, der Wallet-Prediger. So, Google-Einklage. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, Bani. SPS of Android. Okay. Danke, danke deiner Vorstellung von Dimitra. Bin ich aktuell 687 Prozent plus. Das Projekt gefällt mir sehr. Ich kann dir eins sagen, Dimitra ist der Knaller. Ich finde Dimitra so geil. Ich kann euch eins sagen, schaut euch das Video einmal an hier, was jetzt gestern gelauncht wurde bei mir auf dem Kanal. Das Projekt hat so ein Riesenpotenzial. Ich weiß, Landwirtschaft und Blockchain, das ist nicht sexy, das ist nicht toll, das sieht nicht super aus, aber Leute, das ist wirklich etwas, das hat einen richtigen Anwendungsfall, das hat eine vernünftige Implementierung von einem KI-Bot. Ich will nicht alles jetzt erzählen. Schaut euch das Video einmal an. Es macht wirklich Sinn, da einmal reinzugucken. Das Projekt ist der Knaller. Und das Interessante ist, jetzt sukzessive kommen all die anderen YouTuber hinterher und sagen, Dimitra ist gut. Ist doch, ich freue mich drüber. Ich finde es gut. Das ist extra Liquidität für uns. Und ich habe bei Dimitra auch, wo bin ich gerade, 10x, 12x, weiß ich gar nicht genau, aber auch schon richtig gut Geld mitgemacht, beziehungsweise gut Gains mitgemacht. Ja, schön, freut mich, dass du da gut einsteigen konntest. Res XER. Wer leitet kurz, wer leider kurz verhindert wurde, schon über Chainberg gesprochen. Ja, wurde schon über Chainberg gesprochen. Gerne ein bisschen zurück scrollen. Da haben wir alles geklärt. Will YSER. Warum eigentlich bist du in den USA? Warum bin ich in den USA? Ich wurde 2019 von meinem Arbeitgeber angesprochen, in meiner damaligen Position als Abteilungsleiter für Entwicklung, Konstruktion, Dokumentation und Projektmanagement, ob ich nicht in die Staaten möchte und einen Standort, der hier von dem Unternehmen gekauft wurde, implementieren möchte. Also integrieren möchte. Also Engineering, Know-how, Transfer, allgemein Schnittstelle zu deutschen Unternehmen und Struktur. Ja, also all das, was man so irgendwie, du brauchst ja mal Ansprechpartner, wenn du irgendwas brauchst. Machst du das so irgendwie von woanders? Machst du das über das Telefon? Funktioniert sowas nicht? Und da, also ich bin immer noch überlegen, ob sie mich loswerden wollten oder ob sie wirklich dachten, dass ich der Beste dafür bin. Die muggeln noch. Und deswegen bin ich nicht danken. Wir ziehen aber tatsächlich am 4. Juli um 20.30 Uhr geht unser Flieger aus New York. Wir haben noch ein bisschen New York-Ulop gebucht. Das muss da einfach sein. Freue ich mich auch mega drauf. Ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. So. So. Stream bis zu... Genau, okay. Aber jetzt, der Stream bleibt online. Genau, der Stream bleibt online. Von Sepp. Ich habe meine XRP gegen HP und Elektra-Protokoll getauscht. Fühlt sich gut an. Kann ich verstehen. Ich habe das jetzt auch nochmal bei XEP nachgelegt. Wenn ihr noch nicht bei HP im Staking seid, schaut unbedingt auch mal in das Video hier rein. Da habe ich auch noch eine komplette deutsche Staking-Anleitung für HP gemacht. Gibt es bis zu bis zu 10% APY. Hängt davon ab, wie viel ihr investiert habt und und und. Von daher, genau. Würde ich sagen, schaut da gerne mal bei HP rein. Würde ich euch empfehlen. Lohnt sich wirklich, denn es ist einfach zu schade, das Geld einfach im E-RSO liegen zu lassen. Denn das ist eine Rendite, die ihr mitnehmen könnt. Meiner Meinung nach. Frank Reisner. Du hast aber liebe Damen. Ich habe ganz tolle Damen. Ich habe großartige Kinder. Ich habe eine ganz tolle Frau. Ich bin mega dankbar über die Familie. Die sind alle mit mir in die Staaten gegangen. Dieses Land, wo es außer gute Burger und gutes Fleisch nur scheiß Essen gibt. Sorry. Sontazapala. Wo siehst du Chainlink und Solana? Solana habe ich tatsächlich in einem meiner letzten Videos auch mal was zu gesagt. Guckt ihr gerne bei mir am Kanal mal vorbei. Und Chainlink müsste ich jetzt auch reingucken. Habe ich auch mal in den letzten Portfolio-Bewertungen gemacht. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich muss es dir eigentlich sagen. Sind aber beides für mich super solide Projekte. Gerade Chainlink mit ihrer Technologie mega klasse. Solana absolut verstopft gerade durch den ganzen Meme-Kommel-Hype. Schwierig. Ganz schwierig. Aber da wird, denke ich, auch noch viel, viel passieren bei Solana. Das Ding ist nicht tot, meiner Meinung nach. Sante noch mal, du machst eine super Arbeit. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für dein Feedback. Freut mich, es jetzt zu hören. Danke. Brigator, du hast da drei wirklich besten Crypto-YouTuber genannt, inklusive dir. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Kili, Ripple Schnottergeld, also Ripple schnorrt Geld von ihren Kunden, damit sie die Kosten bezahlen. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ich sehe das nicht so. Ripple schnorrt kein Geld von ihren Kunden. Ripple ist ein super gesundes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ist die Aktie mittlerweile schon draußen? Wer die Aktie draußen? Ich glaube, sie ist schon draußen. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall lieber Ripple Aktie kaufen als tatsächlich XRP momentan. Okay, nächstes Kommentar XRP Healthcare. Super Projekt, Healthcare Management, Blockchain reingucken, ganz viel Content gemacht. Projekt seit Anfang 23 am Markt. Tolles Projekt, richtig geil gepumpt im Augenblick. Ich verzichte jetzt auf den Chart zu gehen. Carlos Lamama, leider keine Osterferien, morgen wieder arbeiten, wünsche allen eine gute Nacht. Dir auch? Schön, dass du dabei warst. Kili nochmal. Atech to the Moon. Ja. Kann ich nicht. Okay. Jamal Junior, XRP Healthcare, wann auf Coinbase? Kann ich dir nicht sagen. Interessantes Projekt. Kommt wahrscheinlich früher oder später. Emre, schön dich auch mal wieder zu lesen. Schön, dass du da bist. Gerade noch heimgeschafft. Hi zusammen. Lieber später als nie. Kein Problem. Schau es dir gerne in der Wiederholung ein. Wird auf jeden Fall später noch hochgeladen. Pocket Full of Crypto. Christian, mein lieber. Rentenfonds in Kryptos. Speziell investieren in BTC. GBTC. Ja klar. Denn notfalls investieren sie via Future Short in fallende Märkte und multiplizieren dann noch ihre Rendite. Ich kann dir gar nicht sagen, ob wirklich dort im Futures gerandelt wird. Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Ich meine, das hätte ich in den Dokumenten gelesen. Aber guter Input. So oder so steigen sie auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt ein. Das kannst du gar nicht ausschließen. schließen. Mario. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch mal einen tieferen Fall geben kann. Vielleicht muss es zuerst noch fallen und es die größere Kurs. Ja, das kann sein. Wie gesagt, ich persönlich erwarte nicht Kurse von... Ich persönlich. Nochmal. Ich glaube, dass ein Kursfall unter 50k sehr, sehr schwer wird, weil gerade diese psychologischen Grenzen 1, 2, 5 wahnsinnig stark verteidigt wird. Sowohl als Widerstand, aber auch als Support. Von daher glaube ich, dass 50 Dollar echt schwierig wird. Ja. Liebe Grüße Christian, Dankeschön. Dann nochmal unser Avengers. Wunder dich und deine Chat bei... Bitte. Okay, sorry. Nochmal. Würde dich und den Chat gerne bei Aleph Zero zum Kommentieren. Kommendar und was? Die persönliche Seite von 7 Tagen bei Aleph Zero. Okay, ja. Aleph Zero, ja. Ich finde Aleph Zero gut. Schaut gerne nochmal in die Playlisten rein bei mir. Ich habe zu Aleph Zero auch eine ganze Menge gemacht. Ist auch ein schönes Projekt. Ist halt tatsächlich auch eins, was ehrenamtlich betrieben wird. Genauso wie Elektro-Protokoll. Muss man faires halber sagen. Ist schwierig, was das Vorankommen angeht. Aber ja. Ich glaube, man sollte das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Meiner Meinung nach. Ansonsten jetzt in der letzten Zeit auch wenig darüber gelesen. Aber die bekommen wenigstens noch Rente. Ja, komm. Es gibt ja in Deutschland immer noch ein bisschen Rente. Patrick, unser XRP-Maxi. Hast du Insider? Ob VET Swappen of Tangem möglich sein wird? Kann ich nicht sagen. Ist wahrscheinlich ein Macher. Avengers nochmal. Manu, Grüße an dich. Christoph, bleib auch in Deutschland bei dem Schwarz-Weiß-Ausnahme. Sehr edel. Grüße an Mr. America aus Rhein-Siegen-Kreis. Ja, es bleibt auf jeden Fall in Schwarz-Weiß. Dem möchte ich mir gerne treu bleiben. Das ist so ein bisschen mein Thema. Chila. Hallo David. Mein Lieblings-YouTuber. Was sagst du zu Casper? Casper hatten wir gerade schon vorne gehabt ein bisschen. Wie gesagt, ein bisschen verzögert. Esbuch-Spul. Gerne nochmal zurück. Herzlichen Dank auf die Props. XRP-Maxi hatten wir gehabt. Ben Care. Hey, ich habe die AMA von Chainbeck verfolgt. Danke für deine guten Fragen. Schaut da gerne nochmal rein bei Twitter. Ich bin ihnen echt auf den Keks gegangen. Die müssten echt ein bisschen leiden unter mir. Und das noch sehr konstant. Kommt hier in die Pflege. Wie süß. Ja, dankeschön. Eugen Schell, du bist sehr empathisch. Ja, dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Aus dem Herzen. Ja, ich hoffe, das kommt auch an. Dankeschön. Herzlichen Dank. Adam, hallo. Habe DMTR leider verpasst, würde aber gerne noch kaufen. Deine Meinung? Hatte ich auch ein bisschen früher schon gesagt. Dimitra ist halt einfach ein Asset. Das kann auch wirklich noch ganz locker 2, 2,5, 3 US-Dollar machen. Ob du da jetzt noch einsteigen willst, musst du für dich selbst entscheiden. Ist natürlich schwierig. Scotty. XRP World Reserve Currency. Ja, das weiß ich nicht, ob es das noch wird. Aber irgendwas wird es auf jeden Fall. CryptoColor. Nament aus Hannover. Tschöne Hannover. Eine meiner Lieblingsstädte. Neben Köln auch noch. Robert, mein Lieber. Herzlichen Dank auch für deinen Support. Auch schon etwas länger bei. Meinst du, äh, meinst du mögliches Potenzial von Chainback 100x? Von jetzt oder vom Boden? Vielen Dank für deinen Content. Für meinen Content. Bester Computer YouTuber. Herzlichen Dank. Ob ich jetzt der Beste bin, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, dass du mich so lobst. 100x Potenzial ist für mich bei Chainback definitiv aufgrund der geringen Marktkapitalisierung definitiv möglich. Meine persönliche Meinung, wie gesagt, Leute, nicht auf mich hören. Betreibt eure eigene Research. Entscheidet selber, ob das für euch ein lohnendes Invest ist oder nicht. Es ist ein Hochrisiko-Invest. Chainback ist wirklich absolut riskant. Und, äh, bis die, ganz ehrlich, bis das Ding nicht auf der Börse ist, bis sich das Team nicht gezeigt hat, die zwei Founder, ähm, ist das für mich ein Hochrisiko-Invest. Und ich muss da jedem Neuling dringend von abraten. Und jedem, der da Geld reinsteckt, was er nicht unbedingt eh schon abgeschrieben hat. Meine Meinung nach, ja. Ich hoffe, Frage damit beantwortet. Äh, Eddie, liebe Grüße aus Bad Salz-Ufflin. Ja, kenne ich auch. Bin ich auch öfter mal. Nähe Bielefeld. Top 3 Narrative. AI, RWA und Gaming. Genau. AI definitiv. Real-World-Asset ist für mich auch wichtig. Gaming wird diesen Bullhorn auch richtig knallen. Ähm, kann ich nur so unterschreiben. Bin ich bei dir. Adam, vielen herzlichen Dank für deine Donation. Äh, vielen, vielen Dank. Hallo, habe den DMTR und XRPH leider verpasst, möchte aber jetzt kaufen. Was wäre deine Meinung? Lohnt sich der Einstieg noch? Ähm, bei XRPH Healthcare, meiner persönlichen Meinung nach, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, ja. XRPH Healthcare hat jetzt in den letzten Tagen, was waren das, 100% gemacht, 120, 130% gemacht. Der ist immer noch sehr, sehr weit am Boden. Ähm, es sind momentan gerade, meine ich, 60% äh, bereits im Circulating Supply, sprich das Team hat in den letzten Monaten sehr, sehr viel auf den Markt geschmissen, was gut ist. Video dazu hatte ich auch immer schon mal auf dem Kanal gemacht, wo ich wirklich dediziert nachgeguckt habe, auf welchen Wallet-Adressen liegt jetzt was. Und, äh, das sollte meiner persönlichen Meinung nach wirklich gut funktionieren, dass man dort noch, äh, jetzt einsteigen kann. Dimitra, hatte ich kurz auch was zu gesagt, ähm, meine persönliche Meinung ist, Dimitra an den Preiszielen irgendwo zwischen 2 und 3 US-Dollar sehr gesund. Und, das kann gut passieren, meiner Meinung nach, ob es sich für dich denn jetzt noch lohnt einzusteigen, musst du mit deinem eigenen Erwartungshaltung einfach mal klären. Wenn du sagst, das X, was du ab jetzt noch machen kannst, ist lohnenswert, könnte das eine Investition wert sein, zu meiner Meinung nach. So, über eine Tenso hatten wir ja schon kurz gesprochen, ähm, Seminarabend, hallo David, hallo zusammen, einmal Hallo sagen, das ist auch nett. Äh, Chris, wieso hast du die Liste mit allen Prognosen von deinen Coins? Äh, nee, gibt's nicht, aber guck gerne mal einfach in die Portfoliobewertung rein, die ich immer mal mache, äh, da siehst du auch, äh, was ich alles da drin habe. Aber, ja, wie gesagt, für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, Leute, es tut mir leid, ich hab ein bisschen Probleme hier mit meinem, äh, Stream, ich weiß nicht, was nicht. Wie gesagt, Drittweltland, Amerika. Ähm, Andrea, hallo Andrea, kannst du bitte was zu Veracity sagen? Hatte ich schon was gemacht im, ähm, Anfang des Streams? Spur gerne ein kleines bisschen zurück. Der Stream wird aber auch nachher online kommen, sprich, da kannst du auch nochmal nachgucken, was ich zu Veracity gesagt hab. Äh, Emre nochmal, mein Lieber, äh, streame über Hotspot, ähm, das klappt in Deutschland noch nicht mal über DSL. Ja, ich, wie gesagt, ich hab mein Hotspot übers Handy hier, es tut mir wirklich leid. Sorry. Äh, Andrea zu, und zu Dimitra, danke. Ja, äh, wie gesagt, Andrea, meine Meinung, ähm, Dimitra, wirklich ein Top-Projekt, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich glaube, die Frage sollte damit auch nicht beantwortet sein. Äh, Darkwolf9119, danke für deine Arbeit, hast mich super unterstützt. In den letzten drei Monaten deep in Cryptospace. Das freut mich, das ist mir wichtig, ich möchte gerne Leute abholen, ich möchte gerne Know-how weitergeben, ich möchte gerne eine Plattform bieten, wo ihr euch wirklich über alles austauschen könnt. Es ist natürlich nicht immer super sexy, die Crypto-Wallets vorzustellen oder euch einzuhämmern, dass ihr Ausstiegszeitpunkte euch setzen sollt, aber das ist mir wichtig. Und das, was vielleicht bei anderen Kanälen ein bisschen zu kurz kommt, kommt bei mir vielleicht ein bisschen zu viel. Aber, wenn der ein oder andere hier rausgeht und sagt, da hab ich was draus gelernt, ich hab jetzt für mich einen guten Ausschießzeitpunkt gesetzt, hab mir auch mal Gedanken gemacht, wann ich verkaufen möchte, ähm, ist es das allemal wert. Freut mich. Herzlichen Dank. Nils, äh, kannst du was zu Mähen, Mähma, Mähma sagen? Das ist ein Fußballspiel, ne? Mähma, Mähma ist ein Fußballspiel, Mähma kann ich gar nicht sagen. Äh, im Prinzip ein Kryptofonds, okay? Das klingt interessant. Krypto-Wall, hatte das mal vorgestellt, Jahresrendite von 1600% per Annu sollten drin sein. Boah, ey, Leute. Ähm, ja, Krypto-Wall erstmal, liebe Grüße gehen raus. Also, ganz ehrlich, wenn ihr über solche Renditen redet, fragt euch immer, wo kommt das Geld her? Das müsst ihr euch immer fragen. Auch wenn ihr ein Staking habt von mehr als 15, 20%, fragt euch bitte, wo das Geld herkommt. Das ist immer ein Indikator für, ist das gut, ist das richtig, ist das vielleicht ein Ponzi-Schema, wo die neuen Investoren die alten bezahlen. Und Leute, bei 1600% gehen bei mir erstmal riesen Alarmglocken an. Und das sollte es bei euch theoretisch auch der Fall sein. Äh, kenne ich nicht, kann ich dir aktuell nichts zu sagen, finde ich aber spooky, ehrlich gesagt. Äh, Kasi, hi David, ganz ehrlich. Von allen Krypto-Youtubern, finde ich, bist du einfach der Sympathischste. Danke für deine Arbeit. Äh, Kasi, ich danke dir vielmals. Ich weiß das ja zu schätzen, die Props. Ähm, ja, verlass dich bitte nicht nur auf mich. Bitte guck auch andere, bitte informier dich. Ähm, eine Quelle ist immer gefährlich. Ja, auch ich kann Fehler machen. Äh, wir haben ja über Sympathie gesprochen. Dankeschön. Ich probiere euch mit dem Respekt zu behandeln, den ihr mir auch entgegenbringt. Und ich denke, das ist auch das absolute Minimum. Vielen, vielen Dank. Äh, G3N3XAI. Herzlichen Dank für deinen Support, auch für das, ähm, für den Support Level 1. Äh, danke, danke, danke. Kais, Jay ist auch cool. Hat mir schon einige Fehler vor Augen geführt. Ja, Jay macht da wirklich auch einen sehr, sehr geilen Job. Äh, und weist die Leute auch definitiv immer drauf hin. Äh, Thomas. Hallo David. Hast du eine Idee, wann GAQ auf Tangem als Netzwerk gelistet wird? Ja, meine Freunde, ganz wichtig und ganz dediziert. Leute, wenn ihr eure Graphlink-Token-GAQ auf Tangem schickt, das ist nur die B&B Smart Chain. Wenn ihr es von irgendeiner anderen Wallet schickt, von einer Exchange schickt, ist das das Mainnet. Leute, wichtig, immer erst eine Testüberweisung machen, egal wohin ihr überweist. Immer erst ein paar Dollar überweisen, egal ob ihr jetzt die Fees bezahlt oder nicht. Das ist wirklich ein Sicherheitsmechanismus. Ich habe bis heute, klopf auf Holz, noch nicht einen Cent an Crypto-Assets verloren, weil ich es einer falschen Chain geschickt habe. Immer, weil ich bei größeren Überweisungen oder bei neuen Wallet-Adressen immer erst eine Testüberweisung mache. Das ist das A und O im Crypto-Space, wenn du mit einer Wallet agierst. Das musst du auch wirklich machen. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, tatsächlich weiß ich es nicht. Es steht auf der Liste, aber ich würde damit jetzt nicht allzu schnell rechnen. Äh, ich hoffe, ich konnte dir damit die Frage beantworten. Thorsten. Was haltet ihr von WSM-Token? WSM-Token, habe ich mal gehört, kann ich gar nicht so sagen. Thorsten, Thomas nochmal. Und vielen Dank für die vielen tollen Beiträge, die mir schon viel mehr wettgebracht haben. Viele Grüße aus Lübeck. Lübeck, auch eine wunderschöne Stadt. Ich bin in Rostock oben groß geworden. In Mannemünde habe ich meine Lehre gemacht. Von Schlosser und Schweißer. Lübeck ist mir natürlich auch ein Begriff. Ähm, BastianMiller1. Weine nicht mit dem Ende der... Weine nicht mit deiner... Mit deinem Ende 30. Also, okay. Äh, habe gestern die 43 verschlissen. Äh, ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 44. Schnapszahl. Äh, muss auf jeden Fall einen ausgeben. Alles gut. Ich bin ja noch nicht ganz so alt. Sagen meine Kinder zu mir letztens. Papa, du bist ja schon ganz schön alt. Das ist nicht so cool. Okay, wie auch immer. Ähm, Frankie BO. Sag doch bitte auch mal was zu den Richard Hurt Coins. Pulse Chain, Pulse X und P-H-E-X. Ähm, tatsächlich habe ich mich ein kleines bisschen mit Pulse Chain vor einem Jahr beschäftigt. Ähm, finde es grundsätzlich ein spannendes Projekt. Äh, habe auch mit einer australischen YouTuberin letzte Woche ein Live gehabt. Also, super, super sympathische Dame. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Egal. Äh, Pulse Chain ist momentan auch gerade schon im Beta-Test auf Tangem drauf. Ähm, ja. Ich habe mich aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin nie tiefer reingesprungen. Ähm, ich finde, also Richard Hurt ist tatsächlich wirklich, das ist eine Persönlichkeit. Ähm, ob man jetzt die Produkte, ob man jetzt die Chain so feiern sollte, ich kann es dir nicht sagen. Wie gesagt, ich will da auch jetzt keine falschen Infos verbreiten. Das Projekt hat, äh, ich meine, im letzten Bullrun richtig abgeliefert, richtig performt. Äh, ob es das nochmal schaffen würde jetzt in diesem Bullrun, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, von daher bleibe ich da erstmal draußen. Ähm, Crypto Hunter. Gibt es demnächst eine Portfolioaktualisierung? Ja, habe ich vor. Habe ich auch, was du gelöst. Mache ich. Versprochen. Will ich auch. Da hat sich viel getan. Alleine schon durch den XRP-Verkauf. Äh, nicht alles, nochmal. Wir haben ein Viertel behalten. Ronny, servus, Deutschland. Ronny, mein Lieber, auch vielen herzlichen Dank für deinen Support als Kanalmitglied. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, sag uns, sag uns M-E. M-E? Ronny, ich habe keine Ahnung, was du meinst mit sag uns M-E. Hilf mir mal. Sag uns M-E. Okay, Avenger. Leute, 300 Zuschauer, 8 Likes. Ja, alles gut. Ganz ehrlich, für die schlechte Stream-Qualität, ähm, kann man auch keinen Like rausholen. Leute, es tut mir leid. Ähm, ja. Äh, Riesenleben, Lachen, Reisen und Abenteuer. Äh, hey David, mal einen herzlichen Dank für deinen Content. Äh, lieben Dank auch, mein Lieber. Ich verfolge dich auch mal ein bisschen auf Instagram. Äh, krass, was du machst. Äh, krass deine Bilder. Finde ich mega cool. Äh, Respekt. Ich hoffe, ich komme auch mal in den Genuss, ähm, auch mal so zu reisen. Richtig cool. Äh, Mehmet, hallo, auch schönen Gruß an dich, JP. Deine Prognose für den Bullrun generell. Selbst YouTuber, die Bullish sind, sprechen nun von einem 10x ab jetzt ein bisschen weniger, oder? Algorender und Multiverse können beispielsweise noch wesentlich mehr. Ähm, ja. Okay, äh, generelle Prognose zum Bullrun. Ähm, was sage ich? Wo sehe ich das Ganze? Ich habe ja immer mal auch in den Portfoliobewertungen gesagt, Bitcoin 100.000 als Anhaltswert 120. Ich habe dann, als ich in Las Vegas war, was nun auch schon wieder ein Dreivierteljahr her ist, habe ich ja gesagt, dass ich Bitcoin durch die gesamte Adoption, durch den, ähm, durch die ganzen ETFs, durch all die Neuigkeiten, die jetzt auch gerade mit Retail-Investoren, einfach auch mit großem Geld, mit größeren Investoren kommen, Bitcoin jetzt deutlich höher bewerte. Für mich selbst, pessimistisch gesehen, sehe ich Bitcoin am All-Time-High in unserem jetzigen Bullrun, in dem wir uns momentan schon befinden. Wir befinden uns nicht mehr im Bärenmarkt, wir sind im Bullenmarkt. Sehe ich definitiv Preise von 180k bis 200k als mehr als realistisch. Ich glaube, ich denke, dass die 200k eine so unüberwindbare Hürde sein wird, dass wir ab dem Bereich erstmal einen ganz harten Abpraller sehen werden und Kurse, gute Korrekturen von 30, 40, vielleicht auch sogar 45 bis 50 Prozent sehen werden. Ich glaube, wenn wir einmal an die Zahlen gekommen sind, wird es sehr schwer, noch mal unter die 100 zu kommen. Aber, um deine Frage vielleicht abschließend zu beantworten, ich persönlich sehe selbst Bitcoin bei den 180 bis 190 im Peak. Das ist meine persönliche Meinung. Und bei dem Wert würde ich auch sagen, danke, ich muss jetzt alle meine Chips vom Tisch nehmen und sage dann danke für den Moment. Das ist meine Meinung. Natürlich, Render Multiverse X, ein riesengroßes Projekt, ne, Dr. Manu. Ganz tolles Ding, muss ich einem jedem nur sagen, ich habe angefangen, mich mit dem Multiverse zu beschäftigen, sollte aber noch einen Schirm haben. Render sowieso. Ich selbst habe bei Render auch schon Gewinne rausgenommen. Jetzt werden wahrscheinlich wieder der ein oder andere sagen, hey, warum machst du das? Habe ich gemacht, weil Risikomanimierung. Beziehungsweise ich wollte in andere Assets stecken. Habe tatsächlich 1.500 Dollar, die ich bei Render drin hatte, in Elektro-Protokoll gesteckt und schwupps darauf ein 3x gemacht. Also definitiv keine schlechte Entscheidung getroffen. So, ich hoffe, Frage damit beantwortet, mein Lieber. Ronny, servus Deutschland, nochmal. Ernsthaft nicht. Was zählt für eine Steuer? Ernsthaft nicht. Ja, zahlt er gerne eine Steuer? Ja, Ronny, also wir in dem Kontext, dass ich einfach weiß, wenn ich Steuern zahle, mache ich auch Gewinn. Ähm, Coinfarmerin. Äh, Daniel, meine Liebe. Schön, dass du da bist. Schön, dich, äh, noch zu sehen. Bist ja auch ein bisschen ruhig in den letzten Tagen. Mal wieder ein bisschen Import von dir kommen, meine Liebe. Äh, Ronny nochmal. Äh, keiner hat Bock auf Steuern. Ja, Ronny, ich gebe dir recht. Sicherlich hat niemand Bock auf Steuern. Aber praktisch musst du ja immer berücksichtigen, wenn du jetzt wartest. Neh mal an, du bist jetzt, du bist bei der Hälfte deiner Steuerfrist. Du bist bei der Hälfte deiner Haltefrist. Und dein Asset hat jetzt gepumpt. Du siehst, makroökonomisch passt alles, ja. Und du stellst einfach fest, dass der Markt runtergeht. Der gesamte Markt fängt an runterzugehen. Dann ist es doch absolut legitim zu sagen, ich nehme jetzt lieber mein Geld raus und sage danke für die Investition und habe vielleicht ein paar tausend Dollar in Steuern, anstelle die Rakete wieder komplett mit runterzufahren. Denn diesen Fehler machen ja die meisten Investoren. Sie fahren den gesamten Bullrun wieder mit runter und müssen dann nochmal wieder vier Jahre warten bis zum nächsten Zyklus. Das haben die Leute in 2021 geschafft und das haben die Leute in 2016, 2017 auch geschafft. Und das sind einfach die Fehler, die wir nicht machen dürfen. Und ich möchte alles daran setzen, dass ihr versteht, dass auch mal Teilgewinne mitzunehmen gut und richtig ist. Nochmal, ich kann hier keine Beratung machen. Ihr müsst selber wissen, was ihr investieren wollt, wie viel ihr investieren wollt und wann es auch für euch Zeit ist, Geld rauszunehmen. Das muss zu eurer Lebenssituation passen. Das ist ja ganz wichtig, ja. Ich bin in einer ganz anderen Situation. Ich habe ganz andere finanzielle Mittel, ja, als ihr. Und ich lege vielleicht auch auf viele Sachen gar nicht so viel Wert wie ihr. Für mich ist Urlaub komplett egal. Für mich ist Essengehen komplett egal. Für mich sind tolle Klamotten komplett egal. Ist auch da mit einem höfigen Shirt, ne? Okay, ja, aber 15 Dollar. 15 Dollar hat das blöde Shirt gekostet. Ja, ich lege keinen Wert auf eine Rolex. Ich habe mir eine blöde Apple Watch an. Okay, ja. Passt jetzt auch nicht. Aber die habe ich mir Gebrauch gekauft, ja. 200 Dollar Gebrauch gekauft. Ich kaufe mir nichts Neues. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Interessiert mich nicht. Ja, ich habe da eine ganz andere Rangehensweise, eine ganz andere Mentalität vielleicht. Aber wichtig ist, Gewinne mitnehmen. Stück für Stück rausgehen. Und nicht die Rakete wieder runterrein. Das haben so viele gemacht. Rakete mit runtergeritten, im Dreck gesessen. Macht euch den Spaß. Guckt mal nach. Werden wahrscheinlich viele bestätigen. So. Markus, wo könnte Fetch Air hingehen? Tatsächlich, Fetch ist für mich jetzt gerade so ein Thema, auch mit der ganzen Fusion, die wir jetzt auch gerade zu dem Thema mit dem AI, ich muss ja kurz reingucken, ich habe es recht aufgeschrieben, oder? Mit dem ASI-Coin. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch in Fetch reininvestieren sollte. Denn spätestens mit der Fusion wird das natürlich sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, ihr habt das auch alle mitbekommen. Ich springe jetzt nochmal ganz kurz in den Speedscreen rein hier. Die wirklich drei namenhafte, riesengroße AI-Größen am Blockchain-Markt. Singularity Net, Ocean Protocol und Fetch AI. Ja, Ocean gerade auch mit dem Thema Datenbereitstellung. Vereinen sich zu dem ASI, Super Intelligent Alliance Coin. Ja, da wird nochmal der Name. Mega genial. Ich würde faktisch jetzt nicht reininvestieren. Ich weiß nicht, was tatsächlich mit dem Projekt passiert. Ich weiß nicht, wo der Preis noch hingeht. Ich weiß nicht, wie der Umtauschkurs werden wird. Da gab es auch schon ein paar Gerüchte. Ich habe persönlich noch nichts Offizielles gesehen. Schreibt es gerne mal unten rein in den Chat, wenn ihr da mehr Informationen zu habt. Was ich aber jetzt hier zu dem Thema noch gerne sagen möchte. Ich finde, das ist ein super bullisches Zeichen. Und eine solche Verschmelzung, eine solche Allianz gab es ja im gesamten Cryptospace noch nicht. Und da tun sich gerade drei Größen zusammen, um ihre Ressourcen, um ihr Know-how, um ihr Wissen, um ihre Community zu bündeln, um einfach was ganz Neues zu erschaffen. Und das finde ich mega, mega, mega spannend. Aber nochmal ganz wichtig, bei Jay am Montag um 13 Uhr deutscher Zeit wird das Video von uns beiden gelauncht, wo wir auch darüber sprechen. Ja, was das für Möglichkeiten bietet, was wir da selber auch an Potenzial sehen. Schaut da unbedingt auch mal rein. Guckt bei ihm auch mal im Kanal vorbei. Und nochmal eine ganz andere wichtige Thematik dazu, die ich mit euch gerne noch mal kurz teilen möchte. Denn diese Frage kam ganz, ganz oft. Ich habe Singularity Net, ich habe Ocean oder ich habe Fetch.ai. Was passiert denn jetzt mit meinen Token? Was ist denn jetzt mit meiner Haltefrist? Ja, ich habe die vielleicht erst ein halbes Jahr. Beginnt die von neuem? Muss ich sie verkaufen? Was ist mit dem Swap? Und hier kann ich eine Info nur rausgeben. Und ich packe ganz gerne mal den Artikel, packe ich mal hier in den Chat rein, dass ihr ihn auch habt. Das ist hier ein Statement von Blockbit, von Florian Wimmer. Wer Blockbit nicht kennt, wie gesagt, keine Werbung. Ich nutze Blockbit für meine Steuererklärung. Blockbit ist das einzige im europäischen Raum vom deutschen Finanzamt anerkannte Krypto-Steuer-Tool, was es dir ermöglicht, einen Steuerreport rauszugeben, den das Finanzamt so ohne Rückfragen anerkennt, wenn ihr ihn richtig ausgefüllt habt. Kein anderes Tool macht das. Niemand anderes. Und ich habe mir alle angeguckt. Ich habe mir wirklich alle angeguckt. Und der liebe Florian hier, der Co-Founder von Blockbit, mit dem wir auch schon ein Interview hatten, der hat hier ganz klar ein Statement dazu abgegeben. Ein Krypto-Swap ist der Austausch einer Kryptowährung gegen eine andere, der steuerlich Implikationen haben kann. Hier kommt jetzt aber das Wichtige dazu. Und das ist nämlich genau das, was ihr jetzt für euren Swap, eure Assets, von beispielsweise Singularity Net, Ocean Protocol oder auch Fetch.ai berücksichtigen muss. Token Swaps, die bei einer Token-Migration stattfinden, also sprich, meine lieben Freunde, genau das, worüber wir da reden, ja, also die drei Assets werden jetzt in den ASI-Coin überführt, werden steuerlich anders behandelt und stellen in der Regel keinen steuerbaren Vorgang dar. Also, um das kurz abzuschließen, meine lieben Freunde, dieser Swap, den ihr jetzt hier machen müsst, oder der automatisch abgehandelt wird, ich weiß noch nicht, wie das auf den Börsen stattfindet, ich weiß nicht, wie es auf den Wallet stattfindet, wenn es irgendwas gibt, werde ich das natürlich auch mit euch teilen, denn dieser Swap, den ihr gezwungenermaßen machen müsst mit euren drei Assets, wenn ihr nur eins habt, mit einem Asset dann nur, der wird für euch in Deutschland nicht steuerlich relevant sein. Also sprich, nicht verkaufen und dann den anderen kaufen, sondern eure Haltefrist läuft weiter, eure finanzielle Bewertung läuft weiter. Wie gesagt, ich bin da auch dran, wenn es ein paar mehr Infos gibt, teile ich die auch gerne mit euch, lasst das aber unbedingt mal im Hinterkopf, ihr müsst da, glaube ich, keine Angst haben. Wie gesagt, ich bin auch kein Steuerberater, das sind aber die Infos, die ein Fachmann und der Florian Wimmer, der sitzt mit Blockbit zusammen im Deutschen Bundestag drin und die gestalten unsere Krypto-Gesetze in Deutschland mit, mit dem Deutschen Bundestag. Und das ist für mich einfach eine vakante, eine valide Quelle. So, jetzt haben wir das AI-Team, den Super Intelligent Alliance Coin auch abgehandelt. So, jetzt sind auch die Fragen dazu, oder mein Lieber? Okay, Ronny, Servus Deutschen Ronny, mein Lieber, ey, 20 Euro, bist du denn verrückt? Sorry, dass es ja zu spät erst kommt. Ich danke dir vielmals. Sag mal an, wenn man von heute auf morgen seinen Standort nach Schweiz ändern würde, sind wir dann mit den Coins, die wir vorlassen, unsere dann auch damals angesehen haben, drei Monate vorher in der DAB gekauft haben, steuerfrei in der Schweiz. Das ist eine gute Frage. Also es geht dir ja darum, dass du umziehst. So, jetzt kann ich dir eins sagen, wie ich das persönlich mache. Ich persönlich habe ja, bevor ich in die Staaten gegangen bin, Kryptos gekauft. Ich habe, währenddessen ich in den Staaten war, Kryptos gekauft und auch verkauft. Und ich habe, und ich verkaufe natürlich auch, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin, Kryptos, die ich in die Staaten gekauft habe. Ich persönlich handhabe das so. Und das ist jetzt kein Persilschein für euch. Das heißt jetzt nicht, ihr geht zu eurem Steuerberater und sagt, oh, der David hier von der Kryptefamilie, der hat gesagt, das ist so, das machen wir jetzt auch so. Das ist meine Herangehensweise. Das habe ich so mit meinem Steuerberater abgesprochen. Für mich zählt der Veräußerungszeitpunkt, sprich auch das Land, in dem ich es veräußere. Ob das jetzt richtig ist, kann ich dir nicht sagen. Ich mache das so. Mein Steuerberater hat mir da Grundsdicht gegeben. Das werden wir auch beim Finanzamt so anmelden. Und dann ist das so. Also sprich, Teilgewinne, die ich hier in den Staaten genommen habe, muss ich hier in den Staaten auch versteuern. Mit, ich meine, es sind 20%, 25% irgendwie den Dreh. Aber da ich ja eh ein Großteil in Deutschland versteuere, ist das auch für mich kein Problem. Ronny, mein Lieber, nochmal vielen, vielen Dank für deine riesen Donation. Ich werde mir die Frage aber mitnehmen zum Blockpit und werde das mal stellen. Und wenn ich dann eine Antwort so habe, teile ich das auch auf jeden Fall mal. Danke für die gute Frage. Äh, Kina, Moinsen, was ist deine Meinung zu Ravencoin? Habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt, mein Lieber. Kann ich dir echt nichts zu sagen. Äh, Livestream immer bitte freitags. Heute war tatsächlich so eine Ausnahme. Ich bin nicht so der riesen Livestreamer. Und ich bin auch echt schon ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen geschafft. Wir haben jetzt knappe drei Stunden. Ich habe zu meiner Frau und zu meinen Mädels gesagt, anderthalb Stunden höchstens. So viele kommen gar nicht. Das wird gar nicht so. Da werden gar nicht so viele da sein. Wir kommen jetzt auch so ganz langsam zum Ende, meine lieben Freunde. Ähm, vielen Dank für eure große Beteiligung. Finde ich mega, mega heiß. Ronny nochmal. Schweiz, äh, da geht alles. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich nehme das mit, die Frage. Finde ich wirklich spannend. Äh, ja, Portfolioaktualisierung, hatten wir schon gehabt. Ähm, ich habe, ich habe, äh, Eugen, ich habe eine gute Frau. Auf jeden Fall. Äh, ob ich ein guter Kerl bin, danke. Ich frag meine Frau später mal, was er dazu sagt. Den, den Stream jetzt auch gerade sieht. äh, 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 vielen, vielen Dank für deinen Support Level 2. Äh, Dankeschön für die Unterstützung. Vielen Dank. Äh, JokerMV, auch danke, dass du, äh, Kanalmitglied bist, ist auch, sehr geschätzt. Dankeschön. Äh, in wie vielen Projekten bist du aktuell investiert? Ich kann mich daran erinnern, dass es 40 waren oder 50 plus waren. Meine, meinst du nicht mehr, schwer im Bullrun da noch den Überblick zu behalten? Ja, tatsächlich ist das schwer im Bullrun den Überblick zu behalten. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich jeden Tag damit. Ich bin jeden Tag zwischen, wie gesagt, 5, 6, 7, 8 Stunden mindestens in der Research drin, gucke mir meine Projekte an. Das Erste, was ich morgens mache, nachdem ich meine Portfolio, meine, meine Community Pflege gemacht habe, äh, von 5 bis 6 ist ins Portfolio zu gucken. Was passiert gerade? Wo sind die Assets gerade? Wo habe ich vielleicht Verkaufszeitpunkte erreicht? Was müsste ich transferieren? Aber ich bin momentan bei 50 plus Assets und ich muss ausmisten, ich habe zu viel. Definitiv. Definitiv. Avenger nochmal. So, ich verabschiede mich für heute. Frohes dann. Bis dann, Dave. Ja, danke dir. Schön, dass du dabei warst. Mago, du bist, bist du eigentlich in BTC oder Ethereum investiert? Bitcoin gerade mal 20, 30 Dollar. Meine Kinder haben deutlich mehr Bitcoin. Und Ethereum habe ich nur für Gasgebühren. Ich glaube, ich habe irgendwie in Summe 5, 6, 700 US-Dollar in Ethereum drin auf drei Wallets verteilt, um tatsächlich auch die Gasgebühren zu bezahlen. Ganz wichtig, meine lieben Freunde, wenn ihr das nicht habt, kauft Ethereum, habt es auf euren Wallets. Ganz wichtig, fangt das nicht erst an zu kaufen, wenn es zu spät ist und der Preis so gestiegen ist. Macht das jetzt bitte und plant euch gut im Bullrun für jede ETH-Transaktion zwischen 30 bis 50 Dollar ein. Damit rechne ich. Ist meine Meinung. So, Xavier, deine Frau kann ja mal Hallo sagen. Ja, Katrin, habe ich dir gesagt. Sag mal Hallo. Nehmen wir vielleicht mal ein. Ich habe es dir gesagt, wäre wahrscheinlich mal spannend, wenn sie mal mit vor die Kamera kommt und mal sagt, hey, so geht es uns in den Starten. Mal sehen, vielleicht machen wir das mal. Hier machen wir jetzt die mal. So, Silvio, hey, was hältst du von XYO? Liebe Grüße. Tut mir leid, kann ich dir nichts zu sagen. Habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt. Mirko, servus und danke für dein Content. Was denkst du über Veracity? Habe ich schon was zu gesagt? Ein paar Mal im Video schmule gerne ein Stückchen zurück. Schau gerne sonst nochmal die Wiederholung. Das ganze, der ganze Livestream kommt auch in wenigen Stunden noch richtig offiziell online. Könnt ihr euch den im Nachgang auch nochmal angucken. mein Lieben. Bastian Miller, Thema ICP mit den aktuellen News der ersten AI auf Web3, Blockchain und erstmaligen Knacken der drei Millionen Blocks. Für mich persönlich ein interessantes Asset. Wie siehst du ICP? Hundertprozentig. Ich bin absolut bei dir, Basti. Internet Computer ist ein OG-Projekt. Habe ich 21 kennengelernt? Ne, habe ich 20 kennengelernt? Sorry, habe ich 20 kennengelernt? Ne, habe ich 20 kennengelernt. Das Einzige, was bei ICP mich persönlich relativ negativ stimmt, ist tatsächlich das fehlende Westing. Die Jungs haben sehr viel verbrannten Boden hinterlassen, was natürlich auch sehr, sehr viele Investoren sehr geschockt hat. Ich würde jetzt auch wirklich gerne noch rüberspringen, Charter angucken, Leute, aber ich stream hier über mein Handy, weil Internetverbindung ist einfach kurze. Deswegen seht es mir nach, dass wir da jetzt vielleicht nicht nochmal dediziert in den Chart reingehen. Aber grundsätzlich, ICP, tolles Projekt. Ich weiß, der Thomas von Crypto Recovery hatte auch sehr, sehr viel Content zugemacht. Unbedingt mal reingucken. Jerry AC1, mein Lieber. Ich merke mir immer dein Quart, dein rotes Quart. Hi David, danke für deinen immer wieder tollen Arbeit. Würdest du bei einem Dip-Link nochmal nachkaufen? Habe selbst 4,95, habe jetzt bei 4,95, 4,90 Euro gekauft. Danke. Chainlink ist natürlich ein super Asset. Ich habe da immer sehr anregende Unterhaltungen mit einem speziellen Community-Mitglied, Herr Doktor. Ja, ist ein OG-Projekt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, 100, 120, 130 Dollar sind da durchaus realistisch. Ich glaube, dass 100 Dollar eine sehr, sehr schwere Grenze für das Projekt wird. Aber klar, beim größeren Dip immer die CA senken, immer nochmal nachschießen. Man kann nie genug von dem guten Zeug haben, das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich konnte deine Frage dann beantworten, lieber. Basti nochmal und großes Kompliment plus, großes Dankeschön für deinen Content und die Zeit, die du uns widmest und ebenso an deine Frau und deine Kids für ihr Verständnis. Das riecht dich aus, ich werde es Ihnen sagen. Dankeschön. Wer kann ich da noch nichts zu sagen? Danke. Schön, dass es so gewertschätzt wird. Vielen Dank. Sebastian, drück dir nochmal, bitte, drück doch bitte nochmal einen Like-Button. 15 Like ist aber wenig. Sebastian, bei der scheiß Stream-Qualität, ich bin froh, dass nicht mehr Leute das Like gedrückt haben. Es tut mir so leid, es tut mir so leid mit der Stream-Qualität. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Ich habe alles vorher getestet, es lief rund. Es lief wirklich rund. Keine Ahnung, woran sie liegt. Teaser, warum sprichst du immer so komisch leise mit gepresster Stimme? Ich habe echt Schwierigkeiten, alles gut zu verstehen. Es tut mir leid, ich habe tatsächlich, ich habe mir ein Schuh-Mikrofon, ein, ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Ich habe hier tatsächlich mit der Verstärkung Probleme. Es ärgert mich wahnsinnig. Ich hasse, dass diese Qualität so beschissen ist. Ich arbeite dran. Am Sonntag kommt das neue Mikro und das Video für Donnerstag wird definitiv qualitativ hoffentlich deutlich besser werden, sodass das dann besser ist. Berechtigte Kritik, ich danke dir, dass du das nochmal so äußerst. Ich arbeite dran. Versprochen. Mago, Larry Fink erzählt dauernd etwas davon, dass er alle tokenisieren möchte. Welche Kryptos kämen hier ins Spiel? Das Potenzial wäre gigantisch. Ja, wie gesagt, Mago, Video am Montag mit Jay zusammen auf meinem Kanal. Genau darüber haben wir gesprochen, welche Real World Assets, Real World Asset Kryptoprojekte da interessant sind. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Meinung dazu ist. Mago nochmal, wie siehst du aktuelle Meinung zu Aleph Zero und wie ist aus, und wie sieht, wie siehst du Acero vom Preis im Bullrun? Aleph Zero momentan gerade, wo steht der? 1 Dollar? 1,20? Ich kann es gar nicht sagen. Müsste, glaube ich, so um den 1 Dollar sein. Ist ein gutes Projekt. Wie gesagt, da habe ich auf meinem Kanal auch viel, viel Content zugemacht. Ich glaube, es wird schwierig für das Team, alleine durch den Umstand, dass sie ehrenamtlich unterwegs sind, da auch noch, ich sage, wirklich viel Zeit reinzustecken. Es ist immer diese Krux bei ehrenamtlich betriebenen Projekten. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon ein bisschen was vorher gesagt. Aber wie bei so allen Assets ein pessimistisches 10x sollte da meiner Meinung nach drin sein. Wie gesagt, aber nicht basierend darauf reininvestieren auch selber nochmal Gedanken machen. Melanie, XRP hat mich zum Cryptospace gebracht. Ja, verstehe ich, kann ich verstehen. Ich glaube, das hat viele in Cryptospace gebracht. Klaas, vielen Dank für den Update auf Level 2, mein Lieber. Julian, kennst du LCX? Hat man schon gehabt. Habe ich leider mich noch nicht näher mit beschäftigt, aber schon viel drüber gelesen. Fensterheber, Chainback Scam, nein, ist kein Scam, ist ein Hochrisiko-Asset. Gerne nochmal zurückspulen, da findest du die ganzen Infos dazu. Mirko, ich hoffe, es läuft mittlerweile besser wie in den letzten eineinhalb Jahren. Nach dem Regen kommt wie immer der Sonne, scheint die Sonne. Richtig, hast du recht. Wir arbeiten daran, dass es besser wird. Aber, jammern auf hohem Niveau, ich habe eine tolle Familie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine tolle Community, alles gut. Und wie gesagt, da kommt ein eigenes Video nochmal zu. Joe, schöne Grüße, schönen guten Abend. Und kannst du etwas zu Pendel sagen? Nein, kann ich leider nicht, sorry, habe ich mir noch nicht angeguckt. Mirko, Will Resetty nochmal nachkaufen? Mich gerade nicht, ich bin 450% im Plus, von daher, nee, ich nicht, aber wenn man noch nicht drin ist, das Ding hat auf jeden Fall aufgrund der Marketkapitalisierung und des geringen, oder des geringen, hohen, egal, es ist noch nicht sehr groß aufgrund des Marktranks, meiner Meinung nach, ein großes Wachstumspotenzial. Peter, erstens, danke, erstens, vielen Dank zurück an dich, zweitens, kommt Cardano noch im Bullrun, hätte gerne mein Minus ausgeglichen, ja, ich bin bei, ich bin bei Ada momentan auch, glaube ich, gerade plus minus null mit meiner Investition, Charles Hoskins ist ja wirklich eine Nummer für sich, muss man ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ist ganz schwierig. Cardano hat sehr, sehr viel Vorschusslaubeeren gehabt, ich sehe aber, ich sehe aber bei Cardano sehr viele Projekte, die momentan aufbauen. Es gibt wirklich, wirklich viele Projekte, die jetzt in den letzten Monaten gelauncht sind, die auf Cardano gebaut haben und das stimmt mich persönlich auf Cardano nicht ganz unbullish, muss ich ganz ehrlich sagen. Servus, Tasso, Lasso, herzlichen Dank auch für deinen Support als Kanalmitglieds. UPS zu spät, UPS, 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 sorry, ups, zu spät rein, trotzdem finde ich es super, dass du jetzt auch mal Livestreams machst, bei dem nächsten Mal auf jeden Fall rechtzeitig dabei. Ja, ich habe den, ganz ehrlich, ich habe den Livestream heute Morgen und habe mir gedacht, komm, machen wir ein bisschen was, holen wir die Leute noch mal ein bisschen ab, quatschen wir mit den Leuten und ihr seid ja auch verrückt, das ist ja bei euch in Deutschland schon 23.36 Uhr. Leute, deswegen sind auch nur noch knapp 200 Leute dabei, aber schön, dass ihr dabei seid. Vielen, 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 vielen Dank. Ich finde es super, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Außerdem kriege ich auch meine Livestream-Show so ein bisschen abgelegt dadurch. Kryptohasi, hi, was denkst du, wann der Bullrun sein High hat? Schwierig, 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 schwierig. Ganz viele Leute haben ja gesagt, dass wir Ende 2024 erst die ersten Anstiege sehen werden und dass wir mit dem Halving im April jetzt tatsächlich nochmal den Downtrend sehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen riesengroßen Downtrend sehen, meiner Meinung nach. und ich glaube auch nicht, dass wir erst Mitte 24, nee, Anfang 25, Mitte 25 erst das Peak sehen werden. Ich glaube, dass sich das alles super ziehen wird. Ihr dürft eins nicht vergessen jetzt und das ist wirklich, das ist wichtig zu verstehen. Ihr dürft die vergangene Marktzyklen nicht als Referenz nehmen, denn was ist da gewesen? Wir haben sehr viele große, nee, nein, wir haben wenige große gehabt, die mit ihrer Kohle den Kurs so bewegen konnten. Erinnert euch mal daran. Solche Ausschläge, 30, 40 Prozent, an einem Tag ist nichts Ungewöhnliches gewesen bei Bitcoin. Das hat sich jetzt alles durch die breitere Masse an Investoren, durch das, ich sag mal, intelligente Geld, ja, sind wir wieder bei den Rentenfonds, ja, durch die ETFs, durch Leute, die einfach ein bisschen entspannter am Markt drin sind und auch einfach sagen, hey, weißt du was, das ist kein Problem. Das hat sich damit einfach auf viele Schulter verteilt. Es ist nicht mehr so einfach für einzelne Entitäten diesen Hebel anzusetzen und sagen, jetzt pushe ich das, pushe ich Bitcoin mal um 30 Prozent, jetzt dumpe ich Bitcoin mal um 30 Prozent und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, langer Rede, kurzer Sinn, den Peak, ich glaube nicht mehr, dass wir diesen Peak haben werden und dann wieder 40, 50 Prozent runterfahren, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden den Peak haben, wir werden ein bisschen korrigieren, wir werden seitwärts flecken, wir werden wieder einen neuen Peak haben und die Abstände werden immer kleiner. Wir werden nicht mehr diese Riesensprünge sehen. Wirklich, eine wirkliche Gewinnmitnahme jetzt für das, was ich bei mir im Portfolio habe, erwarte ich persönlich für Ende 24, Anfang 25. So würde ich da vorgehen, das ist meine Meinung. Ich hoffe, das konnte deine Frage ein bisschen beantworten. So, Christian, XRP, einziger Coin neben BDC mit regulatorischer Klarheit in den USA. Warum verkauft man sowas? XRP hat noch keine regulatorische Klarheit. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Und, was diese Shitshow um Gary Gensler, noch Gary Gensler und die SEC dort macht, das ist einfach, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ey, wir haben Free Pass für Ethereum gehabt von Gary's Vorgänge. Was machen sie jetzt? Auch wisst ihr was? Die Würfel sagen, wir wollen jetzt doch mal ein bisschen Stress machen. Also, gebe ich gar nichts drauf. Warum ich XRP verkaufe, habe ich auch gesagt. Das hat für mich rein aus Investoren-Sicht macht das für mich Sinn. Bemski, toller Livestream, danke, danke auch dir. Micha X, wow, Livestream, viele Grüße und frohe Ostern. Micha, viele Grüße zurück und danke, danke dir. OVD, Fetch, Ajax, Ocean, Migration in Deutschland. Wie schaut das dann mit der Haltungsauce aus? OVD, haben wir besprochen. Spulen wir ein kleines bisschen zurück. Wahrscheinlich hast du es schon gesehen, dass ich es beantwortet habe. Ich bin leider ein bisschen hinterher mit den Kommentaren. Ich bin da nicht ganz so schnell. Wolf nochmal, ich werde in Zukunft wieder kommentieren, unter den Videos dalassen. Hatte die letzten sieben Monate viel um die Ohren und nebenbei auch noch, auch noch Admin bei Olli. Ah, okay. Das erklärt natürlich allerdings, ist wichtig. Schöne Grüße auch an Olli. Das geht auf jeden Fall vor. Nein, war auch natürlich kein Vorwurf. Ich kenne ja meine Community, ich freue mich auch immer über die Kommentare und frage mich natürlich, oh, warum ist da jemand jetzt nicht mehr dabei? Aber danke dir. Andreas, Universal Montreer Unit Crypto 2.0 Wenn das kein Fake ist, dann würde ich persönlich keine XRPs halten. Ja, kann ich nicht so sagen, kenne ich mich tatsächlich mit aus, halte mich nicht angeguckt. Martin, was sagst du zu Veracity? Ich denke, Veracity bekommt noch mal die Kurve. Absolut deine Meinung. Spur gerne noch mal ein bisschen zurück. Habe ich auch was zu gesagt. Da Vinci Talks Meinung zu Reef. Grüße von David zu David. Mein Lieber, kann ich dir nichts zu sagen zu Reef? Wie gesagt, wir müssen auch den Live-Sendest-Pass und keines bisschen langsam zum Ende kriegen. Deswegen, ja, kann ich dir wirklich nichts zu sagen. Habe ich mir noch nicht angeguckt, mein Lieber. Sorry. JF, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für die 12-Euro-Donation. Bin immer ganz verlegen, wenn das jemand macht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hallo David, was hältst du von VoidZ? VDZ? Der Coin ist vor vier Tagen gelauncht, hat glaube ich etwas mit AI und Gaming zu tun. Deine Meinung dazu würde mich interessieren. So, mein Lieber, das würde ich sagen, das gucken wir uns jetzt einfach nochmal schnell an. Auch wohl wissen, dass uns wahrscheinlich unsere Verbindung hier abkacken wird. VoidZ. So, also, erstmal grundsätzlich. Neu gelaunchte Projekte in einer solchen Phase jetzt, muss man immer kritisch betrachten. Und das meine ich wirklich so ernst, wie ich es sage. Überlegt euch mal, warum Projekte jetzt gelauncht sind. Überlegt euch mal, warum Projekte jetzt auf einmal aus dem Loch gekrochen kommen. Warum? Es gibt da zwei Gründe für. Entweder haben die Entwickler gewartet, weil sie einen guten Marktzeitpunkt haben wollen für ihr vernünftiges Projekt. Oder die Leute haben gewartet, um einfach genug dummes Geld mitzubekommen. Und Leute, es tut mir leid, ich muss mich für diesen Ausdruck entschuldigen, dummes Geld. aber wir haben mit der gewachsenen Anzahl an Investoren eine deutlich höhere Anzahl jetzt an Finanzmitteln im Markt drin. Und diese Gelder werden durch fehlenden Research einfach irgendwo reingeblasen. Ich finde diese Meme-Coin-Kiste, ich finde das so kritisch gerade aktuell. Ich finde diese gesamte Meme-Coin-Thematik, also Leute, ich habe das ja auch mal in einem Short von mir gesagt, ja. Übrigens gerne auch mal eure Meinung zu den Shorts würde mich mal interessieren. da stecken Leute 50, 100, 200 Dollar rein in den Peak und bestellen dann die Exit-Liquidität für die Leute rein, die zum Anfang rein sind. Finde ich ganz schwierig. Finde ich ganz, ganz schwierig und würde ich persönlich auch definitiv von abraten. Deswegen, so, aber jetzt mal darauf zurückzukommen. Okay, lassen Sie sich mal kurz angucken. Wir wissen, dass wir 100 Millionen im Maximal-Supply haben. Finde ich schon mal gut. Ich bin echt kein Freund von 10 Milliarden, 100 Milliarden 100 Millionen sieht im ersten Moment nicht verkehrt aus. Wir wissen nicht, wie viel gelauncht wurde. Wir wissen nicht, wie viel drin ist. Wir gucken uns einfach mal kurz die Website an, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ihr müsst euch halt immer die Frage stellen, warum launcht das Team jetzt? Launcht das Team, weil sie es bis hierhin entwickelt haben? Sprich, was sagt die Historie des Projektes? Wie sieht das White Paper aus? Warum sind sie jetzt rausgekommen? Und vor allen Dingen auch, wie ist die Token Allocation? Wie viel hält das Team? Gibt es ein Vesting? Vesting ist immer ganz, ganz wichtig. Leute, ich würde zum heutigen Zeitpunkt, wenn ich heute investiere, in ein Projekt, in das ich ernsthaft investieren möchte, was ich lange halten will, würde ich tatsächlich nicht mehr investieren, wenn ich kein Vesting hätte. Das wäre für mich so ein Must-Have. Ein wichtiges Must-Have. So, okay, Website, muss ich sagen, spricht mich jetzt erstmal an. Ganz unqualifizierte Aussage, finde ich optisch nett gemacht. Craft Unique Premium Quality Probability Assets Strainable Gaming Venture. Okay, ja. Okay, Trade Based on AI. Okay, ich bin jetzt erstmal kein Freund von irgendwelchen Trade Bots, wenn es das jetzt ist. The Trading Experience. Okay, scheint hier ein Trading Bot mit uns zu sein. Okay, ja, kann man sein. Gaming Server Line, finde ich super. Ist ja auch tatsächlich wieder so ein Anwendungsfall von Render, ist aber auch ein wichtiger Anwendungsfall von Chainback, denn das gesamte Bereitstellen von Rechenkapazität online, über die Cloud, über ein Rechenzentrum, ist wichtig. Unternehmen möchten sich nicht mehr 20.000 Dollar ans Bein binden für einen PC, der in einem Jahr eh schon wieder überholt ist. Deswegen ist Outsourcen von Kapazitäten ein wichtiges Thema. Ja gut, spricht hier natürlich den kompletten Gamer an. Ich als alter World of Warcraft-Süchtling sehe das hier ja interessant. Website ist nett gemacht. Tokenization, Mint and Trade, Sell and Redeem. Okay, Supply-Schema. Wir haben 90% im Liquidity Pool, 5% fürs Marketing, 5% fürs Team. Wäre natürlich jetzt mal schön noch zu sehen, wie sind diese 90% aufgegliedert. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das wäre jetzt mal wirklich etwas, wo ich sagen muss, wo ist das, wie ist es verteilt. Wenn es nur Liquidität ist, sind die jetzt draußen? Sind die schon released worden? Wäre interessant. Okay, Roadmap haben sie auch aufgestellt. Also macht jetzt grundsätzlich erst mal keinen unseriösen Eindruck. Ich würde jetzt persönlich mir mal das Team angucken. Ich würde mal gucken, was macht das Team selber? Sind die gedockst? Sind sie sichtbar? Wenn du das Team nicht sehen kannst, sie nicht auf LinkedIn verlinkt sind, wenn du von ihnen kein LinkedIn-Profil hast, wo du auch keine Historie hast. Also LinkedIn-Profil ist eine Sache, aber LinkedIn-Profil mit Posting-Historie. Wann hat er das erste Mal geliked? Wie viele Jahre zurückblickend ist deine Historie? Und vor allen Dingen auch, hat er irgendwie bestätigte Wissen? Also LinkedIn ist halt wirklich, ist ein super Research-Tool, um zu sehen, ob die Leute real sind. Und das ist immer ganz wichtig. Ich sehe jetzt hier vom Team persönlich gerade nichts. Ich lasse mir die Seite aber definitiv mal offen. Und da würde ich sagen, gucken wir mal zum Späler-Zeitpunkt mal rein. Aber ansonsten würde jetzt für mich zum ersten Moment jetzt keine Red Flag stehen. Wie gesagt, kann man jetzt zum Chart, kann man nichts sagen. Ist gerade ganz frisch, ganz neu. Von daher sieht spannend aus. Gucke ich mir mal ein bisschen näher an. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte deine Frage ein bisschen antworten damit. So, Martin. Ja, Preisprognose für Veracity kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich weiß aber, ich halte den nicht nur für ein 10x. Ich halte den auch nicht nur für ein 20x. Ich halte den für ein bisschen mehr. Und das macht er meiner Meinung nach auch noch. Weil nochmal, das Narrativ ist einfach wichtig. Werbebetrug im gesamten Space zu eliminieren, ist wichtig. Das ist ein wichtiges Gut. Elon Musk hat, glaube ich, sogar mal eine Million US-Dollar ausgelobt für denjenigen, der helfen kann, Werbebetrug für seine Produkte abzuschaffen, beziehungsweise zu lösen. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Ja, Ben. Wer hast du von, was hältst du von Crust Network? Habe ich mich noch nicht tiefer mit beschäftigt. Sorry. Kryptohasi, nutzt du eigentlich den Service von der RSFM? Die RSFM sind Freunde von mir. Wir sind befreundet. Und ich habe natürlich die Kurse durchgearbeitet. Und ich tausche mich viel mit dem Team aus. Einfach, um auch nochmal das Thema Chartanalyse von dem Thema aus mir anzugucken. Es ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur, sag ich mal, sich immer auf die Fundamentaldaten verlässt. Denn tatsächlich ist ja das Kauf- und Verkaufverhalten von einem Asset, das ist ja einfach auf Chartpattern zurückzuführen. Das ist Psychologie. Und nichts anderes macht ja der Chartanalyst. Er guckt sich ja das Kauf- und Verkaufverhalten von Assets an. Und das ist wichtig. Und das ist auch gut. Das hat auch eine Daseinsberechtigung. Von daher denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man neben Fundamentaldaten auch sich immer einen vernünftigen Chartkünstler, einen Chartmaler mit reinholt. Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Von Arne. Hast du irgendwelche Buchempfehlungen für den Kryptobereich? Ja, Arne, mein Lieber. Bis auf den Bitcoin-Standard habe ich tatsächlich noch nichts gelesen. Ich hasse physische Bücher. Ich bin kein, ich bin niemand, der physische Bücher liest. Niemand. Ist nichts für mich. Ich lese viel online. Ich bin sehr, sehr viel auf Medium unterwegs. Sehr guter Artikel. Da kann ich einem jedennoch nur empfehlen. Dann sucht euch da ein paar vernünftige raus. Ja, wenn ihr ein paar Buchempfehlungen haben wollt, guckt mal bei Kilian Hoss vorbei. Hoss, genau, Hoss. Der hat da ein paar sehr gute Buchempfehlungen, meine ich, wurde mal rausgehauen. Kann ich dir jetzt aber so pauschal gar nicht sagen, mein Lieber. fresh und unbekannt. Welche Wallet kannst du für XDC und Constellation Deck empfehlen? Boah, jetzt fragst du mich was. Grundsätzlich, ich bin ein totaler Tangem-Freund, weil es einfach ist, weil es schnell ist. Ich meine, XDC läuft sogar mittlerweile auf Tangem. Ob Deck jetzt auf Tangem läuft, kann ich dir gar nicht sagen. Ansonsten, grundsätzlich, Hardware-Wallets, ich finde die Decent Wallet auch ganz gut, die Bio-Metric von Decent. Ich finde Elipal auch eine tolle Wallet, kann ich an jedem auch empfehlen. Und was mir persönlich richtig viel Spaß macht, ist die Keystone 3 Pro. Sind alles valide und gute Wallets. Von daher, ich hoffe, ich konnte deine Frage da ein bisschen beantworten. Ich kann dir aber gar nicht sagen, wo Constellation Deck drauf läuft. Halte ich selber nicht, bin ich sicher. JüBA, moin, bin neu im Cryptospace. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du eingestiegen bist. Herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Kann man bei den gängigen Einstiegen, äh, bei gängigen, das ist auch schon zu spät, kann man bei den gängigen gestiegenen Werten noch einsteigen? Zum Beispiel Phantom oder auch, ähm, oder Archimap, glaube ich, ne, und so weiter. Danke dir, Grüße in die USA. So, grundsätzlich kann ich diese Frage nicht beantworten, ob du jetzt bei den jetzigen Kursen noch einsteigen sollst. Ähm, das musst du für dich selber entscheiden. Guck dir an, wo du das Asset siehst, schau dir Bewertungen an und dann entscheide für dich, ob dir diese Bewertung mit deiner eigenen Risikobewertung konform geht. Ich kann dir jetzt eine Zahl sagen, aber die Zahl hilft dir nicht, weil ich kann dir nicht unterschreiben, dass das Asset diese Zahl erreicht. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt ein 20x macht und dann bist du damit happy. Du musst für dich einfach gucken, willst du einen sicheren Gewinn haben, willst du vielleicht einen bisschen höheren, risikobehafteren Gewinn haben, ähm, dann weiß ich auch nicht, ob Phantom und Alchemy Pay was für dich ist. Phantom finde ich persönlich ein ganz, ganz gutes Asset, ein sehr, sehr gutes Asset. Äh, wie gesagt, Schweizer Taschenmesser, ein bisschen Zurückspulen, hatte ich auch schon zu Phantom was gesagt. Ähm, wichtig ist, beschäftige dich weiter mit dem Space, lies dich ein und, ähm, sieh zu, dass du Know-how bei dir aufbaust, Wissen aufbaust. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Mhm, 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 Markus, toller Stream, äh, aber ehrlich, in den normalen Videos, Werbung okay, aber live. Leute, ich hab die Werbung wirklich deaktiviert, ich hab keine Werbung drin, ich hab die Werbung hier abgeschaltet. Habt ihr Werbung? Wenn ja, tut's mir leid, ich hab die wirklich abgeschaltet, ich wollte keine Werbung hier haben in den Streams drin. Ich guck nochmal rein, ich hab die Monetarisierung ist aus. Ich nehm das hier gerne nochmal rein, damit ihr mir das glaubt. Ich hoffe, man sieht das jetzt ein kleines bisschen. Ich hab hier im Stream in den Einstellungen, hab ich die Monetarisierung auf ausgestellt. Die ist abgeschaltet. Es tut mir leid, wenn ihr Werbung habt. Das war nicht, das ist nicht geplant, das ist nicht gedacht. Ihr sollt keine Werbung sehen. Ähm, ich hab das abgestellt. Hundertprozentig. So, äh, Mike, hallo David, was hältst du von Celestia, T-I-A, hab mich auch noch nicht mit beschäftigt, mein Lieber, sorry, tut mir leid. Äh, Christian nochmal, liebe Follower, das Liken, bitte nicht vergessen. Ich wünsche euch noch erholsamen Osterferien. Die Arbeit von David sollte honoriert werden. Äh, beste Grüße, Christian. Christian, lieben Dank. Äh, wie gesagt, Qualität des Streams ist kacke, deswegen kein Problem, ich verstehe, dass ihr nicht liked. Ich würde es auch nicht machen, bei so einer schlechten, äh, Latentie. Julian, okay, wenn du Badseiz-Ufling kennst, vielleicht auch Lemgo. Natürlich kenne ich Lemgo, hundertprozentig. Selbstverständlich kenne ich Lemgo. Wo bin ich denn, wo bin ich denn hier abgerutscht? Mensch, meine Güte, ey. So. Äh, Okay, Manuel hat es da geschrieben. Markus, David hat die Werbung ausgeschaltet. Warum sie trotzdem, okay, ja, hattest du schon gesagt. Dankeschön. Äh, Aiden, David, kannst du bitte mal Blender in deine Liste mit aufnehmen? Ja, steht schon bei mir drauf. Ähm, mach ich. Dankeschön. So, das hatten wir schon. Äh, Kosti Tui. Ähm, welche RBA-Tugend würdest du empfehlen? Kommt im Video am Montag. Umber ihn reingucken. Äh, möchte ich jetzt noch nicht zu sehr spoilern, habe ich mich mit JTrading, super ausgetauscht. Ähm, Simbalim, Simbalabim. Wo ist dann? Was ist nur mit Polygon los? Siehst du da noch? Äh, funkelnde Sterne. Ja, definitiv. Habe ich auch was zu gesagt am Anfang des Streams? Ähm, ja. Gerne mal zurückspulen. Atlantik. Atlantik, Respekt für dein Durchhaltevermögen, dass du von Anfang an dabei bist. Äh, und sorry für die beschissenen Streaming-Qualität. Es tut mir leid. Hey, David, wie ist deine Meinung zu Radical? R-A-D. Ich kann es dir nicht sagen. Es tut mir leid, ich habe mir Radical noch nicht angeschaut. Wie gesagt, ich bin da, Leute, es kommen so viele Fragen immer rein. Kennst du den Coin, kennst du den Coin, kennst du den Coin? Ähm, ich möchte jetzt auch darauf verzichten, dass wir bei jedem reingehen, weil dann sitzen wir nochmal drei Stunden weiter, meine lieben Freunde. Ähm, ich hoffe, das wirkt auch nicht unprofessionell, aber ich sage lieber, habe ich mich nicht mit beschäftigt, anstelle, dass ich euch irgendwas vorherstammle und irgendwelchen Mist erzähle, weil das bin ich einfach nicht. Ähm, da bin ich auch lieber ehrlich zu euch, meine Lieben. So, ähm, Nurkai, äh, wie findest du Algorand und Casper? Algorand, ähm, ganz, ganz wichtiges Projekt. Ich meine, ich kann nicht sagen, es ist falsch, es ist auch ISO 20022 Projekt. Ähm, ganz, ganz gutes Projekt, finde ich wichtig. Zu Casper habe ich früher, ein kleines bisschen früher was gesagt. Gerne nochmal kurz zurückspulen. Mano, hat es eine Frage beantwortet. Super, mein Lieber, ich danke dir. Ähm, Schmidt, Franz Schmidt, David, was sagst du zu Vara und ET? T-H-I-F. Äh, Franz, ich weiß, das hast du mich auch unter einem Kommentar schon gefragt. Ich hab mir, ähm, die beiden Projekte mal angeguckt. Ähm, ich bin noch nicht abschließend zu einer Beantwortung der Frage gekommen. Ich hab's aber noch bei mir offen, dass ich dir da noch eine Antwort drauf gebe. Äh, hat mich jetzt erstmal nicht umgehauen, muss ich ganz fair sagen. aber ich schau's mir noch weiter an. Korsel, Korseltio. Okay, danke, wunderbar. Frage beantwortet, das freut mich. Äh, Enes, Chainback habe ich über Uniswap gekauft und jetzt auf Metamask geparkt. Wie kann man den später verkaufen, wenn der auf keiner Börse gelistet sind? Und wie kann man den auf die Tangem senden? Du, ist ganz einfach. Ähm, du machst folgendes und zwar gehst du, ich komm, ich zeig euch jetzt einmal an, und zwar auch viele Leute gefragt haben, Chainback. So, du nimmst dir erstmal den Chainback-Token, siehst dann hier die Contract-Adresse, die kopierst du und dann gehst du bei Tangem rauf, gehst auf Manage Tokens, gehst oben auf das kleine Plus, sagst Customize Token, wählst die Ethereum-Chain aus, kopierst diese Contract-Adresse als Contract-Adresse rein und dann zeig dir die Chainback schon an und dann hast du den Chainback-Token auf deiner ERC20-Chain und dann kannst du es dir rüberziehen. Ganz wichtig, Testüberweisung machen, dass du auf keinen Fall was verlierst. Zum Verkaufen von Chainback ist auch ganz einfach, das kannst du natürlich auch wieder über Uniswap machen, das funktioniert auch, habe ich alle schon geprüft, ähm, aber, sagen wir es mal so, wenn das Team in den nächsten drei Monaten nicht ein Börsenlisting macht, gehe ich dir noch mehr auf den Keks und da beiße ich mich richtig rein. Das habe ich auch schon in einem Kommentar geschrieben, ich will, dass Chainback in den nächsten drei Monaten gelistet wird und wenn sie das nicht machen, zerfetzt sich die Leute. So, Klicksansage hier. Mache ich. Ich habe euch das Ding vorgestellt und ich stehe da auch für ein und ich werde da auch auf jeden Fall, jeden Fall, werde das Team nicht eher in Ruhe lassen, bis sie das Ding gelistet haben irgendwo. Ich weiß, sie wollen es auf Mexielisten, schrecken momentan noch ein bisschen von den Kosten zurück, weil sie hat, wie gesagt, nur vier Prozent an Reserve haben, was momentan eine Viertelmillion US-Dollar ist, aber wie gesagt, habe ich ein bisschen später auch gesagt. So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, meine lieben Freunde, sorry. So, wir kommen jetzt auch wirklich auch zum Schluss jetzt. In den nächsten zehn Minuten machen wir auch Pause hier, meine lieben Freunde. Ich kann meine Damen nicht so lange einsperren hier, das ist ja fast wie Gefängnis mit denen. Weil ich, wir müssen wissen, ich sitze hier im Wohnzimmer, in der Ecke im Wohnzimmer und alle anderen sind jetzt entweder spielen, haben ihre Handys nicht an, total gelangweilt, ne? Also, ich muss mir da wahrscheinlich auch gleich noch was einfallen lassen, wenn meine Mädels noch Eis essen gehen oder sowas. Als kleines Dankeschön. So, ja, aber wie gesagt, ich freue mich auch, dass ihr so viele Fragen stellt und ich will dem auch natürlich gerecht werden. Hatten wir geklärt. Fensterheber nochmal, würde mich auch interessieren. Okay, ich hoffe, haben wir geklärt. Franz, wow, Chapeau für den Lacking Livestream. Ja, ich möchte natürlich auch gerne eine Frage beantworten. Danke dir. Heiko, kannst du die Versendadresse von Jamie? Okay, hatten wir ja gerade schon gehabt. Ich hoffe, es hat geantwortet. Muho, mein Lieber, schön, dass du auch da bist. Freut mich. Ich hoffe, dass deine Prüfungen gut gelaufen sind. Ich habe ja schon gestern im Chat ein bisschen gelesen, dass das gut lief. Muho, auch einer von unseren Admins in der Telegram-Gruppe. Auch ein wahnsinnig begnadeter junger Mann mit einem tollen Mindset. So, genug geschleimt. Andreas, salut aus der Schweiz. Salut zurück. RAF, guten Abend zusammen. Mit einem 10x bin ich voll zufrieden. Da kann man weiterarbeiten. Viel Erfolg und Grüße aus Hannover. Ja, lieben Dankeschön. Caro, guten Morgen, guten Abend, GM. Wo auch immer du gerade bist, guten Morgen zurück. Leon, guten Abend allerseits. Okay, hatten wir No Name. Welche Reaktion erwartest du von MicroStrategy auf die Short Attack? Du, kann ich dir gar nicht sagen. Muss ich ehrlich sagen, ist an mir gerade total die vorherigen. So, jetzt hängt unser Stream hier gerade wieder. Ich hoffe, das Internet ist noch in Ordnung. Das geht hier noch irgendwie halbwegs. Aber es tut mir leid mit der Qualität, aber Drittweltland Amerika hier. Scheiß mit der Verbindung. Es tut mir leid. Okay, ich kenne natürlich Poyin, ich habe es mal angeschaut. Jay hat da ja sehr, sehr viel Content zu gemacht. Ich kann einem jeden auch wirklich nur empfehlen, lese ich euch auch mal rein. Ist ein interessantes Projekt. Ist natürlich wahnsinnig heiß gelaufen. Der RSI sieht natürlich auch super überspitzt aus gerade. Ich weiß gar nicht, wo er steht. 20, 28 Cent gerade. 20 Cent. Um die 20 Cent hält er sich, glaube ich. Wenn er mal einen Dip macht, wenn er runter geht, würde ich da wahrscheinlich auch noch einsteigen. Finde ich interessant. Finde ich auf jeden Fall spannend. Aber man muss auch nicht auf jede Hochzeit mittanzen. Das ist meine Meinung. Okay. So, Caro. Also erst danach verkaufen. Ja, genau. Don Birgus. Moin David. Super Arbeit. Super Community. Was sagst du zu Condux? Erstmal herzlichen Dank. Und ja, wir haben eine geile Community. An der Stelle nochmal Props gehen raus an euch. Ihr seid mega. Ihr seid so genial. Ihr habt diesen ganzen Bärenmarkt mitgemacht, um jetzt demnächst eure Ernte einzufahren. Es wird sich meiner Meinung nach definitiv lohnen. Für jeden, der durchgehalten hat. Conduxkeit kann ich gar nicht so sagen. Sorry, mein Lieber. Thilo. Schön, dich mal zu sehen, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Skamper81. Kann ich über Blockpot eine Steuererklärung machen? Du meinst Blockpit? Ja, kannst du? Schau gerne bei mir auf meine Playlist nach. Ich hab da eine Krypto-Steuer-Playlist. Ich habe sehr, sehr viel Content zum Blockpit gemacht. Ich persönlich mache alles über Blockpit. Ich mache meine gesamte Steuererklärung über Blockpit. Und es geht sogar kostenlos. Brauchst du auch nicht mal was bezahlen, bis zu dem Punkt, wo du einen Report haben möchtest. Ansonsten kannst du auch alles normal einbinden und deine Steuererklärung auch darüber machen. Das kann ich einem jedem nur empfehlen. Das ist ein super Tool. Und wie gesagt, das einzige vom Deutschen Finanzamt anerkannte Krypto-Steuer-Tool, was dir einen anerkannten Bericht rausschlägt. Ganz wichtig. So, ganz viel anerkannt. Andreas. Meine alle Coins. Meine alle Coins machen auch Migrationen zu USDT und bleiben dann auch von Steuern verschont. Man muss dem Finanzamt nur den Code Okay. Nein, ich glaube, das geht nicht, Andreas. Ich glaube, du kannst nicht dem Finanzamt sagen, mit Code Kryptofamilie muss ich keine Steuern zahlen. Finde ich witzig. Finde ich cool. Hast du ein Lachen auf mein Gesicht gezaubert. Vielen herzlichen Dank dafür. Der war sehr gut. Der war sehr, sehr gut. Okay, Paul T. Paul, herzlichen Dank für deinen Support mit Level 2. Freue ich mich sehr darüber. Dankeschön. Wann dürfen Level 2 Supporter mit dem Extra-Video im April rechnen? Ende nächster Woche kommt das erste Video. Habe ich schon gesagt. Ich freue mich auf euer Feedback. Das ist auch ein Low-Cap-Projekt, was so noch keiner im Space vorgestellt hat im deutschsprachigen Raum. Und es kommt aus der RWA-Sparte und AI. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Wird spannend, wird gut, wird super. Ich mache gerade meine Research dazu und ist aus der Wahlliste, ist auch noch gar nicht so alt. Steckt auch ein super Team hinter. Mehr sage ich jetzt nicht. So. Okay. Ferhat, so Leute, ich verabschiede mich. Schönen Abend noch. Frohes dann. David, danke für den tollen Livestream. Ich danke euch. Ich danke dir vor allen Dingen. Und nochmal, es tut mir leid für die Städtequalität. Ihr habt tapfer durchgehalten. Danke, danke, danke. Tito H., bin froh über Dimitra. Bin schon echt gespannt, wo es im Bulworn ja noch nie einen erlebt bin bis jetzt. Glaubt mir, da können sich ganz, ganz viele anschnallen. Dimitra wird noch wird noch richtig, richtig Gas machen. Das ist so ein geiles AI Projekt, Leute, und das hat auch wirklich Anwendung. Das hat auch wirklich Anwendung. Da benutzen Pharma weltweit diesen Coin, diesen Token, um ihre Dienstleistung zu bezahlen. Und da hat man mal wirklich auch mit AI etwas geschaffen. Nochmal, guckt bei mir auf den Kanal, Video gestern gelauncht. Ganz wichtig. Richtiges, richtiges, richtiges Brennerprojekt, Leute. So, bin auf die Mitte, AI Coins, schöne Ostern. Danke dir auch. Lasst mal ein Like da. Ja, wie gesagt, für den schlechten Stream, also für die schlechte Qualität des Streams kein Like, aber vielleicht für den Protagonisten, der hier vor der Kamera seit drei Stunden, 23 Minuten einen trockenen Mund hat. Vielleicht könnt ihr für den ein Like da lassen. Gerne. So, jetzt habe ich hier mein Ladegerät bekleckert mit Wasser. Ach man, ey. So. So, dann gucken wir mal noch weiter. Wo waren wir denn jetzt? Das spielt auch manchmal so. Ich hasse das ja, ne? So, Jogi, danke dir, David, habe ich, habe ich ein, danke dir, David, habe ich ein Steel Wallet für eine Seed Phrase gekauft. Zwei Wochen später hat es bei uns gebrannt. Alles gut gegangen, aber verrückt. Oh mein, ey. Respekt. Toll. Schön, dass das bei dir geklappt hat. Steel Wallet ist immer wichtig. Gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Guckt da gerne bei mir auch mal in meinen Kanal rein. Da habe ich auch mal die ganzen Steel Wallets miteinander verglichen. Das ist ein wichtiges Video. Muss man aber nicht haben. Man kann auch unter die Scheiben nehmen, solange ihr eure Seed Phrases nicht auf dem Blatt Papier speichert. Abschreibt. Oder auf dem Handy. Noch schlimmer. Nicht mit dem Foto aufs Handy. Nicht in der Word-Datei auf dem Rechner. Eine Seed Phrase gehört auf dem Blatt Papier noch besser auf eine Steel Seed Phrase, eine Steel Platte. Wie gesagt, gibt es bei mir auf dem Kanal ein Video. Könnt ihr gerne mal reingucken. Aber wisst ihr was? Komm, wir gucken da einmal ganz kurz selber schon rein. Ich zeige euch noch, welches das ist und dann machen wir auch wirklich mal jetzt langsam Feierabend. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam Feierabend. Und zwar war das tatsächlich und zwar war das tatsächlich, welches Video war das? Dieses Video war das hier. Wir machen mal folgendes. Ich hau euch das mal in den Chat rein. Schaut euch das Video unbedingt mal an, wenn ihr noch keine habt. Da hab ich die alle miteinander verglichen. Aber praktisch, muss man auch dazu sagen, Leute, es reicht auch unter den Scheiben. Könnt ihr euch auch mit so einem Stempel kaufen, Seed Phrase rein, aber nicht auf dem auf dem PC speichern. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz schlecht. So, 22.36 Uhr. Ja, sorry. Ich hab mich um eine Stunde vertan. Ich bin ja sonst immer sechs Stunden zurück und jetzt habe ich die Zeitverschiebung fünf Stunden. Aber mit Sonntag sind wir wieder sechs Stunden zurück. So, das ist richtig. Super. Macht's gut. War schön hier. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Martin nochmal. Hoffe, GQ pumpt, hoffe, Q&T, nicht GQ pumpt, noch richtig. Im Bullrun bist du auch in Q&T investiert. Frohe Ostern dir und deiner Familie und allen anderen. Ja, ich bin in Q&T investiert und nicht zu wenig. Ich habe so einen Durchschnittspreis von knapp 100 Dollar. Habe immer wieder auch akkumuliert. Ich sehe tatsächlich Q&T pessimistisch gerechnet beim Tausender und realistisch gerechnet realistisch optimistisch gerechnet bei 2,5. Das ist meine Bewertung für Q&T. Ich finde Q&T super. Ich denke, Q&T macht ganz, ganz viel, ganz richtig und ganz toll. So, Felix, hallo David, du machst das super, euch frohe Ostern, deine Entwicklung ist ganz toll. Ich danke dir vielmals, Felix, vielen herzlichen Dank für die Hände und Worte. Enes, absolut top, dass du alle Kommentare durchgehst, Respekt und weiter so. Vielen Dank, weil es jetzt so schätze nicht, ich gebe mir Mühe. Di, di, di. Mensch, dein Stream ist voll okay. Bei mir läuft es weiterhin ansonsten auch. Nochmals, danke für dein Content, der mit deiner authentischen Art und inhaltlichem Mehrwert seinesgleichen sucht. Vielen Dank für die Props, das weiß ich sehr zu schätzen. Danke, di, di, di. Ähm, Marti, ich muss jetzt auch leider schlafen. Marti, gute Nacht, wenn du das noch nachträglich siehst. Schön, dass du dabei warst. Gute Nacht. Äh, wie siehst du Rio? Prognose, danke. Rio, mega, mega coin. Hat bei uns in der Gruppe jemand vor einem dreiviertel Jahr gecallt. Ja, ich könnte mich immer noch beißen, dass man da nicht rein ist. Ich hab das total übersehen. Äh, hat aber Jay auch viel zu gesagt, haben wir bei Jay im Video auch am Montag, äh, als Thema genommen. Gerne auch da mal reingucken. Äh, was hältst du von Illuvium? Illuvium bin ich selber auch investiert. Ganz tolles Projekt. Ähm, ich denke, dass Illuvium irgendwo so um die 1, um die 1000 Schluss machen wird. Äh, ich denke, dass es sehr, sehr schwierig wird für Illuvium, die 1000er-Grenze noch zu knacken. Ähm, aber auch gerne bei mir mal reingucken. Ich hab immer mal wieder auch zu Illuvium das ein oder andere gesagt. Äh, so, Torpedo, was hältst du von GT-Protocol? Hatte ich schon gesagt, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt. Sorry, mein Lieber. Äh, Dominik, vielen herzlichen Dank für deinen Support auf Level 2 auch. Scumper81, meinst du, VeChain und Vthor machen noch ein 2 bis 3 X? Äh, auf jeden Fall. Also, wenn VeChain und Vthor nicht noch wenigstens ein 2, ein 10 X machen, dann klopfe ich aber persönlich bei Herrn VeChain und frage mal, was er da für Mist gemacht hat. Nein, Spaß beiseite. Ähm, beide Projekte sind aus dem Space nicht mehr wegzudenken und mit diesen riesen Partnern. Und wir haben, also wir haben ja wirklich Luxus-Brands bei. Wir haben, ähm, wir haben den Medizinbereich bei, wir haben Lebensmittel bei, lauter VeChain. VeChain muss man sich mal reinarbeiten. Ich finde das ein mega geiles Projekt. Ich habe dazu auch viel Content gemacht. Ich habe in der letzten Zeit wenig Content dazu gemacht. Äh, aber es ändert sich nichts dran, dass VeChain ein ganz tolles Projekt ist. Ein ganz, ganz tolles und sehr wertvolles Projekt vor allen Dingen auch ist. So. L3-NN-O-X. Wie siehst du, quant aktuell? Habe ich gerade ein bisschen früher gesagt. Werde ein bisschen zurückspulen. Sorry. Äh, SPS auf Android. Es ist aktuell 22,50 und 4,90, 4,90 Likes. Oh, das ist viel. Dankeschön. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie viele Likes sind. Freue ich mich drüber. Super. Ähm, Andreas Hinkelmann, du brauchst dich nicht für die, für die schlechte Stream-Qualität zu entschuldigen. Ähm, alles würde ja auch sitzen, wenn man den Ton ohne Bild hätte. Alles würde ja auch sitzen, wenn man den Ton ohne Bild hätte. Ja, Podcast wäre natürlich auch cool. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Aber wisst ihr was? Ich bin ja erst 39. Kann ja alles noch kommen. So. Wäre doch gerade ein bisschen lockerer gerade. Ihr seht so ein bisschen, ich bin, Anspannung fällt ein bisschen. Ist alles cool. Aber mit so einer guten Community kann man ja auch nichts anderes sagen. Ihr macht mir das auch mega einfach und mega leicht. Props an euch, ehrlich, Respekt. Ihr seid einfach nur geil. Sebastian. Das macht YouTube mit der Werbung. Ihr könnt die, äh, erweitert, Erweiterung im Browser uBlog original installieren und dann kommt keine Werbung. Okay, super. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe das mit der Werbung wirklich komplett abgeschaltet, äh, weil ich nicht möchte, dass ihr im Stream irgendwie Werbung sehen müsst. Ne, das finde ich halt auch einfach blöd, weil das unterbricht, das Ganze auch. Ähm, der Stream ist top und er läuft jetzt auch schon länger. Super, also nix mehr mit, tut mir leid. Okay, perfekt, super. Lass mal ein Like da, vielen herzlichen Dank und 500 könnten wir noch machen. Das wäre schön, ich gucke es mir auch gleich noch an. Ähm, Marcel, Jentschke, beschäftige mich erst seit einem, seit einem Monat mit Krypto. Echt verdammt viele Infos zum Dazulernen. Absolut richtig. Es ist sehr technisch, äh, mach aber weiter, nicht einfach irgendwo rein blind investieren. Sieh zu, dass du dir ein gutes Grundverständnis aneignest und hol dir verschiedene Informationsquellen. Das ist ganz, ganz wichtig, mein Lieber. Ähm, und hör nicht auf eine Quelle, hör nicht auf einen YouTuber, hör nicht auf einen, eine Informationsquelle. Split it, wo du dir die Infos herziehst. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Carsten, hi, wie siehst du, äh, eine, eine Korrektur, wie, okay, Leute, es ist echt schon spät, ich bin doch echt Gatscher. Tut mir leid. Hi, äh, wie siehst du eine Korrektur? Weil auf Wochensicht sieht man im RSI, dass wir total überhaupt, überhaupt überkauft sind, wahrscheinlich überkauft sind, und eine bärische Divergenz haben. Ja, grundsätzlich richtig. Der, der RSI ist auch absolut heiß gelaufen. Da muss jetzt auch mal wirklich, es wäre wichtig, dass wir jetzt erstmal die nächsten Wochen einfach mal ein bisschen Suche weitergehen, ja, so um die 68 bis 72 laufen, 68 bis 71 laufen, schön seitwärtsflecken, schön ein bisschen Resistance, schön ein bisschen Widerstandslevel aufbauen können, ein Supportlevel aufbauen können. Um die 70, das wäre toll, das wäre großartig. Einfach mal ein bisschen atmen. Weil momentan jagt der eine Hai das andere. Ja, das ist meine Meinung. Ich hatte auch zu den Dips ein bisschen was gesagt. Ja, nochmal gerne ein bisschen zurückspulen, mein Lieber. Okay, Ben, siehst du, stehst du weiterhin zu Kali's? Also erstmal stehe ich zu keinem Projekt. Ich investiere in ein Projekt rein und mache das aufgrund einer finanziellen Entscheidung. Ich finde das Projekt aber gut. Ich finde den Anwendungsfall gut, denn gerade auch mit dem Thema Supply Chain Management und Kali Chain macht das ja anders als es VeChain macht. Einen ganz anderen Anwendungsfall. Sprich für dich als User, gucken, ob das Produkt wirklich legit ist, mit einer Verkaufshistorie. Das ist schon ziemlich cool. Ich finde das wirklich gut. Und wenn sie auch nur die Hälfte von dem umgesetzt bekommen, was sie vorhaben, sehe ich da eine sehr große Zukunft für das Projekt. Wie gesagt, nochmal, das erste Kali Video war tatsächlich eine bezahlte Partnerschaft. Ich hätte das aber auch nicht angenommen, wenn ich das Projekt selber A, nicht gekauft hätte und B, es auch nicht, hätte gut gefunden. Würde ich auch immer ganz ehrlich sagen, bei mir, wenn ihr seht, Video Werbung, bezahlte Partnerschaft, seht ihr auch, ich kennzeichne jedes Video damit, was eine Partnerschaft hat, dann ist das auch so. Ich würde aber auch kein Video zum Projekt machen, was ich selbst nicht kaufe und was ich selbst auch nicht vertreten kann. Ich lasse euch auch nicht in irgendeinen Scheiß reinlaufen. Okay, ich hoffe, dass beantwortete Fragen werden. So, wie gesagt, lass uns mal ein bisschen zum Ende kommen, das wäre ganz toll. Ranky, vielen Dank für deine Zeit, Avi, danke, dass du dabei warst. Atlantis, 1er Livestream, ich danke dir. CryptoDave007, vielen herzlichen Dank für dein Support Level Nummer 2. Freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. Peter Pernstein, nur wer arbeitet, macht Fehler. Wer nix arbeitet, you know. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Absolut richtig. Mike, hi, schön dich da zu sehen. Brauche ich mich drüber. Anonymous, hey mein Lieber, schön, dass du noch da bist. Jetzt zum Ende dazugekommen, die ganzen bekannten Gesichter. Klaas L, hi David, hältst du, was hältst du noch von WSI? Resendet hatte ich im Anfang des Streams, was du gesagt hast, war auch eine Frage. Guck sie gerne im Nachgang an oder spule mal ein bisschen zurück. Da findest du noch meine Meinung zu Resendet, aber Daumen hoch, kurz und knapp, ansonsten die Details ein bisschen früher. CryptoDave007, Chainback, wie viel X-Potenzial? Weil ich persönlich bin der Meinung, dass du bei Chainex, Chain, Chainex, Chainback, ihr merkt, es ist spät. Es ist schon lange, nicht spät, spät ist es bei euch. Ich habe dreieinhalb Stunden Livestream jetzt. Ihr merkt, Chainback, meiner Meinung nach, 50 bis 100x ist, meiner Meinung nach, wenn das Team jetzt in den nächsten drei Monaten anfängt, das Listing auch zu machen, auf den Exchanges, realistisch tun. Weil es einfach so unter dem Radar läuft und auch so klein ist. Aber nochmal an der Sache, an der Stelle, es ist eine Hochrisikoinvestition. Ich habe das jetzt ganz oft gesagt, meine lieben Freunde. Es ist ein super Hochrisiko-Asset. Wenn ihr neu im Markt seid, bitte beschäftigt ihr euch erst mit anderen Assets. Nicht in sowas reinspringen. Da verbrennt ihr euch wahrscheinlich die Finger. So, Anonymous, PYI, bald ist Abfahrt. Ja, super Projekt, kann ich nur sagen. Freimeister, danke für den tollen Stream und froh Ostern. Ich danke dir auch und auch dir froh Ostern. Klaas, mein Lieber, gutes Leicht und viel Spaß gemacht. Das freut mich. Danke auch für deine tollen Fragen, Klaas. Und wir lesen uns, mein Lieber. Anonymous nochmal, hätte nicht gedacht, dass du jetzt noch live bist. Coole Sache. Ja, ihr habt mich beschäftigt. Ihr habt mich beschäftigt. So, ich will jetzt auch sagen, die letzten Kommentare bis Markus Fischer lese ich noch und dann machen wir wirklich, wirklich Feierabend. Meine Mädels wollen raus, die wollen, die wollen noch ein bisschen was machen. Ich sperre hier alle gerade ein. Ihr seht auch schon, der Wind hat auch schon nachgelassen. Die Flagge weht nicht mehr. Mirko David, macht es Sinn, jetzt schon seine Verkaufslimits zu setzen oder sollte man noch kurzfristig machen, wenn die Ausstiegspreise erreicht sind? Es macht immer Sinn, erstmal seine Ziele zu visualisieren. Schau auch gerne bei mir mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe ganz, ganz viele Videos zu einzelnen Ausstiegsleveln gemacht, wie ich mir die persönlich berechne, welche Hilfsmittel ich mir nehme und wie ich das auch visualisiere. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich, meiner Meinung nach, einmal runterschreibst. Schreib mal für dich mal runter, wo du was verkaufen willst. Du musst natürlich makroökonomisch immer gucken, wie verhält sich Bitcoin, wie ist die Ethereum gerade, wie ist die Situation, wie ist die Lage, wie sieht es auf der Weltkarte aus. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann passt du einfach aktiv an. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich hätte GLQ aktuell jetzt schon deutlich mehr rausgenommen. Da das Asset aber jetzt schon so mal schief gestiegen ist, habe ich mich dazu entschieden, zu einem späteren Zeitpunkt rauszunehmen. Timo, Timo, mein Lieber, auch ein seltener Gast auf dem Kanal. Schön, dass du da bist. Guten Abend, muss spät den Stream nachgucken. Ich will hoffen, ich erwarte von dir unaufgefordert eine 2000 Worte lange Auswertung und Dissertation über den Inhalt des Streams. Kannst du mir gerne per E-Mail zuschicken. Okay, Frankie, mein Lieber, gute Nacht und allen und danke an den tollen Stream. Schön, dass du dabei warst, Frankie, mein Lieber. Markus, hi David, bin leider erst später gekommen, schaue mir aber alles noch an. Vielen Dank an dich. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, der Stream kommt nachher auch noch online. So, dann Siegfried. So, Leute, wir machen jetzt auch Feierabend. Wir machen jetzt auch Feierabend. Ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen 3 Stunden 36 Stream so erfolgreich zu machen, und trotz der leichten technischen Probleme hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde meinen Damen heute sagen, ich sage nichts mehr. Ich bin ruhig, ich bin still. Gehe mit Ihnen jetzt wahrscheinlich noch zu Starbucks, wir gehen einen schönen Kaffee trinken, irgendwas Entspanntes, irgendwas Leckeres, wir werden noch ein Eis essen, mal gucken, was er offen hat. Heute hat ja in Amerika alles offen. Ich habe zwar Urlaub, ich habe einen Feiertag, aber in Amerika ist alles offen, was total wild ist. Meine Frau und ich waren heute Morgen auch schon warm und einkaufen, was auch einfach geht. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder so lange dabei seid und dabei wart und großen Dank und großen Respekt an diese tolle Community, dass ihr euch so erwachsen untereinander austauscht, dass ihr so viel Respekt voneinander habt und dass ihr den Kanal zu dem macht, was auch tatsächlich ist. Und zwar ein Austauschplattform für euch mit ein paar tollen Tipps und einem guten Miteinander. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid und wir machen jetzt mal Ende. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Osterwochenende und noch eine schöne Freitagnacht. In dem Sinne, Ciao, ciao, meine Lieben. Ciao, meine Lieben.